Ich wollte eigentlich so diese AV irgendwann mal jetzt anfangen, dass wir sie eröffnen. Und es gibt nur ein, zwei Sachen, die man so mal erläutern sollte. Wir haben ja vom Vorstand auf der HP eine Geschichte hingeschrieben. Und einige von euch wissen, warum wir das gemacht haben, einige wissen es nicht. Es ging uns eigentlich hauptsächlich darum, nicht in irgendeiner Art und Weise jemanden anzugreifen. Wir sind vom Vorstand im Land Hessen eine Einheit. Wir arbeiten alle zusammen. Wir haben aber ein Problem. Der Bundesvorstand tut dieses nicht. Und das wollten wir zum Ausdruck bringen. Es kann nicht sein, dass ein Johannes und ein Bernd miteinander nicht können, nicht an einem Tisch sitzen können. Es kann nicht sein, dass zwei Leute, dass zwei Leute in irgendeiner Art und Weise die Arbeit von tausenden von Piraten irgendwo aus unserer Sicht kaputt machen. Und das war einfach nur ein Zeichen. Ein Zeichen, dass wir in Hessen anders sind. Wir sind, ich habe festgestellt, in Hessen einer der geilsten Landesverbände, die es gibt. Wir haben unsere eigene IT, wir haben unsere eigenen Sachen und das ist einfach eine Geschichte, wo ich sage, da können wir stolz drauf sein. Und wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise differenzieren durch die Streitigkeiten, die es woanders gibt. Und dann zum anderen, wir sollten immer daran denken, wir sind alles Piraten und dieses auch verinnerlichen. Das ist so eine Sache, die ich euch bitte. Wir haben, Leute, wir haben so viele Gegner, die außerhalb der Piraten sind. Es ist im Endeffekt scheißegal, ob wir uns Piratinnen nennen oder Piraten. Wir sind Piraten. Denkt alle mal drüber nach. Wir haben die FDP, die Grünen oder sonst was, die pissen uns alle momentan an. Und wir achten da nicht drauf. Wir haben Angst um unseren eigenen Teller. Denkt einfach mal drüber nach. So, und jetzt brauchen wir einen Versammlungsleiter. Ich habe gehört, der Mongels würde das gerne machen. Dann übergebe ich das an dir oder soll das gewählt werden? Ja, das wird gewählt. Möchte noch jemand anders machen, außer Stefan? Versammlungsleiter. Ja, ihr meldet euch. Peter, wolltest du das machen? Nee. Ist die Versammlung mit Stefan als Versammlungsleiter einverstanden? Wenn ja, bitte mit der... Danke. Damit übergebe ich dann an Stefan. Und viel Spaß und viel Glück an alle Kandidaten. So, habe ich Ton? Ich habe Ton. Wunderbar. Schönen guten Morgen. Wir fangen an und wählen erstmal zwei Protokollanten. Es gibt schon einen Freiwilligen. Das ist der Karl-Heinz, glaube ich. Der Karl-Heinz will das aber auch nicht zwei Tage lang allein machen. Gibt es denn jemand weiteren, der hier bereit ist, Protokoll zu machen? Das ist übrigens nur das interne Protokoll für uns. Das wird auch diesmal weniger Arbeit als bei üblichen Landesparteitagen. Von daher hoffe ich jetzt auf viele, viele Freiwillige. Wer jetzt noch steht, ist ein Freiwilliger. Irgendjemand sollte jetzt winken, dass er Protokoll machen möchte. Sonst haben wir ein Problem. Ich habe... Meine Anreise war nicht so weit. Ich komme auch schnell wieder heim. Möchte jemand einen Protokollanten vorschlagen vielleicht? Leute, wir wollen hier eine Liste wählen. Dafür brauchen wir jetzt einen Protokollanten. Oh, der Bernd Preismann ist vorgeschlagen. Der möchte aber nicht. Das wird ja super. Hier, der Alex Schnapper wird vorgeschlagen. Auch nicht. Das ist ja ein Traum. Es gibt auch Applaus für denjenigen, der Protokoll macht. Und den totalen Respekt der Versammlung. Boris? Boris, möchtest du Protokoll machen? Was wird denn überhaupt so konzentriert? Hallo Jan. Du warst ja schon noch öfters auf Parteitagen. Protokolliert wird die GO-Anträge, die Anzahl der Kandidaten, die Reihenfolge, pipapo. Dadurch, dass wir viele Kandidatenvorstellungen haben, ist das relativ wenig, was protokolliert wird, weil da nicht viel passiert. Und wirklich viel Arbeit ist das diesmal nicht. Und ich glaube, du würdest das sehr gut machen, Jan. Okay. Dann haben wir den Jan Scheibahl und den Karl-Heinz als Protokollanten. Wir stimmen das schnell ab. Wer ist denn für diese beiden als Protokollanten? Okay, dann haben wir zwei Protokollanten. Dann warten wir einen Moment, bis die sich eingerichtet haben. Wir warten gerade einen Moment, bis die Protokollanten sich eingerichtet haben. Es kommen ein paar weitere wichtige Sachen und die müssten protokolliert werden. Nebenbei teile ich schon mal mit, dass der Jürgen Erkmann und der Christian Fleißner und der André Wolski hier mir assistieren bei der Versammlungsleitung. Der Bert und der Markus Prechtl werden da unten sitzen, gehören auch zur Versammlungsleitung als Helfer. Ihr seid bereit? Okay, dann können wir weitermachen. Dann frage ich die Versammlung mal, ob wird hier von einem Teilnehmer die Mitgliedschaft, die Vollmacht oder das Wahlrecht eines anderen Akkreditierungsmaterial besitzen, sind Teilnehmers angezweifelt. Das ist nicht der Fall, alles klar. Dann haben wir das auch erledigt. Dann kommen wir gleich erst mal zu der Abstimmung über die GO und die Wahlordnung. Und dazu übergebe ich an den Christian Fleißner. So, ich übernehme jetzt im Moment mal die Versammlungsleitung, weil wir jetzt mehrere Wahlordnungsvorschläge haben, die jetzt zunächst vorgestellt werden. Und einer der Wahlordnungsvorschläge von Stefan kommt. Deswegen fangen wir mal mit der Vorstellung an. Stefan wird jetzt vorstellen, den Wahlordnungsvorschlag. Wir machen erst die GO. Achso, Entschuldigung, die GO habe ich schon wieder vergessen. Ja, wir müssen die GO abstimmen. Es gibt eine Geschäftsordnung, einen Geschäftsordnungsvorschlag, der im Wiki für diese Versammlung hinterlegt ist. Den hat vermutlich auch jeder gelesen. Die GO im Wiki hat ja vermutlich jeder gelesen. Deswegen wird es umso interessanter zu sehen, was jetzt Stefan als alternative GO noch vorschlagen wird. Und deswegen gebe ich jetzt Stefan mal das Wort. Okay. Die GO, die im Wiki steht, über die sind wir uns einig. Da haben wir in der PG Wahl in mehreren Telcos das erarbeitet. Ich möchte gerne etwas hinzufügen zu dieser GO und möchte das als alternative GO vorstellen. Das ist einmal, möchte ich einen GO-Antrag hinzufügen als eigenen Paragraf. Und zwar der GO-Antrag auf Verschiebung der Kandidatenvorstellung ans Ende der Kandidatenliste. Wir konnten uns im Vorfeld darauf nicht einigen. Ich möchte das machen auf folgenden Grund. Wenn wir heute hier fertig sind und morgen weitermachen und morgen um 10 Uhr Leute sich vorstellen müssen, könnte es eventuell ein Problem geben. Ihr seht das Wetter. Ihr wisst, wie es auf dem letzten Parteitag in Butzbach war. Da konnten am Sonntag 30 Leute aus Nordhessen nicht kommen. Und ich finde es fair gegenüber den Kandidaten, dass, wenn sie zu spät kommen sollten, aufgrund äußerer Witterungsbedingungen, dass sie die Möglichkeit haben, sich später als geplant vorzustellen. Der zweite Punkt ist, ich möchte einen GO-Antrag hinzufügen auf Änderungen der Wahlordnung. Das ist bisher nicht vorgesehen. Das möchte ich deswegen tun, weil wir zwei Wahlordnungen haben, die sehr konkurrierend zueinander sind und die aber in kleinen Teilen auch noch Passagen enthalten, die vielleicht auch noch abgeändert werden können. So, das sind die zwei Paragraphen. Ich hinzufüge als alternative GO. So, das heißt, jetzt ist zunächst mal die Diskussion über die verschiedenen GO-Vorschläge eröffnet. Möchte jemand zu der GO im Wiki oder dem Vorschlag von Stefan etwas sagen? Hallo? Stefan, eine Frage. Der GO-Antrag auf Änderung der Wahlordnung, hat der ein Mindestbeteiligungsquorum? Gute Frage. Wir haben uns da im Vorfeld auf einiges geeinigt. Ich frage mal hier, machen wir da ein Quorum? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, wir haben uns in der GO geeinigt, dass viele GO-Anträge ein Quorum von 25 Personen beinhaltet und das würde ich auch dann bei der Wahlordnung so belassen. Gibt es weitere Fragen an die GO-Vertreter? Ja, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Geschäftsordnung für diese Aufstellungsversammlung. Wir werden zunächst die beiden Vorschläge gegeneinander abstimmen und danach den Vorschlag, der die größere Stimmenanzahl erhält, noch einmal abstimmen, ob er jetzt angenommen ist oder nicht. Das heißt, zur Auswahl stehen der aus dem Wiki und der eben von Stefan beschriebene modifiziert. Zunächst bitte ich dafür, wer könnte dem Geschäftsordnungsvorschlag, wie er jetzt im Wiki steht, zustimmen? Danke. Und jetzt die Stimmen. Wer könnte dem von Stefan modifizierten Vorschlag zustimmen? Das ist die Mehrheit. Damit stimmen wir jetzt über den von Stefan vorgeschlagenen geänderten Vorschlag ab. Wer möchte diese GO als gültig für diese Versammlung annehmen? Es sei alles blau hier. Das ist dann angenommen. So, wir haben eine Geschäftsordnung und kommen jetzt nach dieser Geschäftsordnung zu den eben schon angesprochenen Wahlordnungsvorschlägen. Das wird jetzt vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen, weil diese Wahlordnungen relativ unterschiedlich sind und diese Wahlordnungen darüber bestimmen, wie wir letztlich zu dieser Kandidatenliste kommen. Ich bitte da also auch um eine intensive Diskussion. Das letztlich ist der Schlüssel für das, was wir dieses Wochenende hier machen. Vor den Wahlordnungen nochmal kurz eine kleine Erinnerung, weil jetzt auch noch einige Leute dazugekommen sind, dass der Essensverkauf hier findet statt über Marken. Es wäre extrem hilfreich, wenn alle Leute, die hier ein Mittagessen einnehmen wollen, diese Marken jetzt erwerben würden. Das geht draußen an der Getränketheke, weil der Gastronom hier danach kalkulieren kann, von welchem Essen er wie viele Gerichte macht. Die Essen sind etwas teurer, etwas teurer, als man das sonst von Landesparteitagen gewohnt ist. Das hat den Hintergrund, dass diese Halle für uns kostenfrei ist, man also mit dem Essen quasi jeweils einen kleinen Betrag zur Finanzierung dieser Halle hier spendet. So, also bitte Essensmarken kaufen jetzt. Danke. Jetzt kommen wir zu den Wahlordnungsvorschlägen und damit übergebe ich zunächst mal an einen Vertreter der PG Wahlen, und zwar den Jürgen, der den von der PG Wahlen ausgearbeiteten Wahlordnungsvorschlag vorstellen wird. Und ich bitte um etwas mehr Ruhe. Das ist jetzt wichtig. So, schönen guten Morgen. Also die PG Wahlen hat eine Wahlordnung ausgearbeitet. Wir haben gesagt, dass wir mehrere Wahlgänge wollen. Das war uns wichtig. Wir wollten direkt differenzieren können und auch den Kandidierenden die Möglichkeit geben, zu sagen, wo wollt ihr tatsächlich hin. Im Endeffekt läuft es daraus hinaus, dass wir am Ende vier Wahlgänge haben werden. Das klingt sehr viel. Das ist auch sehr viel. Wir werden zunächst alle Kandidierenden befragen. Das ist eine Vorgabe, die ist gesetzlich. Da kommen wir nicht drum herum. Das sind auch in allen anderen Alternativen ist das auch genauso. Das ist auch bei uns so. Nachdem die Kandidaten die Möglichkeit hatten, sich vorzustellen, findet eine Wahl statt. Man hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe einem Kandidaten 0 bis 5 Punkte. Und die Top-Kandidaten, die 21 Top-Kandidaten daraus, sind dann quasi die Kandidaten, die dann zur Wahl stehen. Dann findet ein zweiter Wahlgang statt. Nach diesem Wahlgang, der genau in derselben Form stattfinden wird, wissen wir, welche Plätze von 8 bis 21 belegt sind. Die Listengröße ist bei uns 21. Und wir haben sieben Kandidaten, die für die Top-7-Plätze feststehen nach diesem Wahlgang. Das folgt dann der nächste Wahlgang. Dort wird die Reihenfolge der Plätze 1 bis 7 festgelegt. Wenn wir das haben, da alle Wahlen bis jetzt ohne Quorum gelaufen sind, bedarf es danach dann einer Gesamtwahl. Also die Gesamtliste wird dann abgestimmt und die hat dann die 50% Quorum, die dann auch gesetzlich gefordert sind. Das sind die vier Wahlen, wie wir sie vorsehen. Und für diesen Vorschlag möchte ich werben. Es gibt dann sicherlich gleich Fragen, die können wir dann im Anschluss klären. Aber jetzt soll erstmal der Stefan seinen Vorschlag vortragen. So, das war jetzt der Vorschlag Nummer, wie viel? Vorschlag 1 ist das im Wiki. Das war Vorschlag 1 im Wiki. Jetzt stellt Stefan vor den Vorschlag Nummer 2. Okay, bei mir läuft es ein bisschen anders ab, wie wir wählen. Grundsätzlich gleich ist, dass man einem Kandidat bis zu fünf Stimmen geben kann. Es gibt weiterhin ein Ja-Feld, also so ungefähr könnte dieser Stimmzettel aussehen. Wir haben Platz für viele, viele Kandidaten. Bei mir gibt es nur einen Wahlgang. Das heißt, bei mir sind alle Leute auf der Liste, die mehr als 50% der Ja-Stimmen bekommen. Das ist im Grunde ganz simpel. So ein Wahlzettel ist auch einfach auszufüllen. Markus, kannst du mal eine Seite weiter nach unten bitte? So sieht dann ein ausgefüllter Wahlzettel aus. Ihr könnt halt jedem, dem ihr eine Ja-Stimme gebt, könnt ihr danach noch bis zu fünf weitere Stimmen geben. Die werden dann gezählt. Und die Listenplätze werden vergeben anhand der Stimmen, die dann weiter hinten stehen. Die werden summiert. Und wer die meisten Stimmen davon hat und über 50% ist, der steht auch dann ganz oben. Und dann geht es eben weiter runter. Ja, einmal eine Seite weiter bitte. So sieht das dann aus, wenn das ausgewertet ist. Über 50% ist drauf. Und dann, je nachdem, wie die Gewichtungsstimmen sind, hat man seinen Listenplatz. Gut. Und noch eine Seite weiter. Das hat, der Vorteil ist, dieses System ist erstmal leicht verständlich. Der weitere Vorteil ist, dass wir, dadurch, dass wir die Listengröße nicht festlegen, haben wir alle Kandidaten auf der Liste, die eine Mehrheit von 50% bekommen. Alle, mit denen wir nicht einverstanden sind, sind auch nicht auf der Liste. Das ist im Gegensatz zum anderen Wahlsystem ein deutlicher Unterschied, weil wir bei einer festgelegten Liste von 21 Leuten vermutlich auch Leute dabei haben, denen wir keine 50% Mehrheit geben und die wir später im abschließenden Wahlgang über darüber hieven. Das finde ich sehr suboptimal. Für mich wird hier taktisches Wählen vermieden. Bei anderen Wahlsystemen ist es so, dass man gerne mal seine Lieblinge nur wählt, weil man davon ausgehen kann, dass auch die anderen irgendwie einen sicheren Listenplatz oder einen Platz auf der Liste bekommen, weil die Liste relativ groß ist. Hier werden wir oder ihr gezwungen, Leute zu wählen. Durch die Gewichtungsstimmen könnt ihr Folgendes machen. Wir sind auch nur Menschen, wir wählen auch nach Sympathie, nach Kompetenz, nach was auch immer. Wenn ihr jemanden nicht leiden könnt, und das gibt es hier mit Sicherheit, aber ihr wisst, der macht gute Arbeit, der würde trotzdem gute Arbeit machen in einem Parlament, dann wählt ihn, gebt ihm eine Ja-Stimme und gebt ihm im Zweifelsfall wenig Gewichtungsstimmen. Der Punkt ist in dem Fall der, dass wir hier die Leute wählen, von denen wir wissen, die werden gute Arbeit leisten. Ja, wir machen einen Wahlgang, der wird dann ein bisschen länger gezählt, aber der erste Wahlgang ist ja im Grunde ähnlich wie der erste Wahlgang beim anderen System. Ich glaube, dass wir mit meinem System deutlich schneller fertig sind und wir können morgen noch die Zeit nutzen, um darüber mal zu reden, wo wollen wir hin in diesem Landesverband, was machen wir, wie gehen wir es an. Der Micha Mo wird bestimmt da sein und wird ein bisschen was erzählen. Und das ist für mich wertvolle Zeit, die wir hier alle mal nutzen können, auch wenn wir hier alle zusammenkommen und mal Zeit haben, nicht zu wählen oder nur über Programm zu reden. Wenn es jetzt Fragen gibt, stehen der Jürgen und ich bereit. Test. Kannst du bitte mal Ton auf dem Diskutantenmikro aufmachen? Ruben? Ah. Sehr niedrig, na gut. Wie ist das denn bei dem letzten Wahlverfahren, wenn man zum Beispiel viele Ja-Stimmen bekommt, aber fast keine Gewichtung im Gegensatz zu weniger Ja-Stimmen, aber eine höhere Gewichtung? Also wie würde dann das Wahlergebnis diesbezüglich ausfallen? Also nochmal, angenommen, irgendeiner hat 80% Ja-Stimmen und einer hat 60% Ja-Stimmen. Es ist völlig egal, wie viele Ja-Stimmen er hat, am Ende zählen die Gewichtungsstimmen nur. Für die Reihenfolge. Wenn einer 49% Ja-Stimmen hat, aber am Ende trotzdem die meisten Gewichtungsstimmen von allen, wäre ja möglich, ist der nicht auf der Liste. Weil die Hälfte, über die Hälfte der Versammlung gesagt hat, nein, wir halten ihn nicht für geeignet. Nach deinem Vorschlag kommt ja jeder, der auch nur eine einzige Ja-Stimme hat, auf die Liste. Nein, jeder, der über 50% Ja-Stimmen hat. Entschuldigung. Bauen wir irgendeinen Schutz ein am Ende, falls wir nur drei auf die Liste kommen oder sowas? Wenn nur drei auf die Liste kommen, dann ist das eben so. Es könnte auch sein, Achtung, jetzt kommt es, dass wir null Leute wählen. Dann ist das für mich allerdings auch in Ordnung. Denn wenn wir hier beschließen, dass kein Kandidat 50% der Leute hier hinter sich hat, wie gehen wir denn dann in den Wahlkampf? Wir können nicht sagen, wenn wir sagen, hallo Deutschland, wählt uns, wählt diese Piraten, wählt die doch bitte in den Bundestag. Und wir selbst wollen diese Piraten nicht haben. Dann haben wir ein ganz, ganz anderes Problem. Stefan, ich habe eine Frage. Und zwar, es gibt Kandidaten, die angeben, sie wollen erst ab Platz 10 oder ab Platz 8 oder ab Platz 5 oder sonst wo erst kandidieren. Nach diesem System wären Sie eventuell so nach vorne kommen, dass Sie eigentlich gegen Ihren Wunsch an einen Platz hineingedrängt werden. Wie sieht es denn da aus? Kurz kann vielleicht jemand von der Technik das Mikrofon ein bisschen höher stellen. Wenn jemand auf diese Liste möchte, dann ist das der Versammlung überlassen, wo die Versammlung ihn sehen möchte, finde ich. Ich finde es als verkehrt, dass einer sagt, ich will auf genau diesen Platz oder ich sehe mich erst fähig, ab Listenplatz 9 zu kandidieren. Wenn man hier diese Verantwortung übernehmen möchte, in ein Parlament einzuziehen, dann steht man eben auf genau dem Platz, den die Versammlung für ihn bereitstellt. Stefan, ich schätze deine Arbeit, dass du hier versuchst, dass wir mit möglichst wenig Zeit auskommen und ich honoriere auch, dass du vermeiden willst, dass taktisch gewählt wird. Ich habe andere AVs gesehen, in Bayern und in Nordrhein-Westfalen, wo teilweise, wie gesagt, mit Nein-Stimmen taktisch gewählt werden konnte. Aber ich bin dennoch hier ganz klar dafür, kein einstufiges Verfahren zu nehmen, sondern mindestens ein zweistufiges Verfahren zu verwenden, wie alle anderen Landesverbände auch. Weil einfach hier doch gezeigt worden ist, dass bei anderen Landesverbänden es noch zu massiven Verschiebungen nach dem zweiten Wahlgang gekommen ist und wir einfach die Gelegenheit haben müssen, zwei Stufen zu haben, um sicher sein zu können, dass eine gute Liste zustande kommt. Danke. Du könntest noch erwähnen, dass Sachsen nach dem Verfahren gewählt hat, aber okay. Dann erwähne ich, Sachsen hat nach diesem Verfahren gewählt. Dazu muss ich sagen, die Sachsen hatten auch die Panik, dass sie da null Leute wählen. Die Sachsen haben im ersten Wahlgang, die haben allerdings ihre Liste auch festgelegt auf zwölf Leute, haben im ersten Wahlgang 14 Leute über 50 Prozent gewählt und waren sehr schnell fertig. Ihr dürft auch Fragen an den Jürgen stellen übrigens. Nee, ich wollte noch eine echte Frage stellen. Entschuldigung. Falls wir zu wenig Leute unserer Meinung nach auf die Liste wählen, können wir dann per Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Wahlordnung noch einen zweiten Wahlgang einführen? Dann müsstest du entweder eine neue Wahlordnung ins Leben rufen oder wir kriegen ein Zeitproblem, weil mit unserer Wahlordnung werden wir das dann nicht schaffen, zeitlich das dann noch hinten dran zu klatschen. Das ist eine gute Frage. Wir sind ja im Grunde dann in einem Wahlgang und wenn der vorbei ist, dann müssten wir uns mal beraten, ob man dann die Wahlordnung ändern kann, dann ist dieser Wahlgang im Grunde gelaufen. Und nein, das müssen wir dann nochmal beratschlagen. Es gibt aber im Zweifelsfall auch den GO-Antrag auf Wiederholung einer Wahl, den ich aber auch sehr uncool finde, muss ich sagen, in dem Fall. Du hast mir ja das PDF gegeben. Kann ich das so auf die PPH schicken? Ja. Gut, dann mache ich das nämlich jetzt. Jürgen, wo ist die Präsentation, die für unser Wahlsystem vorbereitet wurde? Das würde ich gerne auch im BIMA sehen, damit die Leute das vielleicht mal besser verstehen, dass das gar nicht so kompliziert ist und auch einige Vorteile bietet. Wir kriegen es irgendwie an den BIMA nicht ran, oder? Ja, dann gibts bitte mal ran. Dann möchte ich noch was zu Stefans Wahlsystem sagen. Oder sind nur Fragen zugelassen? Also, es gibt da sehr, sehr viele Probleme, die ich sehe. Erstens, es gibt überhaupt keine Garantie über die Größe der Liste. Und zweitens, was als Vorteil herausgestellt ist, sehe ich als echten Nachteil. Es könnte jemand massenhaft Gewichtungsstimmen bekommen, aber scheitert mit 48 oder 49 Prozent am Jahrquorum und hat vielleicht trotzdem mehr bekommen als alle anderen, die irgendwie 60, 70 oder 80 Prozent Jahrstimmen bekommen haben. Darüber, dass das System auch schwieriger auszuzählen ist, ist auch klar. Aber mir wieder strebt es, Leute zu streichen, komplett, und ihre Gewichtungsstimmen nicht zu zählen, nur weil sie vorne sozusagen das Kreuzchen nicht bekommen haben. Eine Frage wäre, ein Kompromiss mit zwei Wahlgängen möglich oder müssen wir dazu eine neue Wahlordnung schreiben? Also sprich, das, was du vorgeschlagen hast, aufzusplitten in zwei, nämlich einmal das Quorum mit über 50 Prozent zu bekommen und dann im zweiten Wahlgang die Gewichtung. Auf die Art und Weise kann ich sicher gehen, dass die Gewichtungen bei den Leuten, die ich gerne hätte, nicht ins Leere laufen, weil ich die Gewichtungen dann nur bei denen vornehme, die auch schon drin sind im ersten Wahlgang. Halte ich für nicht produktiv und nicht sinnvoll. Ja, ein Aufruf an die Haustechnik gibt es die Möglichkeit, die Scheinwerfer, die hier auf die Bühne strahlen, zu dimmen oder abzuschalten oder zum Teil abzuschalten, weil sie das BIMA-Bild stören. Wir kriegen jetzt gleich noch eine Präsentation zu dem zuerst vorgestellten Wahlvorschlag. Ich weiß, dass das Ganze gerade ein bisschen mühsam ist, dass man diesen ganzen Formalkram gerne bald hinter sich hätte und um einfach schnell zu Inhalten zu kommen, aber trotzdem ist das hier sehr wichtig und ich bitte darum, Aufmerksamkeit auch nicht der Versuchung zu erliegen, Dinge möglichst einfach zu haben, nur um sie möglichst einfach zu haben. Dafür ist das Ganze einfach zu wichtig, was wir hier machen. So, jetzt kann man nochmal sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Wir haben also in Runde 1, also natürlich nur bei unserem Vorschlag, ist auch klar, wir haben unten alle Kandidierenden, daraus die Teilmenge. Mit der Runde 2 ist klar, welche Listenplätze 8 bis 21 belegt sind. Nach unserer Idee gibt das auch den Vorteil, dass die Menschen, die dann nur noch über eine Teilmenge abzustimmen haben, dann ihre Stimmen auch nochmal neu gewichten können, nochmal sagen können, okay, für die Plätze 1 bis 7 habe ich jetzt andere Prioritäten, da sehe ich andere Leute, das kann ich mit einem Wahlgang nur sehr schwer machen. Ja, und dann, wie gesagt, ganz am Ende dann halt die Gesamtliste, die müssen wir halt abstimmen, weil wir vorher ohne Quorum arbeiten. Wir kriegen damit auf jeden Fall die Liste voll, das kann Vor- oder Nachteil sein, das kann man, muss jeder für sich selbst gewichten. Ja. Ich möchte noch erwähnen, dass es bei diesem Vorschlag möglich ist, dass Kandidaten nach jedem Wahlgang sich selbst nach unten, nur nach unten, sozusagen voten können. Auf die Art und Weise wird eben genau dem Rechnung getragen, dass ein Kandidat sagt, ich möchte eigentlich nur ab Platz 10 oder ab Platz 5 auf der Liste stehen, auch wenn ich jetzt auf 4 gewählt werde, dann setze ich mich auf 5 runter und der von 5 rutscht auf 4 hoch. Das ist ein entscheidender Vorteil bei diesem System, weil wenn die Kandidaten nämlich vorher zum Beispiel sagen würden, ich möchte aber nur bis 5, also wählt bitte so, dass ich möglichst nur auf 5 komme, dann kriegen sie womöglich dann wieder weniger Stimmen, als sie eigentlich verdient hätten, weil dann müssen die Leute quasi taktisch wählen. Und bei diesem System ist das nicht notwendig, man gibt den Leuten seine Gewichtung und dann entscheiden sie selbstständig, ob sie diese Position wahrnehmen wollen oder nicht. Kurz, ich würde dazu gerne was sagen, was du nämlich gerade als großen Vorteil beschreibst ernst, empfinde ich als großen Nachteil. Wenn ein Kandidat sagt, nein, ich bin mit meinem Listenplatz nicht zufrieden, ich rücke freiwillig nach unten, bedeutet das, dass die Plätze danach einen Platz aufrücken. So, wenn wir jetzt hier jemanden wählen auf Platz 5, dann wollen wir ihn auf Platz 5 sehen. Und wenn ein Kandidat davor sagt, ach, nö, ich mag aber nicht, ich rutsche runter, dann ist der Kandidat auf Platz 5 auf einmal auf Platz 4. Da haben wir ihn aber nicht hingewählt. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, habt ihr ein Gästerede-Recht? Ja. Wunderschön. Dann darf ich ja was sagen. Ich wollte nur mal anmerken, es gibt Menschen, das hatten wir in Thüringen, die ausschließlich auf diese Liste wollen, damit sie Wahlkampfurlaub nehmen können. Und für diese Leute ist es nicht sinnvoll, auf die ersten Listenplätze zu kommen, sondern viel, viel sinnvoller hinten hinzukommen, wo es unwahrscheinlich ist, dass man irgendwo einzieht. Das hat den Vorteil, dass man dann Leute hat, die bis zu drei Monate aktiv ausschließlich Wahlkampf machen können. Dafür ist es sinnvoll, wenn sie selber bestimmen können, in welcher Höhe sie sind. Ich bitte um etwas mehr Ruhe im Saal. Ja, ich wollte noch mal auch zu diesem Punkt was sagen, weil Monges, ich bin an sich, preferiere ich deinen Vorschlag, aber das mit den Kandidaten, die dann sozusagen auch gegen ihren Willen plötzlich Spitzenkandidat sein können, das funktioniert in meinen Augen nicht, weil du die Leute ja nicht zwingen kannst. Das heißt, wenn du sagst, okay, wenn der jetzt zurück nach hinten gehen darf, dann rücken andere vor, das stimmt zwar, aber der kann auch einfach sagen, leck mich am Arsch, ich habe gesagt, ich mache nicht den Spitzenkandidaten, dann macht das Ganze ohne mich, dann rückt auch der Nächste vor. Also das Problem wirst du so oder so nicht los, deswegen würde ich, glaube ich, dieses Modul, oder dieses Ding wirklich gerne einbauen, dass die Kandidaten nach hinten gehen dürfen, weil zurücktreten dürfen sie immer. Eine persönliche Anmerkung dazu von mir, also ich glaube nicht, dass wenn ein Kandidat sagt, er möchte nicht auf die ganz, ganz vorderen Plätze, ich glaube auch nicht, dass er dann dahin gewählt wird. Allerdings würde er damit wahrscheinlich sehr viel weiter nach hinten gewählt werden, als wenn er dies so sagt, dass die Leute ihn nicht taktisch wählen können. Frage an dich, möchtest du nicht Menschen, das, ja, an Stefan, das Recht zugestehen, zu sagen, hey, ich habe hier jetzt sieben Leute, die halte ich für wesentlich kompetenter als mich, ich bin vielleicht nur auf Platz acht und deswegen möchte ich diesen den Vortritt lassen. Ist das nicht etwas, was man ihnen einräumen sollte, zu sagen, im Interesse der Partei halte ich andere für besser oder ist es vielleicht sinnvoll oder hältst du es für sinnvoll zu sagen, hey, wer sich hier bewirbt, muss der Meinung sein, er ist der Allerbeste. Nein, ich meine, dass man, man stellt sich hier in den Ring und die Versammlung entscheidet, wo man landet. Also erstmal danke für die doch sehr grundlegend unterschiedlichen Wahlverfahren, denn die geben halt auch wirklich eine Möglichkeit, unterschiedliche Sachen zu favorisieren. Allerdings muss ich sagen, eigentlich dachte ich, wir wollen ein Team wählen und ein Team setzt sich eben aus Menschen zusammen, die auch zum einen sich selber befähigt sehen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf der anderen Seite natürlich brauchen sie auch das Vertrauen dann vom Plenum der Leute, die sie wählen und ich glaube, dass es durchaus eine Legitimation ist für jemanden, der für sich sagt, naja, ich sehe jetzt hier, ich wäre theoretisch in einer Gruppe von Menschen, wo ich persönlich aber sage, vielleicht habe ich an der Stelle ein Problem und würde mich deswegen auch zurücknehmen und gebe jemand anderem, der sich das zutraut, dann eher den Vortritt. Am Ende finde ich, sollten die Leute, die halt potenziell ins Parlament gehen, auch die Möglichkeit haben, sich selber dafür oder auch dagegen zu entscheiden. Auch wenn sie sagen, sie wollen auf die Liste. Kleine Anmerkung, weil das ja die Bundestagswahl ist, ihr alle wisst, wenn wir 5% bekommen, dann kriegen wir zwei Leute rein. Bei 6% werden es ungefähr schon drei. Je nachdem, das variiert ein wenig. Wer hier sagt, er will nicht nach vorne auf die Liste, der will faktisch auch nicht in den Bundestag. Danke, Stefan. Du sagst im Prinzip schon genau das, was ich auch anmerken wollte. Ich bitte die Leute, die sich hier auf die Listen wählen lassen wollen, sich Folgendes klar zu machen. Ihr kandidiert für den Deutschen Bundestag. Das heißt, euer Ziel ist, euch für die Wähler in das Parlament zu begeben und dort Entscheidungen zu treffen. Wer das nicht nicht will, gehört nicht auf diese Liste und sollte sich am besten von vornherein gar nicht aufstellen lassen. Wo man auf der Liste letztlich landet, auch das sollte man sich von vornherein klar machen. Ich bin da sehr auf Stefans Seite, dass man dort auf die Liste kommen sollte, wo die Versammlung einen hinwählt. Natürlich, ich sehe auch das Problem, dass jemand gerne sagen möchte, ich möchte gerne die Liste mitfüllen, ich möchte mich in der Liste der Kandidaten aufstellen lassen, möchte aber die Chance, dass ich in den Bundestag gewählt werde, relativ gering lassen. Natürlich, das ist das freie Recht eines jeden. Aber ich sage es noch einmal, ihr kommt auf diese Liste, um euch in diesen Bundestag wählen zu lassen und deswegen ist eigentlich meine Meinung, lasst euch von der Versammlung dorthin wählen, wo die Versammlung euch haben möchte. Und deswegen bin ich für Stefans Vorschlag. Danke. Gut, dann möchte ich aber einmerken, also man muss ja diese Option nicht nutzen. Es ist eine Option, man kann sagen bei uns, ich möchte einen Platz zurückgehen, man muss es ja nicht. Also wenn man vorher gesagt hat, ich möchte aber gerne nur ab 8 und wird dann auf 7 gewählt, dann darf man die 7 selbstverständlich annehmen. Ja, ich möchte noch mal für das mehrstufige Verfahren plädieren. Einen großen Vorteil darin sehe ich so, dass bei der Runde 3 ist halt klar, es sind noch 7 Kandidaten da und da kann man dann auch tatsächlich unter Teamgesichtspunkten wählen, unter Gesichtspunkten wählen, dass man bestimmte Themenbereiche abgedeckt haben möchte oder so, also wirklich eine sinnvolle Zusammenstellung von den ersten 2 oder 3, die eine reelle Chance haben auf ein Mandat, sodass ich denke, dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, dass da nochmal Verschiebungen passieren, die ich sehr sinnvoll fände unter einem Gesamtvertretungsidee. Ich würde euch bitten, fragt euch mal, wenn ihr die ganze Zeit sagt, dass wir der Landesverbind sind, dass wir der Landesverband sind, der sagt, wir wollen Themen statt Köpfe, warum brauchen wir dann unbedingt jemanden, den wir nach vorne stellen, wo wir sagen, hey, das ist unser Spitzenkandidat, das ist der Mensch auf Platz 1. Wenn ihr sagt, dass die Themen wichtiger sind, dann ist es doch egal, an welcher Stelle die Leute auf der Liste stehen und es ist egal, ob wir zwangsweise jemanden nach ganz vorne hin wählen können. Kommen wir nochmal zum anderen Aspekt. Der Stefan hat behauptet, sein System sei weniger taktisch anfällig. Das ist nicht korrekt, meines Erachtens. Ihr müsst euch nur mal überlegen, was für einen Kandidaten bei einer Ja-Nein-Entscheidung das Beste ist. Jeder Kandidat würde am besten damit fahren, wenn er keinen anderen Kandidaten ein Ja-Kreuzchen gibt. Und das wird zusammen mit den entsprechenden Peergroups um die Kandidaten herum unter Umständen dazu führen, dass wirklich so gut wie keine Leute gewählt werden. Bei unserem System gibt es eine feste Anzahl und in jeder Runde wird diese Anzahl sozusagen verringert. Und das verhindert taktisches Wählen insofern, dass die Leute spätestens nach der ersten Runde, wenn die ersten ausgeschieden sind, ihre Stimmen an andere übergeben werden. Also sie sind dann eher bereit, ihre Stimmen, ihre Punkte zu verteilen. Das wird zu einer größeren Bandbreite führen und wird dazu führen, dass die Ergebnisse viel valider und belastbarer sind als in einem einzigen Wahlgang, bei dem unter Umständen schon nur sehr wenige Leute überhaupt auf die Liste kommen und dann diese Bewichtungsstimmen sich kaum unterscheiden werden. Das ist das Hauptproblem an Stefans Vorschlag. Nö, einfach, aber da haben wir schon öfter darüber diskutiert und wir haben da einfach andere Ansichten, müsst ihr selbst wissen. Ich finde, bei jedem Wahlsystem ist es so, dass es möglich ist, dass Kandidaten nur sich selbst wählen und eine Peergroup haben, das ist völlig egal, welches Wahlsystem man nimmt. Ich hoffe, dass kein Kandidat das macht. Ich kann aber dich direkt fragen, Ernst, du wirst ja Kandidat sein auf der Landesliste. Ich gehe mal davon aus, dass du niemand bist, der nur sich selbst wählt. Und dann gehe ich ebenso davon aus, dass auch andere Kandidaten ebenfalls andere Kandidaten wählen. Diese Gefahr sehe ich nicht. Applaus So, jetzt ist gerade niemand hier, der noch was dazu sagen möchte. Gibt es noch Diskussionsbeiträge zu den beiden vorgestellten Wahlordnungsvorschlägen von der PG Wahlen einerseits und von Stefan andererseits? Da hinten sehe ich noch einen anders. Und bitte, ja. Dann hast du kein Netzteil. Ja, ich. Ja, bitte nah ans Mikrofon rangehen. Moment, Moment, da gibt es noch irgendwie Nebenredebedarf. Deswegen habe ich gewartet. Willst du mich fragen? Oder ihn? So, bitte. Ja, Jürgen, ich sehe auch, dass ein Vorteil darin besteht, dass wir die sieben ersten Plätze halt in so einem Verfahren besser herauskristallisieren können, aus einem Angebot von 42. Und es ist tatsächlich so, dass bei 5,22% nur drei Kandidaten aus Hessen, wenn wir über 5% im Bund kommen sollten, tatsächlich in den Bundestag einrücken würden. Und insofern muss der Schwerpunkt praktisch bei der Auswahl dieser ersten Listenplätze liegen. Und die müssen wir mit einer gewissen Sorgfalt machen. Und das kann sich einfach nur durch ein mehrstufiges System herausschälen. Danke. Ich bitte die Versammlung nochmal um etwas mehr Ruhe. Ihr entscheidet jetzt hier in diesem Moment darüber, wie nachher die gesamte Kandidatenaufstellung überhaupt passiert. Das jetzt ist der Schlüsselprozess, der jetzt gerade ausdiskutiert wird. Und ich finde es auch ein bisschen lässt auch etwas die Achtung davor vermissen, dass sich zwei Leute beziehungsweise Parteien, die PG Wahlen und Stefan, hier einfach einen tierischen Kopf vorher gemacht haben, wie die Hessen ihre Bundestagswahlliste gut hinkriegen. Und wenn ihr das nicht diskutieren wollt, dann geht bitte raus, wenn ihr irgendwelches Nebengeschwätz habt. Bei mir verfestigt sich der Eindruck, dass hinter den beiden Wahlvorschlägen zwei verschiedene Paradigmen stehen, nämlich einmal das von Stefan. Wir suchen Leute, die sich mit breiten Rücken und mit Ellenbogen ausgefahren nach vorne stellen und sagen, ich bin derjenige, der richtig ist. Und das andere System, das mehr auf Teamplay geht und mehr auf eine Gewichtung ausgeht. Natürlich ist das bei beiden gewissermaßen gegeben, nur das eine verstärkt es noch. Insofern würde ich mich ganz ehrlich auch fragen, was möchte ich von unseren Abgeordneten, die wir hinschicken wollen? Möchte ich jemanden, der sagt, ja, ich bin der, der einzig wahre oder möchte ich, dass ich sage, okay, ich mache es ein bisschen teamiger. Ich würde eher für das mehrstüffige Modell plädieren. In den Gesprächen, die wir geführt haben, wir haben natürlich mehrere Gespräche geführt, die sind ja nicht so aus dem hohlen nichts gekommen, waren das tatsächlich aber keine Fragen, die aufgekommen sind. die Idee ist mehr, liegt eher darin, A, Geschwindigkeit und B, natürlich auch, wollen wir auf jeden Fall eine garantierte Liste haben, wollen wir speziellen Fokus auf die sogenannten Spitzenkandidaten, also die Leute, die dann wirklich halt auch wirklich arbeiten müssen und befragt werden müssen oder werden, wollen wir da einen Fokus drauf legen oder wollen wir ja eine Liste insgesamt wählen, das waren eigentlich die Unterschiede im Wesentlichen, ansonsten, das spielte tatsächlich keine Rolle. Ja, ich möchte gerne aus dieser Versammlung gehen am Sonntag und ein Team sehen, hinter das ich mich stellen kann und das ist ein dynamischer Prozess und deshalb bin ich dafür, dass man es in mehreren Runden eben auch macht, auch wenn das ein bisschen umständlicher ist und nicht das Ergebnis von einem einmaligen Wahlgang und dann habe ich da irgendwelche Leute oben stehen, was soll ich mit denen, sondern ich möchte mich hinter die stellen können und da brauche ich einfach einen gewissen Prozess für. Kleine Anmerkung dazu, ich kann mich nicht voll guten Gewissens hinter Leute stellen, die hier teilweise vielleicht, also wer hier auf Listenplatz 21 kommt, der kriegt hier vielleicht 15 oder 20 Prozent der Stimmen der Versammlung, vielleicht sogar noch weniger und da kann ich mich nicht dahinter stellen. Es wurde ja jetzt über Teamplay gesprochen und darüber, dass man irgendwie Ellbogen hat bei den Verfahren von Stefan, also ich muss da leider dem Vorredner massiv widersprechen, denn im Endeffekt ist es genau andersrum. Wenn man sich denn nochmal vor Augen führt, was das bedeutet, jetzt das Wahlverfahren von der PG Wahlen, ist es ja so, dass diejenigen, die eben nicht so laut sind, die könnten dann sagen, okay, obwohl ich einen relativ guten Listenplatz bekommen habe, sage ich, will ich den nicht haben im Endeffekt und die anderen rutschen alle nach und er steht dann wieder hinten dran. Bei Stefans Verfahren allerdings ist es genau so, wie die Versammlung das haben möchte. Es ist ja im Endeffekt sogar ein zweistufiges Verfahren entgegen dem Aussehen, denn erstmal gibt man überhaupt die Ja-Stimme, das heißt man muss erstmal dieses Quorum von 50 Prozent erreichen, das ist der erste Wahlgang im Endeffekt und der zweite Wahlgang ist halt gleich mit dabei, indem man die Gewichtung dabei hat und dabei sagt man, an welche Position man diese Person wünscht. Also hat es gar nichts mit Ellbogen zu tun, im Gegenteil ist es so, dass man hoffentlich dadurch die Leute vorne hat, die eben den meisten Rückhalt in der Partei haben. Danke. Ich habe nur eine Frage, es gibt ja noch weitere Wahlverfahren im Wiki, was ist mit denen? Es gibt noch eins von Michael Kittlaus, der hat mal eins von mir leicht modifiziert, das ist aber so ziemlich bei mir mit eingegangen und demnach würde ich sagen, du möchtest das auch nicht mehr vorstellen. Dann ist das schon mal raus und es gibt einen Vorschlag aus dem Lahn-Dill-Kreis, der aber nicht mehr machbar ist, der eine Vorlaufzeit von drei, vier Monaten hat. Das heißt, hier werden gerade nur diese zwei Wahlvorschläge vorgestellt. Wie sieht es mit dem Vorschlag aus, der im Prinzip deiner ist, plus Listengröße? Das ist der von Michael Kittlaus und der möchte ihn nicht vorstellen. Dann würde ich den gerne übernehmen. Dann müsstest du den jetzt vorstellen. Das ist der Vorschlag Nummer fünf im Wiki. Der hat zusätzlich zu diesem Zustimmungsverfahren von Stefan eine Mindestlistengröße, die wir vorher per Akklamation festlegen und dadurch wird sichergestellt, dass wir hier nicht mit einer Nullliste rausgehen, wenn wir uns ungeschickt anstellen, sondern dass wir zumindest eine Mindestlistengröße vorher festgelegt haben. Schaut euch ihn bitte an. Es kann sein, dass da noch andere Details verändert sind, aber das hier ist der wichtigste Unterschied. Vielleicht will der Autor davon auch noch etwas dazu sagen. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was wir hier eigentlich machen. Wir wählen hier eine Liste für den Deutschen Bundestag. Das heißt, die Leute, die sich auf diese Liste wählen lassen sollten, sollten eigentlich sich ihrer Fähigkeiten bewusst sein und entsprechend sich dorthin wählen lassen. Und genau deshalb ist es auch meiner Ansicht nach besser, dem Vorschlag von Stefan zu folgen, weil dieser ist schnell und kurz und hat den Rückhalt der entsprechenden Versammlung. Wer dort taktisch wählen will oder in einem mehrstufigen Verfahren, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil durch das Verfahren von Stefan ist bereits gegeben, dass wir durch das Quorum eine Liste haben, die auf jeden Fall hinter der die Versammlung steht und durch die entsprechende Wertung haben wir auch eine Reihenfolge. Und was wir letztlich wollen und das ist der wichtige Punkt, was wir letztlich wollen ist, wir wollen doch die Leute, die wir für am fähigsten halten, für den Bundestag zu kandidieren, wollen wir ganz vorne sehen. Und das ist das, was die Versammlung festlegen sollte und nicht über ein mehrstufiges Verfahren, wo dann möglicherweise dann eben über taktische Wahlen jemand nach vorne gespült wird, den wir da eigentlich gar nicht haben wollen. Danke. Ich sage mal noch mal eine Verständnisfrage, dass ich das wirklich, wirklich verstanden habe. Also in dem mehrstufigen Verfahren, da müssen die Kandidaten hinten auf der Liste keine 50 Prozent der Stimmen bekommen haben. Richtig? Also es geht darum, dass auf jeden Fall 21 Kandidaten gewählt sind und hinten die haben eventuell auch weniger als 50 Prozent der Stimmen. Das ist richtig. Das 50 Prozent Quorum wird dann über die Gesamtliste erfolgen. Ja, das ist richtig. Dann habe ich jetzt ein ziemlich großes Problem, weil der einzugrige Vorschlag hat genau dieses Kriterium, dass alle, die gewählt werden, mindestens 50 Prozent der Stimmen haben, was ich sehr gut finde. Allerdings bin ich auf der anderen Seite dafür, eben nicht einstufig vorzugehen. Das heißt, ja, ich kann mich jetzt irgendwie nur enthalten. Ja, ich fürchte, da wirst du einen Tod sterben müssen oder beide, aber im Zweifelsfall hätte man dann vorher agieren müssen. Tut mir leid. Zu dem jetzt neu aufgekommenen Vorschlag 5 möchte ich sagen, dass der meines Erachtens nicht abstimmungsfähig ist. Der fängt überhaupt erst bei Paragraf 3 an, Paragraf 1 und 2 fehlen. Dann wird die Listengröße per Akklamation festgelegt. Was Akklamation ist und wie das funktioniert, ist nirgendwo definiert. Von daher ist der meines Erachtens überhaupt nicht abstimmungsfähig. Zu Vorschlag 5, er vergibt alle Vorteile von dem Vorschlag von Stefan. Stefans Vorschlag hat einen Riesenvorteil, das ist Effizienz. Allerdings möchte ich da einwerfen, ist Effizienz das Hauptkriterium für Demokratie? Ist es denn überhaupt sinnvoll zu sagen, ja, wir schaffen uns Zeit, leiern dann aber vielleicht eine Liste raus, die mit nur einem Wahlgang nicht so ist, wie wir es gern hätten? Machen wir es Piratens nicht normalerweise so, dass wir erst etwas in einem Prozess, der ja, sehr nervig, langatmig ist, festlegen und dann eine Meinung fassen? Hier sollen wir jetzt plötzlich bei einer Wahl das alles übers Knie brechen? Finde ich nicht gut, Effizienz über Entscheidung zu stellen. Anmerkung dazu. Die Effizienz ist natürlich nicht das Hauptaugenmerk dazu. Das ist ein positiver Nebeneffekt, das wird vielleicht Zeit sparen. Diese Liste in einem Wahlgang ist genau diese Liste, die wir dann haben wollen. Wenn wir mehrere Wahlgänge machen, verändern wir jedes Mal wieder die Reihenfolge und am Ende kommt nicht das raus, was wir eigentlich gewählt haben. Ich möchte bitte nochmal um etwas mehr Ruhe bitten. Mittlerweile kommen mehrere Leute hier vorne hin und sagen, es ist ihnen zu laut, nur weil sie sich daran beteiligen wollen, das zu machen, weswegen wir uns hier dieses Wochenende versammelt haben. Verdammt nochmal, seid endlich still. Ich sehe nicht das Problem bei dem Vorschlag 5, dass der die Vorteile von Mongers der Mindestvorschlag vergeben würde, denn er funktioniert genauso mit dem einzigen Unterschied, dass wir, falls wir die Mindestlistengröße im ersten Versuch nicht erreichen, noch zusätzliche Wahlgänge machen. Falls wir die Mindestlistengröße erreichen, was sich durch eine entsprechend kleine Festlegung der Mindestgröße sicherstellen lässt, ist da eigentlich genau das Gleiche. Okay, erstens, das ist irgendwie noch nicht klar rübergekommen, ob es jemand schon gesagt hat, Stephans Vorschlag ist zweistufig. Das ist eine integrierte Stichwahl. Also wer das Bedürfnis hat, einfach irgendwie mehrere Stufen zu haben, was ich darüber nachdenke oder weil es dann sich schöner anfühlt, das Ding ist schon zweistufig. Zweitens, der Begriff Effizienz bedeutet, dass ich ein bestimmtes Ziel mit möglichst geringem Mitteleinsatz erreiche. Die sind beide effizient, die haben aber andere Ziele. Nämlich das von der PG Wahlen sagt, wir müssen 21 Leute auf die Liste packen. Das ist das Ziel. Damit ist dieser Vorschlag hocheffizient, um dieses Ziel zu erreichen. Wobei es uns passieren kann, dass nachher in der Endabstimmung das Ding nochmal durchfällt und dann haben wir auch null Leute auf der Liste. Weil da haben wir nämlich dieses 50%-Quorum sowieso drin. So, und Stephans Vorschlag ist, dass er sagt, wir wollen die Leute auf der Liste haben, die direkte, die 50% Zustimmung bekommen. Und dieser Vorschlag ist für dieses Ziel auch hocheffizient. Also vielleicht noch dazu, was der Vorschlag eigentlich als Idee, Grundidee hatte, ist die Fokussierung auf die ersten sieben Kandidaten. Es ging nicht weniger jetzt darum, dass wir tatsächlich die Liste voll kriegen. Ja, wir finden es sinnvoll, dass wir eine gewisse Liste haben, einfach um auch Nachrücker sicherzustellen. Aber der Schwerpunkt lag auf dem Fokus der ersten sieben. Und ja, es kann am Ende passieren, dass wir keine Liste haben. Das geht ebenfalls, wenn das 50%-Quorum nicht erfüllt wird. Natürlich. Nur eines der Wahlverfahren ist effektiv so, wie die Versammlung es wünscht. Und das ist nämlich das zweistufige Verfahren von Stephan. Nochmal ganz kurz, das ist zweistufig. Und es ist außerdem so, dass wir bei der Priorisierung auf die sieben vorne einfach, scheiße, Punkt vergessen. Aber nochmal ganz kurz einfach, wie gesagt, nur was die Versammlung abgebildet, die Versammlung ist nur dann abgebildet, wenn man dieses Verfahren wählt. Fertig. So, kurze Ansage. Die Rednerliste wird jetzt geschlossen. Wer jetzt noch einen Diskussionsbeitrag leisten möchte, der möge sich bitte jetzt nach vorne begeben. Du bist natürlich noch dran. Und genau, wer jetzt noch was sagen möchte, möge sich erheben und in eine eindeutige Richtung bewegen. Sieht nicht so aus. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Michael, du bist der letzte Redner. Ich möchte einfach darum bitten, ein kleines bisschen mehr Vertrauen in uns selber zu haben. Wenn wir eine Liste wählen und wir nur acht Leute draufstellen, die über die 50 Prozent kommen, dann ist es einfach so. Wovor haben wir Angst? Wir sollten wirklich nur die Leute drauf tun, die wirklich eine Basis haben, dahinter haben. Von daher bläde ich dafür, den Vorschlag vom Stefan anzunehmen. Danke. So, die Diskussion zu den Wahlordnungsvorschlägen ist damit beendet. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Das läuft ähnlich oder genauso wie eben die Geschäftsordnungsabstimmung. Zunächst werden die drei Wahlordnungsvorschläge, die jetzt hier im Raum stehen, gegeneinander abgestimmt. Anschließend wird über den, der dabei die meisten Stimmen erhält, noch einmal abgestimmt, ob er angenommen oder abgelehnt wird. Deswegen bitte ich jetzt um Stimmen für den Wahlordnungsvorschlag 1. Das ist der der PG Wahlen, den Jürgen vorgestellt hat. Alle Ja-Stimmen, bitte die blauen Karten. Ja, noch mehr, da gehen immer noch welche hoch. Leute, ja, okay. Jetzt sind, ja, okay, danke. So, dann bitte ich jetzt um Stimmen für den zweiten Vorschlag. Das ist der Vorschlag von Stefan. Ja, danke. Und ich bitte um Stimmen für den dritten Vorschlag. Der steht im Wiki unter Vorschlag 5. Das ist der, den Jan übernommen hat. Okay, also der ist schon mal raus. Für die anderen beiden Vorschläge hätte ich bitte gern noch jemanden von der Wahlleitung hier. Wir haben noch keine Wahlleitung gewählt. Okay. Dann, ich hätte gern einfach einen zweiten Blick auf die Anzahl der Leute hier, weil ich das gerade relativ unentschieden fand. Also noch einmal Stimmen für den, entschuldigt, war das der GO-Antrag? Frage. Frage geht. Ist es korrekt, wenn wir noch keine Wahlleitung haben und hier die entscheidend die Wahlordnung beschließen, noch keine Wahlleitung zu haben, formal gesehen nur, dass wir da ganz sicher sind? Ja. Moment, es sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Den Wahlleiter, den wir wählen, der sollte die Wahlordnung auch kennen. Deswegen wählen wir den erst danach. Ja, genau. Danke. Das war die Antwort. Also, ich habe jetzt hier einen zweiten und dritten Helfer der Versammlungsleitung an meiner Seite. Wir prüfen jetzt noch mal das Gegeneinanderstimmen der beiden Vorschläge. Ich bitte noch einmal um Karten für den Vorschlag der PG-Wahlen. Das war Vorschlag 1, vorgestellt von Jürgen. Bitte jetzt die blauen Karten heben. Danke. Und jetzt bitte die Karten für Vorschlag 2 von Stefan. Okay. Sorry, Leute, wenn es umständlich ist. Wir müssen das auszählen. Das ist einfach so nah beieinander. Das geht jetzt hier um das Verfahren, nachdem wir gleich die Liste bestimmen. Das ist sehr entscheidend. Das wird jetzt ausgezählt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Okay. Jetzt haben wir die Auszählung gleich. Nein, das haben wir auch nicht eigentlich. Wir haben jetzt gerade ein Problem, dass wir die Fahrleiter nicht gewählt haben. Da wird niemanden haben, mit der Auszählung gleich. Gut. Wir haben jetzt das, was in Geschäftsordnung immer so gern als formale Verklemmungen bezeichnet wird. In diesem Fall hat die Versammlungsleitung zu entscheiden, wie jetzt weiter vorgegangen wird. Weil wir haben ein Problem. Die Auszählung muss der Wahlleiter leiten. Den Wahlleiter gibt es noch nicht. Da jetzt aber die beiden Wahlordnungen hinreichend bekannt sein dürften, sollten Leute, die sich jetzt als Kandidaten für die Wahlleitung zur Verfügung stellen, durchaus auch in der Lage sein, mit dem danach gewählten Abstimmungsergebnis zu Rande zu kommen. Deswegen wählen wir jetzt zunächst einen Wahlleiter und machen dann die Abstimmung von eben nochmal mit Auszählung. Ich bitte Kandidaten für das Amt des Wahlleiters, nach vorne beziehungsweise auf die Bühne zu kommen. Und da sehe ich schon Erste. Völlig unerwartet. Wollen wir ein Duett machen? Ja. H, Ernst, wollt ihr etwas sagen? Ja. Schönen guten Morgen erstmal alle zusammen. Hier steht der Ernst Preußler und ich, der André Hoffmann. Wir haben uns im Vorfeld schon bereit erklärt, heute die Wahlleitung zu übernehmen in Personalunion. Nee, andersrum. Gemeinsam als Pärchen. Das gefällt euch, das ist mir klar. Wir kennen beide Wahlordnungen. Wir haben auch schon diverse Sachen vorbereitet, um mit beiden Wahlordnungen wählen zu können. Wenn ihr uns vertrauen wollt, dann schenkt uns eure Stimme und Ernst, wenn du noch etwas ergänzen willst. Ich wollte nur ergänzen, dass es überhaupt keine Rolle spielt, dass ich jetzt für das Verfahren der PG-Wahlen massiv votiert habe. Ich werde natürlich selbstverständlich das Verfahren vom Stefan genauso korrekt und ordentlich durchführen. So, da wir einen verantwortlichen Wahlleiter wählen müssen, ist das H, denke ich, oder? Also, der Hauptkandidat ist H. Deswegen, wer ist dafür, dass H hier die Wahlleitung übernimmt für diese Aufstellungsversammlung? Okay, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Dann bist du jetzt der Wahlleiter. Gut, dann bestimme ich den Ernst direkt dann als meinen Co-Stellvertreter in der Wahlleitung. Ja, und dann übergebe ich jetzt auch gleich an dich zur Auszählung über die Wahlordnung. Ja, natürlich ist das Aussehen bei irgendwie 150 Leuten für zwei Leute hier ein bisschen viel. Das heißt, wir brauchen Wahlhelfer, die brauchen wir auch später. Wer also jetzt hier als Wahlhelfer zur Verfügung stehen würde, kann sich mal bitte hier an die Bühne vorbegeben. Aber bitte keine Kandidaten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sieht 8, 9, 10. Toll. Gut, ihr seid alle keine Kandidaten, wenn ich das richtig sehe. Gut, dann vielen Dank schon mal an unsere zukünftigen Wahlhelfer. Wir dürfen nachher auch zählen, solche schönen Sachen machen. Ihr habt Pech gehabt. Danke. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, rein. 12, haben wir 12 Leute. Gut, würde ich sagen, jeder Wahlhelfer sucht sich bitte eine Tischreihe hier aus. Wobei Tischreihe vorne, Tischreihe hinten. Als Pärchen. So, haben wir ja Pärchen von Wahlhelfern an jeder Tischreihe. Hebe bitte die Hände als Wahlhelfer. Ah, okay. Zwei Leute in einer gesamten Reihe. Vorher und hinter der Tisch. Wo Tisch zählen wir jetzt? Wo Tisch, genau. Haben wir jetzt an jedem Tisch einen Wahlhelfer stehen? Wo fehlt noch einer? Da ist nur eine Person hin, den zähle ich als Wahlleiter. Nein, okay. Nein, zähle einfach den einen Tisch noch mit. Okay, gut. Gut, dann vielen Dank schon mal dafür. Dann würde ich sagen, ja. Wer zählt jetzt genau was? Zähle ich die ganze Reihe? Nein, du zählst nur die vier Tische, die es glaube ich sind, oder drei, die direkt vor dir sind. So, ich hoffe, ihr könnt eure Zahlen an euch merken, dass wir die irgendwie dann gleich notieren können. Brotter, hast du irgendwas bereit, dass wir die Zahlen notieren können? Ja, danke. Und einen Stift hoffentlich auch. Gut. Dann haben wir hier nach wie vor zwei Wahlordnungen, die zur Wahl stehen. Der Ernst besorgt noch schnell Zettel und Stift, damit wir auch euer Votum notieren können. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an, nehmen Wahlordnung oder den ersten Wahlordnungsvorschlag, der von der PG Wahlen kam wieder als erstes. Und wer für diesen Wahlordnungsvorschlag ist, hebt jetzt wieder die blaue Karte deutlich nach oben und lässt sie auch oben. So, und die Wahlhelfer dürfen jetzt durchzählen, bitte. So, das Ergebnis der Auszählung. Vorschlag 1 hat bekommen 56 Stimmen. Vorschlag 2 hat bekommen 79 Stimmen und ist damit der mit der höchsten Option. Ja, nachdem wir das geklärt haben, in dieser unglaublichen Spannung, vergeht man wieder an die Versammlungsleitung. Vielen Dank. Ja, dann, das war jetzt ja nur eine Präferenz für einen der beiden Vorschläge. Das heißt, wir müssen jetzt noch abstimmen darüber, ob dieser Wahlordnungsvorschlag, der jetzt die Mehrheit gewonnen hat, angenommen wird oder nicht. Deswegen bitte ich jetzt, die Karten zu heben, wer dafür ist, den Wahlordnungsvorschlag 2 anzunehmen. So, das ist eindeutig die Mehrheit. Damit haben wir eine Wahlordnung. Und ich würde jetzt gerne wieder an den Versammlungsleiter übergeben. Hallo? Hallo? Du wieder? Ich würde jetzt gerne wieder an dich übergeben. Ja. Machst du jetzt wieder den? So, dann werden wir mal über die Tagesordnung abstimmen. Die sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, als sie hier steht. Also, wir haben ja die Geschäftsordnung jetzt schon beschlossen und die Wahlordnung. Der Rest ist auch nicht so, wie ich das möchte. Also, was wir jetzt noch machen werden, ist, die restlichen Versammlungsämter wählen. Die Wahl von Zeugen der Versammlung... Hallo? Ton? Hallo? Ah, danke. Die Wahl von Zeugen der Versammlung möchte ich machen, wenn die Wahl vorbei ist. Weil die sollen das auch bezeugen können und nicht dann einfach abhauen. Das kam auch schon vor. So, das heißt, die Wahl von Zeugen kommt ganz nach hinten auf die Tagesordnung. Ja, gibt es da irgendwelche Anmerkungen zu? Lässt sich das gerade irgendwie schnell... Okay. So, der Bert ändert das gerade schnell. Eine Frage dazu. Was ist denn, wenn sich dann morgen jemand als Zeuge findet, der heute früh gar nicht da war und das dann eben am Anfang gar nicht bezeugen kann? Wer sich jetzt als Zeuge bereit erklärt, geht halt die Verpflichtung ein, bis morgen zum Ende zu bleiben. Die Verpflichtung haben schon andere eingegangen und waren dann nicht mehr da am Ende. Und das möchte ich nicht riskieren. Ich glaube, dass hier genug Leute sind, die heute und morgen da sind. Der Zeuge, der das unterschreibt, der macht das eidesstattlich. Und wenn er heute nicht da war, ist das sein Problem, wenn er in meinerheit leisten möchte. Und wenn er morgen nicht unterschreibt, hat er keine eidesstattliche Erklärung abgeschlägt. Also... Auch für die Spannung ist das ein Problem. Okay. Bert, ist das okay jetzt so? Also wir... Ja, ich... Okay. Dann machen wir jetzt weiter im Grunde mit der Wahl der Versammlungsämter. Ja, 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 immer in der Ruhe. Das ist jetzt der nächste Punkt eigentlich. Und den Rest, den wir schon mal gemacht haben, der fällt aus der Tagesordnung weg. Denk durch den einfach weg jetzt. Von dem, was ihr da seht. Dann würde ich die Tagesordnung ganz gern abstimmen. Wer ist denn für, beziehungsweise gegen diese Tagesordnung? Wenig überraschend ist diese Tagesordnung angenommen. Okay, wir brauchen weitere Versammlungsämter. Und zwar brauchen wir den Schriftführer. Der Schriftführer ist zuständig, diese Wahlunterlagen, die man beim Wahlamt abgeben muss, ordnungsgemäß aufzufüllen und das zu überwachen, dass das alles super abläuft. Gibt es da Freiwillige, bevor ich den Lothar vorschlage? Möchte das jemand machen? Dann schlage ich den Lothar vor. Der Lothar hat es bei der AV in Frankfurt gemacht und ich weiß, dass der Lothar das super macht. Der Lothar kann sich da auch gerne Helfer für suchen. Idealerweise vielleicht die Leute, die dann Vertrauenspersonen sind, weil die damit auch zu tun haben werden. Lothar, bist du denn bereit? Hast du mich jetzt, Lothar? Okay, er ist bereit. Wer ist denn dafür oder dagegen, dass der Lothar den Schriftführer macht? Dann, vielen Dank, Lothar. Das ist ein ehrenvoller Job. Okay, wir brauchen Vertrauenspersonen. Und zwar brauchen wir eine Vertrauensperson, eine stellvertretende Vertrauensperson, eine Ersatzvertrauensperson und eine Ersatzvertrauensperson für die stellvertretende Vertrauensperson. Nein, aber ist es auch nicht die erste AV, die ich mache. Okay. Gibt es hier Freiwillige oder muss ich Bernd Fachinger vorschlagen? Also, Vertrauensperson. Wer möchte das hier irgendjemand machen? Die Vertrauensperson ist die Person, die dann in Wiesbaden mit dem Wahlleiter kommuniziert und die ganzen Unterlagen einreicht und guckt, dass die vollständig sind und so weiter und so fort. Das ist ein Job, der manchmal viel Arbeit macht, weil man den Leuten hinterherrennen muss. Deswegen möchte ich da Leute haben, idealerweise direkt vier Stück, die da auch sehr zuverlässig sind. So, wer meldet sich denn? Dann haben wir einmal den Peter, dann haben wir hier den Christian, den Christian Fleißner, der Jürgen würde hier den Ersatz machen. Ah, der Herr Hampe, was denn? Welche Position? Ah, irgendwas, Ersatz, alles klar. Dann fangen wir doch mal an jetzt mit der ganz, ganz großen Vertrauensperson. Vertrauensperson. Das wären dann Peter oder Christian. Ist das richtig? Ihr würdet beide die Vertrauensperson machen. Wollt ihr da euch kurz vorstellen oder sowas? Oder offenbar nicht? Dann steht doch mal beide auf, damit die Leute sehen, wer ihr seid. Der Christian ist der im orangenen Pulli und der Peter ist der mit der Sonnenbrille. Dann wählen wir jetzt mal hier kurz per Winkzeichen. Wer wäre denn für den Peter als Vertrauensperson? Wer wäre denn für den Peter als Vertrauensperson? Und danke schön. Wer wäre für den Christian als Vertrauensperson? Okay, danke. Dann haben wir den Christian als Vertrauensperson schon mal gewählt. Peter, machst du auch Ersatz irgendwas? Ist dir egal was? Dann, oder, weil wir haben als Ersatzvertrauensperson steht hier der Jürgen bereit. Will sonst jemand dagegen kandidieren? Der Hampe winkt ab, der macht Ersatz, Ersatz. Dann haben wir hier keinen Gegenkandidaten. Wer ist denn für den Jürgen als Ersatzvertrauensperson? Wer ist dagegen? Auch diese Position ist vergeben. Dann nehmen wir die, jetzt komme ich langsam durcheinander, ja, jetzt kommt die Ersatzvertrauensperson. Mein Gott. Hampe, alles klar, gibt es sonst noch jemanden? Christoph Hampe steht zur Wahl als Ersatzvertrauensperson. Wer ist dafür? Willst du weiter dagegen? Du hast den Job. Dann brauchen wir noch die Ersatzvertrauensperson für die stellvertretende Vertrauensperson. Peter, willst du? Alles klar, noch jemand? Niemand. Peter Steimann als Ersatzvertrauensperson für den Stellvertreter, dafür, dagegen. Danke, haben wir auch abgehandelt. Kriegst du den Sammlungsamt noch? Ja, gebe ich dir gleich. Die vollen Namen kriegst du gleich noch. So, die vollen Namen gehen gleich noch ans Protokoll. Gut, dann sind wir mit der Wahl der Personen durch oder übersehe ich gerade jemanden? Das ist ja Wahnsinn. So, dann werden wir jetzt gleich schon Richtung Wahl gehen oder Richtung Vorstellung. Bevor ich das übergebe, das werden gleich der Ernst und der André werden erklären, wie das läuft. Formal bin ich der Versammlungsleiter, das läuft diesmal anders. Ich werde die Kandidatenliste eröffnen und schließen. Ich werde jetzt hiermit die Kandidatenliste eröffnen und übergebe an die beiden Wahlleiter zur Erklärung, wie das jetzt läuft. Da muss ich ja widerspiegeln. Ja, da muss ich jetzt halt. Wer hat ja nervös. Jetzt. Jetzt. Also, wenn die Kandidatenliste eröffnet wird, können logischerweise Kandidaten vorgeschlagen werden. Man kann sich auch selber als Kandidat vorschlagen. Die Kandidaten, die antreten wollen, gehen bitte hier vorne zum Antragsbüro, zum Protter. und stellen sich da vor mit Namen und aus welchem Kreisverband beziehungsweise aus welchem Ort sie kommen, damit das Ganze schon mal bimertechnisch aufbereitet werden kann. Wenn wir dann soweit erstmal alle Kandidaten hier gefunden haben, werden die Kandidaten nummernlosen, die dann bestimmen werden, welcher Kandidat sich in welcher Reihenfolge vorstellen wird. Und ja, das ist glaube ich für den Moment ausreichend Information, wie es dann weitergeht. Erzähl mal später. Oder habe ich was vergessen? Ach so, ja. Für die Kandidaten haben wir wunderschöne Nummern vorbereitet. Das heißt, die Nummer, die sie ziehen, werden sie auch als formschönes A4-Blatt erhalten, um es immer präsentieren zu können, mit jeder weiß, ah, das war die Nummer so und so. Ernst, unser Nummerngirl. Danke. Dann eine Frage, André. Ich würde jetzt vorschlagen, dass die Kandidaten, die wissen, dass sie kandidieren, jetzt zu euch kommen und euch die Bude einrennen. Und wenn dieser Andrang vorbei ist, dann fragen wir hier rum, ob es noch Vorschläge gibt, ob jemand irgendjemanden vorschlagen möchte. Ist das okay? Gerne. Aber wie gesagt, kommt als erstes zum Protter, sagt euren Namen, wo ihr herkommt und dann könnt ihr auf die Bühne kommen. Danke. Dann bitte schön, bearbeitet den Protter mal ein bisschen. Wir brauchen noch einen Namen eines Wahlhelfers von vorhin, der möge sich bitte hier melden, der sich noch nicht hier beim Protokoll eingetragen hat, dass er oder sie Wahlhelfer war. Also, wer Wahlhelfer war, bitte nochmal hier vorkommt. Ich hammer, Michael. Wir wissen nicht, wer der Elfte war. Einer fehlt uns noch in der Liste. So, wer von den Kandidaten eine Wählbarkeitsbescheinigung dabei hat, die noch nicht abgegeben hat, dem bitte ich das jetzt schon mal zu tun. Das gleiche gilt für die Zustimmungserklärung. Wer die dabei hat bzw. hier vorne noch ausfüllen kann oder will, möge das bitte tun. Das macht im Nachgang die ganze Geschichte für die Vertrauensleute einfacher. Vielen Dank für euer Gehör. Hallo, liebe Versammlung. Wir können mal ein bisschen leiser werden. Es gibt manchmal ein paar Durchsagen. Wir können alle mal leiser werden. Und mit alle meine ich alle, auch die Kandidaten oder irgendjemanden. Also, die gute Nachricht ist, in ungefähr 10 Minuten wird draußen das Essen aufgefahren. Wer ein Essen bestellt hat, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Minuten kann er sich sein Essen draußen abholen. Ich sehe hier niemanden mehr stehen. Wenn noch jemand sich berufen fühlt zu kandidieren, sollte er so langsam mal Richtung Protter gehen. Ansonsten würde ich hier fragen wollen, gibt es hier irgendjemanden, der noch jemanden vorschlagen möchte? Dann würde ich nämlich demnächst die Kandidatenliste oder vielmehr die Kandidierendenliste schließen wollen. Also, ich bitte noch mal zuzuhören. Es gibt immer noch die Chance für die Kandidaten, ihre Zustimmungserklärung da vorne abzugeben. Wer das noch nicht getan hat, sollte das tun. Der Schriftführer wird das alles eintragen müssen und braucht diese Unterlagen dringend. Wenn ein Kandidat das nicht abgeben möchte, dann haben wir nichts in der Hand, dass er wirklich kandidieren möchte. Ansonsten mache ich einen letzten Aufruf zum Kandidieren. Möchte noch irgendjemand jemand vorschlagen? Das ist nicht der Fall. Dann werde ich die Kandidierendenliste schließen und zwar jetzt. So, es gibt gleich eine Verlosung von Nummern. Der André wird jetzt hier nach oben kommen und euch das erklären. Folgendes wird passieren. Wir werden dann ein paar organisatorische Dinge tätigen, wenn das geschehen ist. Wir werden das als Mittagspause nutzen von einer maximal halben Stunde, sobald die Formalien hier erledigt sind. Der André erklärt euch jetzt mal das Losverfahren. Also, sobald wir wissen, wie viele Leute jetzt hier als Kandidaten antreten werden, werden diese Kandidaten hier vorkommen. Wir haben eine Wahlurne. In der Wahlurne befinden sich Nummern von 11 bis 49 aktuell. Falls es nicht reicht, müssen wir noch nachdrucken. Jeder Kandidat wird dann aus diesem Lostopf eine Nummer ziehen, bekommt sein formschönes A4-Platz. Und das wird dann die Reihenfolge sein, in der sich die Kandidaten vorstellen, in der die Kandidaten dann auch befragt werden. Im Endeffekt auch die Nummer sein, die auf dem Wahlzettel steht, beziehungsweise für die Anordnung auf dem Wahlzettel sorgt. Wollt ihr ein bisschen Ruhe einkehren lassen? Also gerade die Kandidierenden sollten jetzt zuhören, weil sie sollten wissen, was danach passiert. Ja, wir haben in diesen Losen auch fünf Nieten versteckt. Also wer eine Niete zieht, ist direkt raus. Das war ein Spaß. Ich möchte auch darum bitten, dass die Kandidierenden in den nächsten Minuten hier im Raum bleiben. Ein kleiner Hinweis noch an alle Kandidaten. Der Christian Hufgaard ist hier und ist bereit, von jedem Kandidaten ein Foto zu machen, das wir später als Pressefoto verwenden können. Wer das möchte, kann sich dann bitte an den Christian Hufgaard wenden. Ansonsten steht hier auch der Reinhardt, der scheinbar Fotos macht und viele, viele andere Leute. Michael, Michael Wirat, du stehst gerade so günstig da, ich habe einen Auftrag für dich. Kannst du bitte nach draußen gehen zu den Rauchern und sagen, jeder, der kandidiert, hat sofort hier bitte im Saal zu erscheinen. Würde es mir einen Gefallen tun damit. Dankeschön. Sind alle Kandidierenden jetzt im Raum? Die Kandidierenden können sich jetzt mal hier in einer Liste vor dem Podium allmählich sammeln. Es geht darum, dass sie ihre Nummer bekommen. Das wird zufällig gezogen. So, ich nutze die kurze Pause. Er erkläre kurz, wie das ablaufen wird. Der Ernst wird gleich da oben stehen, wird euch namentlich aufrufen. Ihr geht dann hier ans Mikro, sagt kurz, ich komme aus, wo ihr auch immer herkommt. Vielleicht KV noch dazu oder so. Kommt dann zu mir und zieht ein Los, das ihr dann öffentlich präsentiert. Das ist eure Nummer. Ihr bekommt dann nochmal die Nummer in groß. Und dann dürft ihr Mittagessen gehen. So, für die interessierte Masse. Das ist die Wahldrommel mit den Losen. Die mische ich auch nochmal durch. Denkt an die Nieten. Das sind die roten Zettel. Bevor ihr anfangt, das Essen draußen ist bereit. Seid bitte leise, wenn ihr rausgeht und euch was holt. Und stört hier bitte den Ablauf nicht. So lange wird das nicht dauern. Und dann machen wir auch eine kleine Pause. Springer kommt. So, es geht los. Wir haben durch eine Laune des Schicksals 36 Kandidaten und 36 Lose vorbereitet. Als hätten wir es gewusst. Okay, Arne Pfeilstegger. Lasst mal die Leute durch. Stell dich kurz vor. Ganz kurz, Name und Kreisverband. Ja, mein Name ist Arne Pfeilstegger. Pssst. Mein Name ist Arne Pfeilstegger. Ich komme aus dem Kreisverband Bergstraße. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Applaus So, der nächste ist Axel Schwenk. Es ist nach Vornamen sortiert, also ihr könnt euch schon mal ein bisschen vorsortieren. Mein Name ist Axel Schwenk und ich komme aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Wir haben noch keinen Kreisverband, aber was nicht ist, kann noch werden. 34, Bernhard Kern, Kreisverband Darmstadt. Nummer 10, ohne Nummer, keine Nummer. 16, 16. 14, Björn Semrau. Hallo, ich bin Björn Semrau, ich bin aus dem Kreisverband Darmstadt-Darmstadt-Dieburg. 41. Knapp vorbei, ist auch daneben. Kamelito Bauer. Ja, Kamelito Bauer aus Marburg im Kreisverband Marburg-Biedenkopf. 36. 36, so, Christian Bethke. Ja, hallo. Mein Name ist Christian Bethke, Kreisverband Frankfurt. Ja. Sozusagen unsere Nummer 1. So, dann Christoph Steltner. Hallo, ich bin Christoph Steltner aus Marburg im Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Oh, 23. Ist jetzt nicht so überraschend, dass die Verschwörungsnummern kommen. 23 war die Nummer. Ich schreibe es aber auch nochmal auf. So, Enrico Rösch. Hallo, der Enrico Rösch aus Michestadt im Odenwald-Kreis. Ja, ich bin nur eingewollt. Ja, ich bin nur eingewollt. 45. 45. Erik Manneschmidt. Jo, Erik Manneschmidt, Stadt- und Kreisverband Frankfurt am Main. 13. Die 13. Ja, ja, die nächste Unglückszahl. So, Frank Schäfer. Dafür haben wir jetzt einen Proxy. Der Frank kommt noch, der hat seine Bereitschaft erklärt. Das heißt, der Gerhard, stell den kurz vor. Ja, hallo, Gerhard Schwanz. Ich vertrete auf Wunsch der Wahlleitung den Frank Schäfer aus dem Kreisverband Main-Taunus noch ein paar Minuten. Er ist auf dem Weg hierher. Und ich nehme jetzt mal die Formalien entgegen. Welche Nummer? 49. Das ist in Ordnung. Das ist super. Das ist nämlich die letzte. Das heißt, er kann sich Zeit lassen. So, Hans-Carlos Hoffmann. Hallo, mein Name ist Hans-Carlos Hoffmann und ich komme aus dem Kreisverband Gießen-Landil-Kreis. Heinz-Ulrich-Eisner. Wie viel? 39. Heinz-Ulrich Eisner. Ja, hallo, ich bin Heinz-Ulrich Eisner, Kreisverband Kassel-Stadtland-Webb. Neuerdings heißen wir. 46. Herbert Förster. Ja, hallo, ich bin Herbert aus Frankfurt. 32. 32. Der nächste, Herbert aus Frankfurt, nämlich der Rusche. Hallo, ich bin Herbert, aber der Rusche aus Frankfurt. Ich habe die 27. Jan läutert. Wird nicht gesagt. Ja, der Jan läutert aus dem Main-Kinzig-Kreis. 48 war das. So, dann Katrin Hilger. Hallo, ich bin die Katrin Hilger aus Frankfurt. Welche Nummer? 38. Klaus Mann-Henke. Hallo, ich bin der Klaus Mann-Henke aus Woratar, Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Ich habe die Nummer 12. So, der Knut Bench. Ich bin der Kenert, ich wohne in Frankfurt und ich habe die Nummer. Die musst du selber ziehen. Nee, ja vorher nicht eben. 35. Lena Simon. Hallo, ich bin Retiko Lena, aufgewachsen im Odenwald, wohnhaft in Bielefeld, sehr verwandt auch zu Berlin, lässt sich nicht so ganz sagen, wo ich herkomme. Ich bin der Klaus Mann-Henke aus dem Kreisverband Darmstadt, Darmstadt-Dieburg. Und ich habe die Nummer 15. Martina Flasch. Ja, hallo, ich bin Martina Flasch und komme aus dem Kreisverband Frankfurt. 37. Wie viel war es? 37. Matthias Garscher. Ja, hallo, Matthias Garscher, mein Name, Kreisverband Frankfurt. 32. Matthias Graus. Hallo, ich bin Matthias Graus, auch vom Kreisverband Bergstraße. 22. Dann nächstes Michael Balke. Balke, Balke. Wir haben ziemlich viele Michaels. Hallo, Michael Balke aus Weißenborn, aus dem Werra-Meißner-Kreis. Psst. Die 19. Michael Stark. Michael Stark aus dem Kreisverband Hochtaunus. Und ich habe die Nummer 24. Michael Kittlaus. Kommst gleich. Ja, Michael Kittlaus aus dem Kreisverband Darmstadt, Darmstadt-Dieburg. Und bei mir ist es die 25. Michael Bräuckel. Michael Bräuckel aus dem Kreisverband Darmstadt, Darmstadt-Dieburg. Nummer 26. Wie viel? 26. Ja, wir sind ja auch... Wie viel? Neun. Neun haben wir noch. So, Ralf Mohler. Mein Name ist Ralf Mohler. Ich komme auf den schönen Vogelsberg. Da liegt nur noch einer, oder? Umgedreht. 31. So, Reinhard Schaffert. Hallo, Reinhard Schaffert aus Büdingen, Kreisverband Wetterau. Nummer 17. Dann Robert Steinholzheim. Robert Steinholzheim aus Wiesbaden. 47. Thorsten Wirth. Ja, Thorsten Wirth, K.V. Frankfurt. Nummer 21. Fetschi Yasana. 42. Fetschi Yasana, Kreis Offenbach. Nummer 44. Wer kriegt die 42? So, Volker ist der Nächste. Hallo, ich bin Volker Berghaut aus dem Kreisverband Kassel-Stadtland-Webb. Und ich habe die Nummer 43. Die Einschläge kommen näher. So, Sascha Neugebauer. Sascha Laberlohe Neugebauer aus dem Hochtaunus-Kreis. Nummer 28. Hans-Gerhard Friedrich-Hoffmann. Ja, ich bin Hans-Gerhard Friedrich-Hoffmann. Ich komme aus dem Kreisverband Offenbach. Und wollen wir mal sehen, welche Nummer wir ziehen. 29. Tja, dann Oliver Foltin. Ja, hallo, ich bin Oliver Foltin und komme aus dem KV Wiesbaden. Hey. Wer hätte es gedacht, 49? Ja, genau, jetzt geht es nach den Nummern. Wir werden... Genau, ich würde sagen, wir machen da jetzt eine gute Reihenfolge. Und dann... Ich übergebe an die Versammlungsleitung. So, wir werden das jetzt ein bisschen vorbereiten. Das wird einen Moment dauern. Wir machen jetzt eine Pause von 20 Minuten. und danach beginnen wir mit der Befragung der Kandidaten. Wir beginnen mit der Nummer 11 in aufsteigender Reihenfolge. Eine schöne Pause und bis gleich. So, bevor wir anfangen, erkläre ich einmal kurz das Prozedere, weil ich öfters gefragt werde. Dazu bitte ich um ein bisschen Ruhe. Ich erkläre euch jetzt, wie die Befragung abläuft. Unter Ruhe verstehe ich etwas anderes. Ich möchte, dass jetzt keiner redet. Einfach mal eine Minute. Und danach die nächsten sechs Stunden auch nicht übrigens. Also, die Kandidaten werden sich jetzt vorstellen, beginnend mit Nummer 11 in aufsteigender Reihenfolge. Jeder Kandidat hat zehn Minuten Zeit. Nach zehn Minuten drehen wir eiskalt das Mikro ab. Nachdem der Kandidat sich vorgestellt hat, wird die Versammlung befragt, ob der Kandidat befragt werden soll. Bei einer Mehrheit wird der Kandidat befragt, bei einer Minderheit nicht. Und der nächste Kandidat stellt sich vor. Wenn ein Kandidat befragt wird, gilt dasselbe wie bei allen anderen Wortbeiträgen, wie wir es vom letzten LPT kennen. Nach sieben Fragen wird die Frageliste automatisch geschlossen. und kann nach dem letzten Redebeitrag mit einem GO-Antrag auf Wiedereröffnung eventuell wiedereröffnet werden. Gibt es dazu Fragen? Hat es jemand nicht verstanden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schlage ich vor, dass wir beginnen. Der erste Kandidat, Nummer 11, ist der Christian Bethke. Kandidaten stellen sich bitte alle hier vorne vor. Und ich bitte um Ruhe die ganze Zeit. Wir wissen, dass wir, wenn wir Leute hier in den Bundestag wählen, vier Jahre lang meckern darüber, was sie machen. Wenn wir aber bei der Aufstellungsversammlung die ganze Zeit hier rumlabern und sonst was machen und nicht aufpassen, gibt es auch kein Recht zu meckern. Also bitte fair sein allen Kandidaten gegenüber. Und komm bitte hoch, Christian. So, darf ich? Moment. Okay, die Redezeit bitte ist auch angezeigt. Möchtest du, dass ich dich kurz vor Ablauf daran erinnere, wann die Zeit vorbei ist? Ich habe hier eine Uhr laufen. Alles klar. Gut. Dann leg bitte los. Ahoi, hessische Piraten. Ja, mein Name ist Christian Bethke. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Mitglied des Kreisverbandes Frankfurt. Und ich freue mich sehr, hier heute eigentlich sogar als Erster gleich diesen Reigen der Kandidatenvorstellung eröffnen zu dürfen. Es ist ja heute auch gerade für die Piratenpartei Hessen aus meiner Sicht ein sehr besonderer Tag. Wir haben heute den 16. Februar. Das heißt, wir, ja, ich muss uns allen erstmal gratulieren. Wir sind nämlich heute sechs Jahre alt geworden. Und wir haben jetzt unsere nächste Aufstellungsversammlung für den Bundestag. Und im Vergleich zu der Aufstellungsversammlung 2009 haben wir doch, auch wenn die Zahlen momentan nicht unbedingt die besten sind, viel größere Chancen, vielleicht auch wirklich dieses Jahr in den Bundestag einzuziehen. Ja, das würde also im Endeffekt bedeuten, die ersten Piraten im Bundestag. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen was noch zu mir erzählen. Also ich bin seit Anfang 2009 Pirat. Das sind jetzt ziemlich genau vier Jahre. Und damals, als ich eingestiegen bin, waren wir bei 0,5 Prozent. Das war die Landtagswahl 2008, wenn ich mich richtig entsinne. Und wir stiegen dann auch ein in den Landtagswahlkampf und Europawahlkampf und hatten dann diese zweite Landtagswahl in Hessen, bei der wir dann immerhin 0,9 Prozent auch schon erreicht hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Und das waren ja damals für uns riesige Zahlen. Ich meine, wir waren eine niegelnagelneue Partei. Es war etwas wirklich Besonderes. Ich bin also jetzt seit vier Jahren dabei, habe in dieser Zeit mit der Piratenpartei unglaublich viel erlebt. Wenn ich so meine Zeit zurücksehe, kommt es mir häufig vor, als wären es viel, viel mehr als vier Jahre eigentlich gewesen. Nicht nur, weil es häufig sehr schwierig war, sondern auch, weil wir einfach unglaublich vieles erreicht haben in diesen vier Jahren, unglaublich vieles auch schon bewegt haben. Ja, und weil ich auch unglaublich viele interessante und auch spannende Menschen in der Zeit kennengelernt habe, was diese Zeit doch unglaublich auch erweitert hat im Endeffekt. Ja, in diesen vier Jahren habe ich mich in den verschiedensten Bereichen in der Piratenpartei schon betätigt. Ich war auf Kreisverbandsebene tätig, ich war auf Landesverbandsebene tätig, ich war auf Bundesebene tätig, habe dabei zum Beispiel damals die Projektgruppe Wahlen für die Bundestagswahlkampf 2009 hier in Hessen geleitet, das war so eine meiner ersten Tätigkeiten, war Gründungsbeauftragter für den Kreisverband Frankfurt, was auch in einer aus meiner Sicht wirklich sehr spannenden und großen Gründung endete, habe zwischendurch in den verschiedensten Kreisen Pressearbeit gemacht und habe auch ansonsten an vielen, vielen Stellen, glaube ich, organisatorisch bei uns einiges gemacht. Ich glaube, viele haben das auch schon mitbekommen und auch erlebt, zumindest die, die mich kennen. Ich kandidiere heute, um für euch in den Bundestag zu gehen, um für Hessen in den Bundestag zu gehen und um die Interessen von Hessen und aber auch von der Piratenpartei Hessen, aber natürlich auch der gesamten Piratenpartei im Bundestag zu vertreten. Daher ist natürlich die Frage, was bedeutet politisches Handeln für mich und wofür stehen wir Piraten auch aus meiner Sicht? Ich möchte gerne in den Bundestag, um diesem politischen System hier in Deutschland ein piratisches Systemupdate abzugeben. Das bedeutet für mich Kooperation statt Konfrontation. Das heißt, kooperative Ansätze in dem politischen System, keine Grabenkämpfe aus Ideologien heraus, keine Fraktionszwänge, wie sie momentan vielfach gelebt werden und meiner Meinung nach absolut grundgesetzwidrig sind, gute politische Ansätze anderer Mitbewerber oder auch anderer Organisationen fördern und schlechte politische Ansätze auch dementsprechend öffentlich machen und auch versuchen zu verbessern und dementsprechend gute Politik daraus zu machen, die für alle Menschen steht. Ich möchte Freiheit und Bürgerrechte weiter beschützen und Korruption und Vorteilsnahme bekämpfen. Dafür ist es nötig, das Schaffen politisch Handelnder transparent zu gestalten und dementsprechend auch diesen, ich sage einmal, fatalen Lobbyismus, der wirklich nur kleinste Partikularinteressen unterstützt, zu bekämpfen. Ich möchte die freie Entfaltung aller Menschen fördern. Ich möchte natürlich, ich meine, eigentlich braucht man es hier nicht zu sagen, die Freiheit des Netzes erhalten und werde immer dafür kämpfen, dass Zensurbestrebungen und ähnliches nie eine Chance haben werden hier in Deutschland. Und genauso ist es für mich auch wichtig natürlich, dass wir die freie Presse erhalten. Ich möchte Wirtschaft für die Menschen in diesem Land statt für irgendwelche Systemeliten. Denn jeder Mensch muss in diesem Land ohne Existenzängste sich entwickeln können. Ah, die Uhr läuft doch nicht mit. Sehe ich gerade. Wie viel haben wir denn noch? Ah, sind noch ein bisschen. Ein wichtiges Thema für mich ist auch Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, das wird ja momentan schon vielfach bei uns, auch schon seit Wochen und Monaten diskutiert. Ich habe dabei natürlich das, in Anführungszeichen, Problem, dass ich in meinem Umfeld bisher sehr, sehr viel Gleichberechtigung erlebe. Mir ist aber durchaus bewusst, dass es auch viele Ebenen gibt, wo es das nicht gibt, wo es Diskriminierung gibt auf den verschiedensten Ebenen. Ich glaube aber nicht, dass wir so etwas lösen können, indem wir irgendwelche Quoten einführen oder irgendwie Gleichberechtigung erzwingen, sondern wir müssen gesamt mit allen Menschen zusammen im Endeffekt die gesellschaftliche Aufklärung führen und dementsprechend dafür sorgen, dass einfach Gleichberechtigung in allen Bereichen für alle Menschen vollkommen normal ist. Im Endeffekt möchte ich mit allen Menschen in diesem Land Diskurse führen, wie wir unser Land weiterentwickeln wollen, wie wir im Endeffekt unser Land besser gestalten können, als es bisher so ist und möchte dementsprechend natürlich auch die Methoden der, ich sage einmal, Basisdemokratie oder der direkten Demokratie massiv verbessern. Ja, ich persönlich will, dass wir mit diesem Projekt Piratenpartei erfolgreich sind. Und zwar nicht für uns als Selbstzweck, sondern für die Menschen in diesem Land, für die wir hier heute sitzen, um auch Verantwortung zu übernehmen, um diese Republik im Endeffekt besser und auch für alle besser zu gestalten. Ich halte es dabei für absolut idiotisch, man kann es nicht anders sagen, was momentan innerhalb der Piratenpartei läuft. Diese Selbstverfleischungskämpfe auf allen Ebenen, die ich mir teilweise gar nicht erklären kann, sollen oder müssen aus meiner Sicht aufhören. Und ich bin überzeugt, dass wir aber eigentlich auch nicht von irgendwelchen Vorständen, die da oben sitzen und sich irgendwie streiten, abhängig sind. Wenn wir als Piraten, als Basis den Menschen zeigen und auch der Presse zeigen, dass wir gute Politik machen wollen, dann wird niemand mehr darauf hören, was irgendwo ein Landes-, Bundes- oder auch Kreisverstand oder wer auch immer macht. Solange wir als Basis zusammenstehen und das Beste wollen, kann uns aus meiner Sicht nichts aufhalten. Ansonsten kann ich nur sagen, redet mit den Kandidaten, die wir hier haben. Es sind immerhin 36 Stück. Nutzt die zwei Tage auch vielleicht noch für persönliche Gespräche, um die besten Kandidaten zu finden für den Hessischen Landesverband. Und ich wünsche allen Mitbewerbern, möchte ich mal sagen, weil Konkurrenten gefällt mir wirklich nicht, das ist es nicht, viel Erfolg und das Beste im Endeffekt. Denkt selbst, handelt selbst. Vielen Dank. Und für alle, die es vergessen haben, ich bin die Nummer 11. Vielen Dank, Christian. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja. Dankeschön. Dann frage ich jetzt die Versammlung. Möchtet ihr den Christian befragen? Bei Ja bitte die blaue Stimmkarte, bei Nein die rote Stimmkarte? Durchwachsen. Die Karten mit nach oben lassen noch. Die Versammlung ist der Meinung, der Kandidat wird nicht befragt. Bevor wir zum nächsten Kandidaten kommen, wir haben ein kleines Problem mit dem Timer. Der Püt ist gerade dabei, das zu reparieren. Das dauert 1-2 Minuten. Und dann funktioniert auch der Timer auf der Anzeige wieder. Wer ist denn der nächste? Klausenmann, Henke. Jan, es sieht gut aus. Ist es auch so? Warte mal, 6 Sekunden. Nein, ist es nicht. Okay, mal eine Frage an die Versammlung. Der Anzeigenfehler, den wir hier gerade haben, der tritt temporär auf, nur bei einigen Minuten, warum auch immer. Wir sind dabei, das zu fixen. Ist das für irgendjemanden ein Problem, wenn die gerade mal noch vielleicht 1-2 Kandidaturen kurzfristig falsch angezeigt wird? Oder der Timer läuft richtig und wird auch alle 2 Minuten richtig angezeigt? Dann können wir nämlich gleich weitermachen, wenn der Püt mir... Also wenn ihr bei euch ein Backend aufruft, dann funktioniert der... Ihr seht ihn richtig im Backend, der läuft nicht. Ja genau, also wir sehen ihn richtig. Okay, dann machen wir weiter. Nächster Kandidat ist Kandidat 12, der Klaus Mann, Henke. Du kannst hier hochkommen, wenn du möchtest, und dich vorstellen. So, ein kleiner Moment, ich gebe dir ein Zeichen. Du kannst anfangen. Hallo, guten Tag, liebe Paraden und ein Ahoi von hier oben. Ich bin der Klaus Mann Henke aus Woratal, gehöre zum Kreisverband Marburg-Biedenkopf und meine Stimme muss ich ein bisschen entschuldigen, weil ich bin ziemlich stark erkältet. Ich kann jetzt mit keiner so großen Rede dienen wie mein Vorredner, sondern ich möchte mich nur kurz vorstellen. Ich bin seit einem Jahr erst hier in der Piratenpartei und bin jetzt seit kurzem hier für unseren Landesverband im Schiedsgericht als Schiedsrichter tätig. Deshalb kann ich also noch nicht auf so eine lange Historie zurückblicken. Aber die Arbeit macht bisher Spaß und die Piratenpartei ist die einzigste Partei, die wirklich die Basis noch mitreden lässt. Alle anderen politischen Parteien kamen für mich nie in Frage, beziehungsweise es stimmt nicht ganz. Ich war mal ein Jahr Mitglied in der CDU und da wurde mir dann von einem Landtagsabgeordneten gesagt, der normale Bürger wäre nicht in der Lage, die Tragweite von politischen Entscheidungen zu überschauen, die über den Kreis hinausgehen. Und das hat mir dann doch gezeigt, dass ich in normalen Parteien schlecht aufgehoben bin und habe mich da auch gar nicht vertreten gefühlt. Und dann, Gott sei Dank, vor einigen Jahren gab es dann die Piraten und da habe ich mir dann gedacht, das ist was, da zählt die Basis noch, da kannst du mitmachen. Und das habe ich dann auch getan. Und wie gesagt, jetzt tue ich das auch hier im Landesverband im Schiedsgericht. Ansonsten zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, komme aus der Nähe von Marburg, hatte ich ja schon gesagt. Das ist der Ort Wohratal. Und ich bin ausgebildeter Elektrohandwerksmeister und staatlich geprüfter Techniker und zurzeit angestellt im IT-Bereich. Von meinen Hobbys her bin ich ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht in Gießen, bin ehrenamtlich im Vorstand des Kreiselternbeirates Marburg-Biebenkopf tätig und bin Jugendtrainer bei uns im Verein zu Hause, auch ehrenamtlich. Dann Programm für mich, wenn ich in den Bundestag gewählt werden würde, habe ich keines, sondern ich fühle mich berufen, unserer Piratenpartei ordentlich im Bundestag zu vertreten und vor allen Dingen mich ordentlich in Themen, die egal wo auch immer beraten und entschieden werden müssen, mich ordentlich einzuarbeiten und dann eben anhand von unserer Basis und anhand von meinem Gewissen immer eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Was man ja heute manchmal in den Nachrichten sehen kann, dass viele Abgeordnete gar nicht wissen, um welche Themen es überhaupt geht, die da beschlossen werden sollen. Und das finde ich besonders peinlich und das würde mir nicht passieren. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Dann noch zwei persönliche Sachen. Ich finde, heute sind im Bundestag nur noch Beamte vertreten und Berufspolitiker. Das heißt, die Meinung von euch, von mir und von vielen ist überhaupt nicht mehr vertreten. Es sind nur noch Juristen, Lehrer und einige wenige, die von klein auf in irgendeiner Partei waren und das Parteibuch vertreten, was sie von oben vorgegeben kriegen. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Hier hat die Basis noch was mitzureden. Und ich würde euch auch versprechen, falls ich gewählt würde, öfters mal die Basis zu befragen zu vielen Themen und vor allen Dingen vieles zu veröffentlichen, was an Themen auf uns zukommt, beziehungsweise auf die Abgeordneten zukommt. Was ja heute sehr wenig der Fall ist. Mein persönliches Anliegen ist eigentlich, dass Gesetze grundsätzlich so geschrieben sein sollten, dass ein normaler Bürger noch versteht und man nicht zu mehreren Anwälten gehen muss und man da dann feststellt, dass drei Anwälte drei verschiedene Meinungen haben zu Gesetzestexten. Das sollte eigentlich nicht sein. Tja, das ist meine kurze Rede gewesen. Mehr habe ich zu meiner Kandidatur nicht zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Hattest du genug Zeit, um dich vorzustellen? Also ich habe keine Uhr, aber ich denke mal, ich bin unter 10 Minuten geblieben. Alles klar. Dann frage ich die Versammlung. Möchtet ihr den Klaus befragen? Ja oder nein? Bitte die blauen oder roten Stimmkarten. Die Versammlung möchte Klaus nicht befragen. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählt. Danke. Tschüss. Der nächste Kandidat, Nummer 13, Erik Manneschmidt. Kann ich den, Moment, kann ich den noch auf dem Bima haben? Übrigens, dann sage ich mal so kurz was anderes. Ich fand das, ich fand das schön, beim Christian wart ihr wirklich ziemlich ruhig. Beim Klaus wart ihr auch ziemlich ruhig. Bisschen Gemurmel schon. Wenn ihr das so beibehaltet, die nächsten sechs Stunden, haben wir auch keine Probleme. Bisher fand ich das in Ordnung. Dankeschön. Applaus Okay, das Bima-Bild ist da. Dann Erik, bitteschön. Jo, hallo, also Erik Manneschmidt aus Frankfurt. Ich bin 37 Jahre alt und habe eigentlich alle möglichen biografischen Informationen im Wiki oder in der dort verlinkten Webseite abgelegt. Könnt ihr also, da könnt ihr mich auch natürlich fragen, wenn noch irgendwas offen ist. Ich habe eigentlich nur ein Thema und das ist, was man Empowerment nennt oder die Selbstermächtigung des Individuums, was sich quer durch die meisten, vielleicht auch durch alle Politikbereiche zieht. Wie schaffen wir es, dass der Mensch sich entfalten kann und sich auch konstruktiv in die Gesellschaft einbringen kann. Ja, wenn ich jetzt Bundeskanzlerin wäre, oder Mehrheitsführerin im Bundestag oder wie das auch immer heißt, dann ist auch egal. Wenn ich also was wirklich zu sagen hätte, dann würde ich an folgenden Punkten anfangen. Soziale Sicherheit, vor allem auch in der Form, die nicht irgendwie die Autonomie oder die Handlungsmöglichkeiten des Individuums einschränkt. Also eben nicht durch Planwirtschaft oder sowas, sondern bedingungsloses Grundeinkommen. Ich würde im Moment vor allem auch die Geldschöpfung reformieren. Die Geldschöpfung, ja, müssen wir vielleicht kurz ausholen. Heute ist unser hauptsächliches Zahlungsmittel Giralgeld. Also unbares Geld. Unbares Geld wird von den Geschäftsbanken geschöpft und unterliegt keinerlei demokratischer Kontrolle. Und das ist einer der Hauptgründe für unsere Krisen im ökonomischen Bereich. Und außerdem haben wir extrem dysfunktionale Sachen im Steuersystem laufen. Und das wäre so das Dritte, was ich machen würde, das Steuersystem rabiat vereinfachen. Und auch vor allem die ganzen Anreize so umdrehen, dass es nicht mehr steuerlich sinnvoll ist, irgendwelche schädlichen Sachen zu machen. Sondern im Gegenteil, dass ich eigentlich davon eben auch individuell profitiere, wenn ich mich so verhalte, dass es möglichst nicht dem Gemeinwohl schadet. Gut, ja, Selbstermächtigung heißt des Individuums, heißt für mich auch Selbstermächtigung aller Menschen. Das ist mir egal, ob sie in Deutschland geboren sind oder woanders oder ob sie in Deutschland leben oder woanders. Im Prinzip jedenfalls. Natürlich kann man nicht irgendwie den anderen Leuten ihre Länder retten. Das müssen sie irgendwie letztlich selber machen, aber man kann sie irgendwie unterstützen. Und das heißt auch, dass die Leute, die vielleicht erst in 100 Jahren geboren werden, möglichst noch Bedingungen vorfinden, wo sie sich auch noch irgendwie entwickeln können. Jo, das war es eigentlich schon. Fragen? Gerne. Vielen Dank, Erik. Auch an dich die Frage, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Noch einen Satz, wenn ich darf. Habe ich vergessen. Ich habe auch sozusagen haufenweise Arbeitsproben von mir im Wiki verlinkt. Könnt ihr gerne angucken, was vielleicht ihr meint, wie ich das mir konkret vorstellen könnte, dieses oder jenes. Aber ich meine, das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Ja, ich hatte genug Zeit. Danke. Danke. Dann fragen wir die Versammlung jetzt. Möchtet ihr den Erik befragen? Rote Karte für Nein, blaue Karte für Ja. Die Versammlung möchte den Erik nicht befragen. Dann vielen Dank, Erik. Ich bedanke mich. Dann kommt jetzt die Kandidatin Nummer 14, Lena Simon. So, ich bitte wieder ein bisschen um Ruhe und das Laufen hier im Saal auch ein bisschen einzustellen. Wir machen weiter. Lena, du kannst. Mein Name ist Lena Simon. Hallo. Ich möchte mit euch den Bundestag entern. Ich habe letztes Jahr aufgehört zu studieren Philosophie, Politikwissenschaften und germanistische Linguistik. Meine Abschlussarbeit habe ich geschrieben zum Thema digitale Mündigkeit und Technikpaternalismus. Ich bin im Odenwald in Südhessen aufgewachsen und habe hier auch viel Politik gemacht. Ich habe schon im Jahr 2001 mich mit Roland Koch angelegt. Der wollte meine Schule in Reichelsheim schließen und das wollte ich mir nicht so ganz gefallen lassen und habe mit Kolleginnen und Kollegen an der Schule viel gestreikt. Das war eine Gesamtschule, die war einem irgendwie ein Dorn im Auge. Ich habe mich schon immer viel politisch engagiert und habe früh Basisdemokratie ausprobiert. Ich denke, dass ich im Bundestag sehr gute Arbeit machen würde. Ich habe dort nämlich schon einige Erfahrungen gesammelt und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich war als Referentin in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft tätig. Ich weiß, wie politische Arbeit in der Realität aussieht. Ich weiß, dass das ganz anders ist, als es sich viele vorstellen. Und ich weiß, dass sich einiges davon nicht ganz so leicht mit gesundem Menschenverstand erklären lässt. Ich habe eingefleischte CDU-Politiker unter den Tisch geredet. Da ging es um das geistige Eigentum. Ich habe den Anstoß für die Einführung eines Liquid Democracy Tools in die Enquete gegeben. Es wurde dann Adhocracy. Und ich habe gesehen, dass Transparenz manchmal auch zur Showpolitik führen kann. Und wie produktiv man auf einmal arbeiten konnte, wenn die Kameras aus waren. Ich habe in vielen politischen Initiativen mitgearbeitet. Ich setze mich beim Digital Courage e.V. in Bielefeld ein für Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. In Bielefeld lebe ich oder wohne ich. Dort bin ich unter anderem auch im Orga-Team der Big Brother Awards, was vielleicht dem einen oder anderen was sagt. Ich habe Demos organisiert bei der Freiheit statt Angst Demo. Zumindest bei einer davon war ich sogar in der Demoleitung. Überdies bin ich auf die Aufgabe als Abgeordnete auch durch mein Studium gut vorbereitet. Ich kann logisch argumentieren, habe mich viel mit Politik beschäftigt. Naja, im Politikstudium halt. Und kann mit Texten gut umgehen. Und mit Texten, macht euch das bewusst, werden die Abgeordneten erschlagen. Und ich habe das alles auch schon in der Praxis angewandt. Ich bin seit 2009 bei den Piraten. Erst in Berlin und jetzt im Landesverband NRW. Ich habe schon einiges mit den Piraten erlebt. Gutes und Schlechtes. Ich habe mich mit anderen zum Affen gemacht. Manchmal auch den falschen Menschen vertraut. Und ich habe Dinge thematisiert, die mir wichtig sind. Es ist vielen nicht mehr so bewusst, aber der Umstand, dass ich die Gender-Debatte 2010 angestoßen habe, hat auch dazu geführt, dass in den Wahljahren 2011 und 2012 das Schlimmste davon schon vorbei war. Ich bin auf Einladung hier. Meine Kandidatur ist ein Angebot an euch. Ich bin nicht versessen auf diesen Job und ich hänge auch nicht mein Seelenheil daran, dass ihr mich wählt. Wenn ihr mir aber den Auftrag gebt, dann werde ich ihn auch rocken. Wenn nicht, bleibe ich auch sehr gerne in der Piratenbasis. Zu meinen Themen. Ich kann jetzt nicht alle nennen. Ich habe meine Kandidatur ja sehr kurzfristig erst bekannt gegeben. Das heißt, viele hatten vielleicht nicht mehr die Gelegenheit, im Wiki nachzuschauen. Hier ist das Internet etwas schlecht. Deswegen, weil ich das schon wusste, habe ich meinen Wiki-Eintrag ausgedruckt mitgebracht. Und damit bin ich wahrscheinlich nicht die erste Internet-Ausdruckerin bei den Piraten. Aber ich habe das draußen auf den Tisch gelegt. Da könnt ihr euch also das auch noch mal genauer durchlesen. Jetzt hier die Zusammenfassung. Digitale Mündigkeit ist mein Kernthema. Brauchen wir alle und brauchen auch alle Menschen. Zum Kochen muss man ja auch nicht Lebensmittelchemikerin sein. Datenschutz. Ich denke, dass eine freiheitliche Gesellschaft nicht ohne Datenschutz auskommen kann. Was sagt denn die Zeit? Fünf Minuten. Ah, wunderbar. Wenn ich viel über einen anderen Menschen weiß, kann ich ihn umso leichter manipulieren. Deshalb brauchen wir Datenschutz. Demokratie. Schon vor 2500 Jahren hat Platon Dinge an der Demokratie kritisiert, die wir bis heute noch nicht gelöst haben. Zum Beispiel Populismus. Die Piraten haben sich zum Ziel gesetzt, in diesem langen Prozess den einen oder anderen Mosaikstein zum Ausgleich dieser Fehler beizutragen. Ich habe mich viel mit Demokratietheorie beschäftigt und ich brenne für dieses Vorhaben. Ich kämpfe schon lange für freie Software. Ich finde, nicht nur in einem Staat müssen die Regeln frei einsehbar sein, sondern auch bei Software. Urheberrecht oder, um den wahren Feind zu benennen, das Verwertungsrecht. Dazu muss ich hier eigentlich nicht mehr viel sagen. Wir müssen aufhören, unseren eigenen Fortschritt auszubremsen, weil wir das Rad immer wieder neu erfinden. Grundeinkommen habe ich mich auch viel mit beschäftigt, finde ich spitze. Und dafür ist es sogar übrigens egal, ob es funktionieren kann oder nicht. Es wird Änderungen in die richtige Richtung anstoßen. Last but not least, Frauenpolitik. Gleichheit ist etwas ganz anderes als Gerechtigkeit. Wenn wir alle gleich behandeln, ist das noch lange nicht gerecht. Ich möchte einen Weg finden, eine gerechte Politik zu gestalten. Vielleicht gelingt das ja auch ohne Quote. Aber wir dürfen nicht mehr so tun, als ob wir kein Problem hätten. Ich bin gefragt worden, warum ich jetzt kandidiere. Wo das Piratenschiff doch gerade am sinken ist. Meine Antwort lautet, jetzt erst recht. Wir haben noch alle Chancen zu zeigen, dass Politik auch anders geht. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich habe lange gezögert, ob ich kandidiere. Und das hat einen guten Grund. Ich als Basispiratin habe einen großen Kritikpunkt an der Basis. Also gewissermaßen Selbstkritik. Wir sind zu unversöhnlich. Und das ließ mich zögern. Die Piraten sind deshalb so sympathisch, weil sie normale Menschen in die Politik bringen wollen. Aber das hat eine ganz wichtige Voraussetzung. Die Großmütigkeit der Basis. Normale Menschen machen nämlich Fehler. Erst der Umstand, dass Fehler nicht mehr verziehen werden, führt dazu, dass Politiker versuchen, ihre Unzulänglichkeiten zu verbergen und unehrlich werden. Wer Kritikfähigkeit verlangt, muss auch verzeihen können. Ich möchte offen zu meinen Fehlern stehen können und kritikfähig bleiben. Dafür brauche ich von der Basis, dass sie mir nicht dauernd öffentlich in den Rücken fällt und mich mit Shitstorms segnet. Kritikfähigkeit bedeutet auch zu wissen, wie man Kritik gut formulieren kann. Ich bin der Ansicht, dass unsere Führungsprobleme derzeit viel stärker damit zusammenhängen, dass wir unseren Vorständen nicht genug den Rücken stärken. Denn nur aus einer starken Position heraus ist es möglich, Kritik zu empfangen, sachliche Auseinandersetzungen zu führen und eine gemeinsame Linie zu finden. Ich bitte euch daher, schaut jetzt genau hin und fragt euch, ob ihr mir diese Aufgabe zutraut. Grillt mich jetzt, gebt mir, wenn ihr wollt, eure Stimme und haltet mir den Rücken frei, wenn ich dann im Bundestag vertreten sein sollte. Dann werde ich für konstruktive Kritik immer offen sein. Shitstorms werde ich mir nicht reinziehen. Deshalb nutzt die Gelegenheit besser jetzt. Danke. Wenn ich noch kurz hinzufügen darf, ich bin ja aus Bielefeld als externe Kandidatin. Ich weiß, dass das ein guter Grund ist, mich nicht zu wählen. Und auch dazu sage ich, überlegt euch das gut. Ich nehme keinem Übel, wenn er das als Grund sieht, weil es ist nun mal so, als Externe habe ich nicht den Einblick in die Lokalpolitik hier, die ihr vielleicht habt. Und das macht euch bewusst. Danke. Vielen Dank. Lena, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Okay, das ist ein Ja fürs Protokoll. Dann frage ich die Versammlung, möchtet ihr Lena befragen, Ja oder Nein? Okay, die Versammlung möchte Lena nicht befragen. Dann vielen Dank, Lena. Ich übergebe jetzt die Leitung an den Jürgen. Und, ja, bitteschön. Er macht die Klimaschöne. Er kommt hier rüber. Dann kommt der nächste Kandidat. Das ist Markus Dränger mit der 15, bitte. Und bitte etwas Ruhe im Saal. Danke. Was machst du dann? Kleinen Moment, bitte. Danke. Danke. Jan, weißt du, was du tust? Okay, bitte. Ja, guten Tag. Ich bin Markus Dränger aus dem Kreisverband Darmstadt-Darmstadt-Dieburg. Ich bin 26 Jahre alt und ich studiere Informatik. Und ich möchte jetzt für die Landesliste in Hessen kandidieren. Ich weiß, ich bin nicht der beste Redner. Und ich weiß, ich bin auch nicht der bekannteste oder lauteste Pirat in diesem LV. Aber ich möchte mich für diese Themen, die wir haben im Programm, auch im Bundestag einsetzen. Ich bin 2009 zu den Piraten gekommen, weil wir diese Visionen von einem offenen, freien Staat, wo die Informationen offen sind und die Bürger mitmachen können im Parlament, sich beteiligen können und der Verwaltung über die Schultern schauen können und Einblick haben in die Entscheidung, wie Politik gemacht wird, wie Gewalt ausgeübt wird im Staat, welche Regelungen es gibt. Und deswegen möchte ich mich einsetzen, dass wir unsere Themen endlich in den Bundestag bringen. Wir haben sozusagen den offenen Staat als das Grundgerüst, als das neue Betriebssystem, das Open-Source-Betriebssystem, was wir haben möchten, wo die API frei ist, wo sozusagen die Zugriffe auf den Staat maschinenlesbar sind, wo ich offene Daten habe, wo ich mich einbringen kann. Und ich möchte, dass wir endlich mit einem Transparenzgesetz auf Bundesebene uns für mehr Transparenz und Open-Data einsetzen. Ich will auch, dass das Parlament endlich offen ist. Ich will, dass die Ausschüsse offen sind. Ich will, dass die Unterlagen offen sind. Ich möchte, dass die Protokolle offen sind. Ich will endlich, dass die Bürger sich beteiligen können, dass sie mitmachen können, weil ohne Informationen können wir uns nicht beteiligen. Wir können nicht sagen, ja, beteiligt euch, meldet euch bei den Politikern, macht Eingaben, macht Petitionen, wenn die Informationen nicht auf dem Tisch liegen. Wenn wir Verträge machen wie ACTA, wenn wir Verträge machen wie TAFTA, wenn wir uns über Keta unterhalten, dann müssen auch die Unterlagen davon offen sein, weil ohne Informationen ist Bürgerbeteiligung sinnlos. Und wenn wir uns über Dinge wie Grundrechte unterhalten, über die Antiterrorpakete, über die Schilipakete, über die Antiterrordateien, über die biometrische Erfassung der Gesellschaft, über die Fingerabdrücke und über die biometrischen Fotos von Menschen in Reisepässen, wenn man von Flüchtlingen die Fingerabdrücke nimmt an der Grenze, wenn wir unsere Bevölkerung vollständig überwachen, wenn wir die Vorratsdatenspeicherung einführen, wenn wir die Package Inspection im Netzwerk machen, wenn wir das Internet sozusagen von seiner freien, dezentralen Art zu einer militärisch gesicherten, überwachten Infrastruktur machen, dann ist auch unsere Meinungsfreiheit, unsere Informationsfreiheit, unser Datenschutz gefährdet. Wenn wir im Internet kommunizieren, dann möchten wir das anonym tun. Wir möchten das geheim tun. Wir möchten, dass wir frei kommunizieren können. Wir möchten Briefgeheimnis auch für Telekommunikationsdaten. Und wenn ich sage, dass Verbindungen im Netz nicht überwacht werden sollten, dann kann ich auch sagen, wir können nicht Urheberrechtsverletzungen im Netz durch die Package Inspection oder durch Filter oder durch Websperren oder durch sonstige Zensurmaßnahmen unterbinden. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und der Vorschlag der Piraten zum Urheberrecht ist ein sehr guter Vorschlag, weil er endlich diese Beschränkung und die Durchsetzung von Urheberrechten im Netz löst. Nämlich das Freigeben von Non-Market-Sharing, das File-Sharing im nicht kommerziellen Bereich. Es funktioniert in der Schweiz, es kann auch bei uns funktionieren. Wenn wir uns über Netzpolitik unterhalten, über die Impressumspflicht für Webseiten, über Netzneutralität, über Störerhaftung, über freie Netze, über Netze in Bürgerhand, dann müssen wir auch ganz klar sagen, dass die Politik dort kein Vollprogramm hat. Es ist nicht im Programm von anderen Parteien drin und wenn, dann heißt es Störerhaftung, aber nur für WLANs. Das heißt nicht für Tornots, nicht für Proxynots oder andere Dinge. Wir haben auch das BGE im Programm. Soziale Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe, mehr Bildung. Natürlich, das sind wichtige Themen. Persönlich bin ich kein Experte dafür. Ich setze mich dafür ein, dass wir eine Enquete-Kommission für BGE kriegen. Ich setze mich für mehr Bildung ein, für freie Bildung gegen Studiengebühren, für Lehrmittelfreiheit. Ich weiß, das kann ein Bund nicht machen, das ist Ländersache, aber man kann auch im Bund den Ländern ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, damit wir das tun können. Und wenn wir am Ende kommen zum Punkt Nachhaltigkeit, den wir auch jetzt im letzten BBT aufgenommen haben mit Umweltthemen. Ja, ich bin auch für Umweltthemen. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im NABU-Mitglied. Ich war im Bund und habe mich dort auch engagiert. Also Umweltthemen sind mir auch wichtig, aber ganz klar, mein Fokus liegt bei Netzpolitik und Innenpolitik. Ich möchte mich dort mit euch für diese Themen einsetzen. Ich will, dass wir offen mit der Zivilgesellschaft zu Lösungen kommen und dass wir Partizipationsmöglichkeiten für den Bürger anbieten. Das heißt auch Dinge wie Liquid Feedback oder VMBs oder Lime Survey oder Umfragen oder elektronische Möglichkeiten, eine Mitbestimmung. Das kann funktionieren auf staatlicher Ebene. Das kann auch im Bundestag funktionieren. Beteiligungsmöglichkeiten sind da. Wir müssen sie nur nutzen. Das Adhocracy-Tool war ein Anfang, aber es war halt Showpolitik. Und das müssen wir eigentlich so hinkriegen, dass es in jedem Ausschuss selbstverständlich ist, dass sich Bürger beteiligen können bei jeder Entscheidung. Also ich weiß, ich bin nicht so der bekannteste Mensch, deswegen, wenn ihr überlegt, mich zu wählen, dann grillt mich, stellt mir Fragen. Ich habe sozusagen immer auf meinem Wiki-Profil Fragen beantwortet. Ich stehe auf Twitter bereit oder auch sonst in persönlichen Gesprächen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich, grillt mich. Das ist euer gutes Recht. Dankeschön. Dann Markus, die Frage an dich. Hattest du ausreichend Zeit, dich vorzustellen? Ja, hatte ich. Dann die Frage an die Versammlung. Die Versammlung möchten Fragen gestellt werden. Die Versammlung möchte Fragen stellen. Dann jetzt bitte die Fragenden an das Mikro. Hallo Markus. Ist es an? Nee. Ah, jetzt. Hallo Markus. Du hast Liquid Feedback, Lime Survey etc. immer abgelehnt. Woher die Kehrtwende? Ich lehne es als ein verbindliches Entscheidungstool innerhalb der Partei ab. Ich habe kein Problem damit, es für Partizipationsmöglichkeiten einzusetzen. Was genau möchtest du im Bundestag tun? Wie möchtest du es tun dort? Ich möchte im Bundestag zum einen die Transparenz im Parlament herstellen. Das geht hervorragend über das Präsidium, dass man guckt, dass man die Ausschüsse öffentlich macht, dass man die GO ändert, dass die Unterlagen veröffentlicht sind. Ich habe eine sehr klare Vorstellung über den parlamentarischen Betrieb. Ich habe die Piratenfraktionen sehr gut beobachtet und stehe auch mit denen sehr häufig in Kontakt. Ich habe sozusagen auch die Gründung der Piratenfraktion Berlin mit begleitet und war dort auch vor Ort. Und ich sehe halt schon sozusagen die Wege und Mittel, die ich dort nutzen kann. Ich will die GO ändern. Ich will die Vorschläge machen. Ich sehe aber auch, dass man als Piratenfraktion mit einem Gesetzesvorschlag nicht so weit kommt, wenn kein Druck von außen da ist. Das heißt, wir müssen sozusagen über die Presse spielen, über die Öffentlichkeit. Wir müssen Druck von außen machen auf das Parlament, damit Vorschläge der Piraten im Parlament überhaupt eine Chance haben. Ja, Markus, du hast gar nicht so schlecht geredet, wie du es selbst gesagt hast. Das war ganz gut. Wir haben uns im Rahmen der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm auf Bundesebene Mambel des Öfteren begegnet, hatten da auch ein paar Dispute. Dirk Monopol und viele andere haben es dann geschafft, diese Initiative Gemeinsames Wahlprogramm so aufzusetzen, dass sie der Neutralität verpflichtet ist. Meine Frage ist an dich, ob du das heute so akzeptieren kannst und dahinter stehst, wie sie im Augenblick läuft oder ob du da immer noch Einwände gegeben hast. Danke. Ja, wir hatten da so einige Streite. Im Moment, wie es jetzt ist, ist es okay. Das war sozusagen die Bedingung, mit der ich da reingegangen bin. Es muss neutral sein. Der Prozess, wie Anträge an den BBT gestellt werden, muss offen und transparent sein. Und da darf es keine Klüngelgruppen geben. Und genau dafür habe ich mich eingesetzt. Gut, da es keine weiteren Fragen gibt, danke ich dir. Und als nächstes bitte ich Bernhard Kern auf die Bühne mit der Nummer 16. So, bitte. Moin, wie ihr dort lesen könnt, heiße ich Bernhard Kern, komme aus dem Kreisverband Darmstadt-Darmstadt-Dieburg und bin auch bei Twitter bekannt als Nutella-Berliner. Wenn ihr zu meiner Person Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen, ansonsten steht auch viel im Wiki. Zu den Piraten bin ich nach der Wahl in Berlin gekommen, um genau zu sein, am Abend der Wahlparty. Es war eine ziemlich geile Party übrigens. Und danach ging alles ganz schnell. Ich habe mich zunächst mit ein paar Juristen vernetzt. Wir haben das Wort Innen- und Rechtspolitik gegründet. Und wir haben die Zusammenarbeit mit der Fraktion aufgenommen. Das heißt also, ich weiß schon ungefähr, wo die Knackpunkte im Beginn einer Fraktion sind und wie man das eigentlich organisieren sollte. Wir haben Anträge geschrieben, wir haben Fragenkataloge geschrieben. Der Senat hat versucht, die Fragenkataloge beiseite zu wischen. Wir haben sie dann eben nochmal präziser gestellt, sodass das nicht mehr ging. Kam ein paar lustige Sachen daraus. Dazwischen kamen ein paar kleinere Wahlen. Saarland, Schleswig-Holstein, NRW. Und wir haben weitergearbeitet. Da habe ich Niedersachsen ein wenig geholfen, zur Wahl zugelassen zu werden, erfolgreich. Und versucht, ein missliebiges Mitglied loszuwerden. Erfolglos, weil das Mitglied eine Woche vorm Parteiausschluss ausgetreten ist. Dann kam für mich ein neuer Job in einem neuen Bundesland und ein neuer Landesverband gleich mit, nämlich Hessen. Und hier bin ich jetzt. Ich bin mittlerweile Richter im Landesschiedsgericht. Ihr wart so freundlich, mir und uns nicht so viel Arbeit zu machen, wie Ruben und Klaus bestätigen können. Und ich hoffe, ihr macht damit weiter. Gerade haben Emanuel, Bernd Hoppe und ich den Arbeitskreis Recht gegründet. Und falls sich hier noch andere Juristen befinden, Jurastudenten oder andere juristisch Interessierte, sind Sie gerne eingeladen, sich an Emanuel, Bernd oder mich zu wenden. Im Moment bearbeite ich gerade das Thema Public-Private Partnership zusammen mit Christine aus NRW. Wir werden es vorstellen im Landtag NRW. Wir werden es vorstellen beim politischen Donnerstag in Frankfurt am Main. Und der Landtag Schleswig-Holstein hat auch schon angefragt. Das ist für mich übrigens ein Beispiel, wie Politik bei den Piraten laufen sollte. Die Basis sucht sich ein Thema und treibt dann die Fraktionen vor sich her. Ich möchte, dass sowas so weitergeht. Wir werden diese Initiativen brauchen. Wir werden sie im Bundestagswahlkampf brauchen. Wir werden sie im Landtagswahlkampf brauchen. Wir werden sie in den Kreisen, Städten und Gemeinden brauchen. Wir werden sie nicht nur im Wahlkampf brauchen, sondern wir werden sie auch während der kontinuierlichen Arbeit brauchen, die wir leisten müssen. Wir machen nicht nur Wahlkampf, wir machen Politik. Zu den Piraten bin ich gekommen, weil ich unzufrieden bin und wütend. Mit sehr, sehr vielen Dingen in der Politik, die man besser machen kann und besser machen muss. Ich bin wütend über eine Politik, die nicht versteht, welche Bedeutung das Internet inzwischen für die Demokratie hat und dass diese weiterhin wachsen wird. Große Teile der Debatten, die die Gesellschaft bestimmen, finden mittlerweile im Netz statt. Jeder hat hier die Möglichkeit, sich zu vernetzen und seine Ideen einer großen Öffentlichkeit vorzustellen. Gute Beispiele dafür ist zum Beispiel ACTA oder zuletzt die Aufschrei-Debatte. Beides wäre nicht erfolgreich gewesen ohne das Internet. Wenn die Infrastruktur des Internets jedoch so weit aufgerüstet wird, dass Provider kontrollieren können und müssen, welche Inhalte transportiert werden, dann brauchen wir nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie diese Debatten im Netz verlaufen können, nämlich gar nicht mehr. Die Folgen werden fatal sein für eine Demokratie und ich will das nicht. Das gleiche Problem habe ich übrigens mit dem stillschweigenden Verschwinden der Netzneutralität. Wenn das weiter so geht, dann wird das Internet eine Art Pay-TV sein und es wird nur noch derjenige Inhalte sehen können, der dafür bezahlen will. Ich will aber Demokratie und keine Finanzokratie und deshalb will ich in den Bundestag. Ich bin wütend über eine Politik, die Grundrechte als Hindernisse sieht. Mehr Wählerstimmen abzugreifen. Seit Jahren haben wir sinkende Kriminalitätsraten. Die Aufklärungsquote gerade im Bereich der Gewaltkriminalität und der Schwerkriminalität ist anhaltend hoch. Und insbesondere der CDU, CSU fällt dazu nichts Besseres ein, als permanent mehr Überwachungsmaßnahmen zu fordern. In der realen Welt mit Kameraüberwachung, der Privatisierung öffentlicher Plätze und natürlich im Internet. Vorratsdatenspeicherung, Verbot anonymer Kommunikation, Netzsperren, Three-Strikes-Modelle und so weiter. Auf der Strecke bleiben wird mal wieder die Demokratie. Aber auch die SPD ist hier kein Deut besser. Die meisten verfassungswidrigen Gesetze der letzten Jahre kommen noch aus der Zeit von Chili. Und die Grünen haben da auch noch mitgemacht. Auch bei den Stoppschildern von Censorsola hat sich die SPD nicht mit Ruhm begleitet und dem zugestimmt. Es fehlt inzwischen jeglicher Respekt vor dem Grundgesetz als Verfassung. Das passt übrigens auch der Umgang mit den Stoppschildern, nachdem sie beschlossen wurden. In welcher Demokratie leben wir eigentlich, dass eine Regierung bestimmen kann, dass ein Gesetz nicht angewendet wird? Ich kenne das eigentlich nur von lupenreinen Demokraten wie Putin. Wir wollen das nicht und deshalb müssen wir in den Bundestag. Ich bin wütend über eine Politik, die die wachsende soziale Spaltung in diesem Land nicht nur hinnimmt, sondern mit dem Betreuungsgeld auch noch fordert. Da geben wir Geld aus, das wir nicht haben, um es Menschen zu geben, die es nicht brauchen, damit sie und andere Dinge tun, die diese Gesellschaft nicht wollen kann. Ich bin genauso wütend darüber, dass die Eltern im Wesentlichen bestimmen darüber, ob ihre Kinder einen Hochschulabschluss haben können. Das hängt im Wesentlichen an den Bildungsabschluss der Eltern und wir sind dort in Europa eins der Schlusslichter. Obwohl wir eins der Länder sind, die am meisten für Bildung ausgeben. Wir haben auf diesem Gebiet kaum Fortschritte gemacht seit den 70er Jahren, nein, wir machen derzeit auch noch Rückschritte. Das will ich ändern, das müssen wir ändern. Gemeinsam. Deshalb müssen wir in den Bundestag. Diese Liste könnte ich noch endlich unendlich fortsetzen. Dafür fehlt uns aber die Zeit und es ist uns eigentlich allen klar. Deshalb sitzen wir ja hier. Euch fällt bestimmt auch noch mehr ein, was wir ändern könnten und darauf freue ich mich, wenn wir im Bundestag sind. Das hört sich alles danach an, als ob ich ein Verfechter reiner Kernthemen wäre. Das würde nebenbei bei meinem Nachnamen auch niemanden wundern, oder? Das bin ich aber nicht. Wir brauchen mündige Bürger, die aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilnehmen. Dafür ist die finanzielle Sicherheit eine Voraussetzung, die wichtigste Voraussetzung. Nur ein Bürger, dessen Auskommen gesichert ist, besitzt überhaupt die Möglichkeit, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass wir einen Mindestlohn als Übergangstechnologie fördern und langfristig auf die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens setzen. Das sind für mich zwei Seiten der gleichen Medaille wie die Freiheiten und kein Widerspruch. Als Piraten sind wir angetreten, Politik anders zu machen. Das heißt für mich, zunächst die Parteibasis und später auch die Bürger stärker in den parlamentarischen Prozess mit einzubeziehen. Und für mich als Abgeordneten, mich auch nach ihrer Meinung zu richten. Das hier und jetzt zu beschreiben, wäre ziemlich einfach, wenn irgendeine Fraktion das schon annähernd implementiert hätte. Das ist leider nicht der Fall. Dann könnte ich nämlich, meine Ideen dazu habe ich schon mal in meinem Blog beschrieben. Für die Bürgerbeteiligung habe ich noch keine konkrete Idee, wie wir das implementieren können. Natürlich müssen wir Daten offenlegen, natürlich brauchen wir Open Data, natürlich müssen die Sitzungen öffentlich werden. Aber wie wir dann wirklich die Stimmung der Bürger in die Politik einfließen lassen können, das wäre eines der großen Projekte der Fraktionen, die sie zu erledigen hätte. Darauf hoffe ich auch auf eure Anregungen. Ich werde mich jedenfalls, und ich hoffe, dass auch die anderen Abgeordneten das tun werden, mal in den Themen kommunizieren, an denen ich arbeite, die Zwischenstände veröffentlichen und andere dazu einladen, mitzuarbeiten. Wer sich meldet, ist gerne willkommen. Wenn sich Menschen bereit finden, aus der Basis oder von AGs oder sonst jemandem ein Thema zu übernehmen und es auszuarbeiten, bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Ich bin schließlich ein fauler Mensch und freue mich über jeden, der mich entlastet. Und ich werde sie auch nach Kräften unterstützen, mit allem, was ich tun kann. Wenn die Basis mit einer fertigen Idee oder mit fertigen Anträgen kommt, die irgendwie zu meinem Themenfeld passen, werde ich dankbar dafür sein. Allerdings sollten diese Ideen vorher in einem Tool abgestimmt werden. Das ist schon deshalb notwendig, um zu sehen, ob die Ideen eine breitere Mehrheit in der Basis finden oder ob es sich nur um Ideen einzeln handelt. Ich will schließlich keine Anträge, eine AG Waffenrecht oder Nuklearia unterstützen. Um es kurz zu machen, ich will mit euch allen, die mir hier zuhören, die mir gerade nicht zuhören und die gerade vor den Bildschirmen sitzen, beim Stream, danke übrigens an Sepp und Pascal, zusammen Politik machen. Geile Politik. Danke. Die Frage an dich, hattest du genug Zeit, Bernhard? Yep. Dann die Frage an die Versammlung. Sollen Bernhard Fragen gestellt werden? Die Versammlung möchte keine Fragen stellen. Dankeschön. Danke. Als nächstes Reinhard Schaffert, Nummer 17. Ja, schönen guten Tag allerseits. Zunächst mal bitte ich um Entschuldigung. Ich war vor zwei Wochen auf einem Gesundheitskongress und bin krank wiedergekommen. Es kann sein, dass ich zwischendurch ein bisschen aussetze. Mit der Stimme. Ich wollte euch eigentlich was mitbringen, was beweisen soll, dass ich schon immer Pirat war und ich habe daheim unser Haus auf den Kopf gestellt, habe Keller, Dachboden, Kisten durchwühlt. Ich habe es leider nicht gefunden, was ich gesucht habe. Es ist ein alter Brief. Ich habe was anderes gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich glaube, dass das politisch relevant ist für meine Kandidatur für den Bundestag. Das ist hier so eine Babyvisitenkarte, auf der steht, dass ich gar nicht so weit von hier am 16.01.64 geboren bin, um 3.15 Uhr mit einem Gewicht von 3.550 Gramm und einer Größe von 54 Zentimeter. Ich glaube, das qualifiziert mich für den Bundestag. Bitte wählt mich. Vielen Dank. Ja, denn was qualifiziert uns denn für den Bundestag? Wir wollen, glaube ich, den Bundestag, also es ist ja viel diskutiert worden auf den Listen und in den Fragenkatalogen, über die fachliche Kompetenz, über die körperlichen und psychischen Fähigkeiten im Bundestag, vernünftige Arbeit zu machen. Was qualifiziert uns aber eigentlich? Wir wollen doch, dass der Bundestag eine Volksvertretung oder besser ein Bürgerparlament ist. Wir wollen doch im Bundestag einen Querschnitt unserer Gesellschaft haben. Was qualifiziert uns also oder was qualifiziert mich jetzt, dass ihr mich dafür aufstellt, in den Bundestag gewählt zu werden? Meine persönliche Meinung hier bei uns allen, die wir hier als Kandidaten stehen, ist, oder worum mir es geht, ist die Haltung. Die Haltung, wie wir Politik machen wollen und die Haltung, wie wir gegenüber den Grundwerten der Piratenpartei stehen. Dieser Brief, den ich gesucht habe, der sollte meine Haltung darstellen. Das ist so eine kleine Jugendsünde, so eine meiner ersten politischen Aktionen. Und zwar war das ein Brief, damals an den hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner. Es ging um den Ausbau der Startbahn West. Und damals wie heute war die Begründung für den Flughafenausbau, dass die Wirtschaft den Flughafen braucht. Und zwar auf Kosten von Menschen, die dadurch betroffen sind. Es geht mir jetzt nicht darum, Flughafenausbau ja oder nein, sondern es geht mir um den Respekt, um den Respekt vor den Menschen und vor ihrer Betroffenheit. Das hatte ich damals versucht, zumindest meiner Erinnerung nach, in diesem Brief auszudrücken, dass eben Menschen einfach von diesem Ausbau betroffen sind und man dann nicht mit Dachlatten argumentieren kann, wie es eben Holger Börner gemacht hat. Und diese Haltung zieht sich auch durch mein Leben und diese Haltung hat auch dazu geführt, dass ich zu den Piraten gekommen bin, weil ich glaube, dass diese Haltung sich sehr gut mit den Zielen der Piratenpartei deckt. Nämlich, dass Wirtschaft, Politik und der Staat für den Bürger da ist und nicht der Bürger für den Staat. Dass der Bürger den Staat kontrolliert und seine Organe und nicht der Staat den Bürger und dass die Politik für den Bürger transparent und nachvollziehbar ist und nicht alles das, was der Bürger tut und macht und telefoniert für den Staat. Das sind, glaube ich, die Grundsätze, um die es hier unter anderem geht. Wir wollen als Piratenpartei in den Bundestag, zumindest denke ich mal, dass das diejenigen wollen, die hier sind und dass es der Grund ist, warum wir diese Aufstellungsversammlung machen. Und wir Kandidaten, wir wollen hier an die Fleischtöpfe ran, wir wollen also in den Bundestag gewählt werden. Aber, was für mich ganz wichtig ist, davor kommt noch ein anderer Schritt und der ist ganz wesentlich dieser andere Schritt. Das ist nämlich, wie wir unsere Themen, unsere Inhalte, wie wir die den Menschen vermitteln, wie wir zeigen, dass das, was wir als Piratenpartei vertreten, wirklich eine neue Politik ist, dass das wirklich wichtig ist und dass das wirklich die Menschen betrifft. Das ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe zunächst mal, da sollten wir ein bisschen bescheidener sein angesichts der Umfragewerte, das ist die eigentliche Aufgabe derjenigen, die hier oben als Kandidaten stehen und die dann gewählt werden. Nämlich die Kernthemen unserer Partei klar machen, die Bedeutung in der konkreten Politik und die Unterschiede zu den anderen Parteien zeigen, Wahlkampf machen. Ein Beispiel ist auch der Gesundheitskongress, den ich anfangs erwähnt habe, das ist ein Beispiel, wie ich mir das vorstellen kann. Denn ich glaube, wir haben da ganz gut gezeigt, dass wir unsere Kernthemen verknüpft haben mit einem konkreten Politikfeld, das alle betrifft. Kernthema Bürgerbeteiligung. Wir haben zum Beispiel mit einem Patientenvertreter diskutiert und die Schlussfolgerung dieses Kongresses war letzten Endes, dass wir mehr Einfluss von Patientenvertretern in den Gremien der Gesundheitspolitik brauchen. Kernthema Datenschutz. Wir haben ganz sehr emotional um die elektronische Gesundheitskarte diskutiert, um den Datenschutz, der damit verbunden ist, und die Datenhoheit des Bürgers über seine eigenen Daten. Kernthema Teilhabe. Wir haben über Stigmatisierung psychischer Erkrankungen gesprochen und den Respekt den Menschen verdienen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Das sind einfach nur Beispiele dafür, wo ich glaube, wie man im Wahlkampf auch Themen, unsere Kernthemen vermitteln kann, zeigen kann, wie man die übertragen kann auf verschiedene Politikfelder und zeigen kann, wie wichtig der Wahlkampf ist. Und noch ein anderes Thema treibt mich um. Und da mache ich mir wirklich viele Gedanken drum. Das ist, wie wir uns, wie wir, wenn wir es denn schaffen, in den Bundestag zu kommen, unsere Politik auch wirklich bürgernah, wie wir diese Bürgerbeteiligung realisieren. Transparenz und Information ist dabei nur ein Punkt. Das lässt sich auch irgendwo realisieren, dass man irgendwie einen offenen Terminkalender hat und die Informationen, die notwendig sind, irgendwo versucht, heranzubringen. Das, was mir aber wichtig ist, ist, einen zweiten Kanal zu schaffen. Einen Kanal, wo auch die Basis und die Bürger ihre Politik über unsere Mandatsträger in die Parlamente einbringen kann. Und dieser zweite Kanal, an dem müssen wir noch arbeiten, wenn wir es denn schaffen sollten, in die Parlamente zu kommen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass unsere Parlamentarier regional Wahlkreisbüros einrichten, die einfach mehr sind als trockene Büroräume, die vielleicht ein Stück weit als Begegnungsstätte fungieren. Das ist aber einfach nur so eine Idee, um zu zeigen, das ist ein Thema, an dem ich arbeite, das ist ein Thema, das mir wichtig ist. Und noch was ist mir wichtig, ich möchte, falls ihr mich für den Bundestag wählt und falls ich von den Bürgern in den Bundestag gewählt werde, ich möchte auch ein Stück weit ein normaler Mensch bleiben. Ich glaube, dass mir das gelingen kann. Ich glaube deswegen, dass mir das gelingen kann, weil ich schon einige Berufe hinter mir habe, die durchaus als prägend angesehen werden. Zum Beispiel bin ich Chirurg und als Chirurg, Chirurgen sind nicht unbedingt bei allen anderen Berufsgruppen so besonders gut angesehen. Und ich habe eine Freundin, die ist Psychologin und die sagte dann irgendwann mal, also Reinhard, für einen Chirurg bist du eigentlich ein ganz normaler, netter Mensch geblieben. Das möchte ich auch als Politiker bleiben, deswegen bitte wählt mich. Danke. Ja, du kennst die obligatorische Frage, hattest du ausreichend Zeit, dich vorzustellen. Danke, ja. Wunderbar, dann die obligatorische Frage an die Versammlung. Möchtet ihr Fragen stellen? Nein, keine Fragen? Danke schön. Als nächstes Arne Fallstecker, Nummer 18. Hallo Piraten, Themen statt Köpfe. Heute jedenfalls geht es um Köpfe oder vielleicht doch nicht. Piraten, wir sollten uns nicht in Alternativen drängen lassen, die in Wirklichkeit keine Alternativen sind. Themen statt Köpfe, Themen und Köpfe, sind es wirklich die Alternativen? Was wir brauchen sind die richtigen Themen in den Köpfen. Die richtigen Themen in unseren eigenen Köpfen und den Köpfen unserer Wähler. Nur, wenn wir die richtigen Themen in unseren Köpfen haben, werden wir diese Themen mit Überzeugung vertreten und in der Lage sein, Ziele umzusetzen. Was sind die richtigen Themen? Urheberrecht? Möglicherweise ist das Urheberrecht deshalb eines unserer Kernthemen, weil wir selbst Urheber für zentrale Ideen einer neuen, freieren, gerechteren und nachhaltigeren Welt sind. Freiheit, unser nächstes Kernthema. Freiheit hat in der Hand der Piraten seine eigentliche Bedeutung zurückgewonnen. In der Hand der FDP verbindet sich Freiheit mit der Macht des Stärkeren. Jeder darf jeden bis zur Sittenwidrigkeit unter und über den Tisch ziehen. Eine unsägliche Kombination, die sehr eng mit Ausbeutung und Zerstörung, nicht nur der Umwelt, sondern auch vieler Menschen verbunden ist. In den Händen der etablierten Parteien ist das Zauberwort soziale Marktwirtschaft zur gelungensten Maugelpackung geworden, seit es Werbung gibt. Wenn heute im Ergebnis 10 Prozent der Bevölkerung 60 Prozent des Vermögens halten und die Hälfte hat nicht nur nichts, sondern ist zum Teil erheblich verschuldet und ein wachsender Teil lebt in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen, dann sind wir weit, weit weg von dem Slogan Wohlstand für alle. Es geht gerade dabei nicht um die Neidebatte, sondern um Leistungsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Zum großen, zu großen Wohlstandsunterschiede gefährden den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, besonders dann, wenn klar wird, dass es nicht die Leistung der Superverdiener ist, die den entscheidenden Unterschied ausmacht, sondern die Wirtschaft und insbesondere die Währungsordnung, die wie in einem Kartenspiel den wenigen, die Joker und der breiten Masse, die Luschen zuspielt. In der Hand der Piraten verbindet sich Freiheit mit Verantwortung. In dieser Kombination wird individuelle Freiheit nicht zum Gegensatz von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit werden zu Dimensionen eines politischen Raumes, in der sich jeder Einzelne, die Gesellschaft als Ganzes und die Umwelt entfalten, wachsen und gedeihen kann. Wachsen und gedeihen. Diese Wortwahl kommt nicht von ungefähr. Mit 15 Jahren habe ich meinen ersten Beruf gelernt. Ich bin gelernter Gärtner und als Gärtner lernt man, dass man Pflanzen nicht zum Wachsen zwingen kann. Damit Pflanzen wachsen und gedeihen, muss man ihr Umfeld beackern. Diese Erkenntnis prägt auch meine politische Arbeit und gibt mir Gelassenheit. Politischen Erfolg kann man nicht erzwingen, sondern man muss das Umfeld hegen und pflegen und den Dingen ihre Zeit geben. Ideen sind die Samen. Man muss die Vorstellungskraft haben, was aus ihnen in 15, 50 Jahren werden kann. Die Bäume müssen auch Ideen wachsen, bevor sie Früchte tragen. Den Beruf des Gärtners übe ich schon sehr lange nicht mehr aus, nur noch in meinem eigenen Garten. Nach dem Wehrdienst habe ich über den zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt und Volkswirtschaftslehre Mathematik und Informatik in Heidelberg an der London School of Economics in Berkeley, USA studiert. Ich habe dann hauptsächlich als Unternehmensberater und Softwareentwickler gearbeitet und heute gebe ich diese Erfahrung an meine Studenten weiter. Politik. Mein nicht ganz orthodoxer Lebenslauf bedanke ich auch mein politisches Engagement. Für mich gehört politisches Engagement zu meinem demokratischen Selbstverständnis. Bevor ich zu den Piraten kam, war ich über 30 Jahre Mitglied in der SPD. Aufgrund der Kürze der Zeit möchte ich darauf nicht näher eingehen, aber eines kann ich dennoch verraten. Ein Jahr bei den Piraten ist so intensiv wie gefühlte zehn Jahre in anderen Parteien. Ich bin immer wieder fasziniert von den E-Mail-Schlachten, den Themengrillfesten und Diskussionen im Mambel. Es ist fantastisch, wie die AG Wirtschaft, AG Geldordnung, Projektgruppe ESM und sicherlich auch andere AGs, was da abgeht. Das sage ich nicht, weil ich Koordinator der AG Wirtschaft bin. Das sagen Piraten, die einfach so in unserer Mambelsitzung kommen, vorbeikommen. Und ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, für die AGs zu werben und insbesondere für die Europa- und Wirtschaftskonferenz EUWICON am 9. und 10. März in Frankfurt. Das Ziel dieser Konferenz ist, die Diskussion über unser Wahlprogramm in das Vorfeld des Bundesparteitags zu legen, damit wir auf dem Bundesparteitag selbst verstärkt Entscheidungen treffen können. Gerade im Hinblick auf den Streitthemen oder Köpfe kann man feststellen, dass in den AGs die Themen im absoluten Mittelpunkt stehen. Die AGs schmoren auch nicht nur im eigenen Saft. Über die wirtschaftlichen Aspekte des Euro-Rettungsschirms ESM hatten wir mit dem geschäftsführenden Direktor Klaus Regling und Professor Bofinger einer der Wirtschaftsweisen diskutiert. Über die Finanzkrise mit Professor Max Otte, über den Geldschöpfungsgewinn mit Professor Carsten aus den USA und mit Richard Werner aus England über die Staatsschuldenkrise. Allein in den vergangenen zwölf Monaten haben wir 15 solcher Podiumsdiskussionen mit Experten und zusätzlich haben wir viele interne Grillfeste durchgeführt. Mumble macht es möglich. Wir haben die richtigen Tools und wir sind die richtigen Leute. Ich glaube, es ist die Mischung. Vom Nullchecker bis zum Experten sind alle in den AGs vertreten. Das macht es manchmal sehr mühsam. Und ich sage schon, manchmal muss man seine Piraten sehr, sehr gern haben und sie ertragen zu können. Aber die Mühe lohnt sich. Als Ergebnis erarbeiten wir nicht nur Fix-Packs, um die bestehenden Systeme zu reparieren. Wir erarbeiten wirklich kreative neue Lösungen. Für unser Wahlprogramm haben wir nicht nur Vorschläge zur Finanzmarktregulierung und Eindämmung der Finanzkrise erarbeitet. Wir haben Vorschläge erarbeitet, die den Finanzsektor grundlegend reformieren. Damit wir eine Währungsordnung bekommen, die den Menschen und der Realwirtschaft dient und nicht dem Casino-Kapitalismus. Wir haben Vorschläge erarbeitet, wie die Staatsverschuldung nachhaltig abgebaut werden kann. Allein dieser Vorschlag würde den Bundeshaushalt jährlich um 40 Milliarden entlasten. Man muss sich diesen Vorschlag im Detail ansehen, weil es sonst unvorstellbar ist, wie dieser Vorschlag funktioniert. In diesem Vorschlag wird gerade nicht durch Einsparungen und Abbau der Sozialleistungen der Staatshaushalt saniert, sondern durch längst überfällige Reformen des Geldsystems. Die Piraten sind nicht nur die, die die richtigen und relevanten Fragen stellen. Die Piraten sind auch die, die richtig coole Innovativen haben. Die Piraten sind die, die auf Ideologien ihr Häufchen setzen und pragmatisch kreativ nach neuen Lösungen finden. Solltet ihr mir die Möglichkeit geben, in den Bundestag zu kommen, dann werde ich bodenständig bleiben und dazu beitragen, dass diese fantastische Arbeit der Basis im Parlament Früchte tragen kann und Früchte tragen wird. Mein Name ist Arne Pfalzstiger und es wäre mir ein Vergnügen, wenn ich mit euch verrückten Typen den Bundestag rocken könnte. Dankeschön. Applaus Anne, die Frage an dich, hattest du ausreichend Zeit, dich vorzustellen? Die Frage an euch, weitere, wollt ihr Fragen stellen? Nein, keine Fragen. Dankeschön. Als nächstes kommt Michael Balke, Nummer 19 und ich übergebe gleich. Ja, moin moin. Moment. Okay. Okay, danke. Gut, moin moin. Mein Name ist Michael Balke, ich komme aus Weißenborn, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen. Da ich keine Ahnung habe, wie man so eine Rede hält, habe ich erst gar keine geschrieben. Kurz zur Biografie. Danke. Geboren bin ich in Hanau, ich bin 20 Jahre aufgewachsen, Neuberg, Ravolshausen, habe dann etwa 10, 15 Jahre in Heimburg gewohnt, bei Seligenstadt, dann Großumstadt, jetzt halt in Nordhessen. Ich habe Realschulabschluss, gelernt habe ich Chemiefacharbeiter, Industriemeister Chemie, Versicherungsfachmann, war drei Jahre in der Gastronomie selbstständig, paar Jahre in der Chemie und 15 Jahre Versicherungen verkauft. Seit 2010 bin ich Rentner, ich bin berufsunfähig, habe aber genügend Einkommen. Zurück 1997 bin ich in die CDU eingetreten, da war ich knapp 30. Das erste Mal, dass mich Politik überhaupt interessiert hat, bin zwar vorher zu Wahlen gegangen, die CDU war naheliegend, weil ich schon ein paar Jahre selbstständig war, mit der SPD konnte ich nichts anfangen, mit der FDP noch weniger und da ich Chemie gelernt habe, waren mir die Grünen so hier und da ein bisschen suspekt. Nach zehn Jahren hat sich das Thema dann mit der CDU erledigt. Zu den Piraten kam ich letztes Jahr im April, weil die Presse alles Mögliche geschrieben hat. Ich bin halt einfach auf die Homepage gegangen, habe mir das Parteiprogramm durchgelesen und bin dann auch gleich eingetreten, weil es überzeugend war. Stehe ich nach wie vor hinter, kann mich mit allem identifizieren, nichts, was ich generell ablehne. Im Bundestag möchte ich schauen, dass der erste Artikel vom Grundgesetz mal wieder in Angriff genommen wird, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Im Speziellen denke ich an diesem Hartz-IV-Dreck, um es mal höflich auszudrücken, Menschen sollte man nicht so gängeln und so einfach mal mehr Vertrauen in die Bürger haben. Weil ich habe Druck erlebt in Firmen, das ist meiner Erfahrung nach in den letzten 20 Jahren viel zu stark geworden. Das meiste Rauspressen ohne Rücksicht auf Verluste geht auch anders. Als das Problem mit der Finanzkrise kam, wir auf einmal systemrelevante Banken hatten, von denen wir uns erpressen lassen, im Gegensatz zu Terroristen, wie mir nur das Einzige, was systemrelevant sein sollte für einen Staat, das ist der Bürger, nichts anderes. Und das will ich sehen, dass ich das im Bundestag entsprechend umsetze, dass der Bürger wieder an erster Stelle steht. Ja, alle anderen Themen natürlich ebenso mit Anstoß. Ich bin froh, sollte ich hineinkommen, dass ich endlich mal wieder zum Lesen komme. Dazu komme ich viel zu wenig, gerade seit ich in der Piratenpartei bin. Das Bedauerliche ist dann wahrscheinlich nur das, was ich lesen muss. Es wird viel sein, nicht unbedingt das, was ich möchte, aber um den Job durchzuführen, werde ich es natürlich auch entsprechend tun. Ja, ich habe noch reichlich Zeit übrig, prima. Zwei Sachen nur, ich empfehle euch, wählt die Besten. Ich kann euch aber gar nicht sagen, wer es ist. Wird sich in Berlin dann zeigen. Sollten wir reinkommen. Das war es soweit. Gut, obligatorische Frage. Ja, gerade so. Gerade so, okay. Dann die Frage an die Versammlung. Wollt ihr Fragen stellen? Das ist nicht der Fall. Dankeschön. Dann als nächstes Thorsten Wirth, 21. Und bitte ein bisschen mehr Ruhe in der Versammlung. Es wurde zunehmend lauter. Danke. Liebe Selbsthilfegruppe Politik aus Notwehr, Dies ist einer der wichtigsten Parteitage in unserer jungen Geschichte. Wir stellen die Weichen für die Bundestagsfraktion auf, die die Gesellschaft sehr genau schaut. Und wir haben Erwartungen geweckt, die zu erfüllen kein leichtes Unterfangen sein wird. Wenn wir unsere Themen transportieren wollen, dann können und dürfen wir das nicht kopflos tun. Darum ist für mich die Debatte Themen statt Köpfe eine Schwarz-Weiß-Debatte. Wir brauchen sowohl das eine als auch das andere. Und ob wir es wollen oder nicht, diejenigen, die wir in den Bundestag entsenden, sind, wenn wir in den Bundestag einziehen, vier Jahre dort die Vertreter der Piratenpartei. Und wir können sie weder abwählen, noch können wir sie zwingen, gegen ihr Gewissen zu handeln. Darum geht es auf diesem Parteitag um Personen und deren Integrität gegenüber unseren gemeinsamen Zielen. Die Idee, die mich zu den Piraten getrieben hat und die mich auch heute noch elektrisiert, ist die Idee von einer aufgeklärten Gesellschaft, die Kultur, Bildung und Wissen teilt, die robust ist gegenüber Manipulation und die sich in die Belange des Staates einmischt. Die Gesellschaft als neue vierte Macht im Staate, weil wir schreiben, weil wir uns vernetzen und weil wir wahrgenommen werden. Und was hat das alles möglich gemacht, um solch eine Idee überhaupt zu spinnen? Richtig, dieses Internet. Das, was die konservativen Kräfte in diesem Land als rechtsfreien Raum bezeichnen. Hier wird geteilt, hier wird gesponnen, das Internet als kreativer Melting Pot für gesellschaftliche Teilhabe. Ich bezeichne es gerne auch als Demokratiemaschine. Aber genauso offen, wie diese Struktur auch ist, so anfällig und leicht lässt sie sich dazu nutzen, um gegen die Gesellschaft eingesetzt zu werden. Vorratsdatenspeicherung, Zensur, iPred, oder Indeckt sind nur einige der Stichworte, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden müssen. Die Parteien, die aktuell auf dem Markt vertreten sind, fürchten den Kontrollverlust. Ihre Art der Manipulation der Gesellschaft fällt nicht mehr auf den fruchtbaren Boden, wie sie sich noch vor zehn Jahren vorgefunden hat. Ein kleiner Fact-Check ist in wenigen Minuten erledigt und man kann die Argumente zerlegen. Das bedeutet für diejenigen, die ihre Macht auf Manipulation aufbauen, einen entscheidenden Einschnitt und ihre meistverkrusteten Strukturen. Argumente, wie das war schon immer so, beschreiben den Geist einer unreflektierten Obrigkeitshörigkeit. Demgegenüber stehen Offenheit, Neugierde und Kreativität. Merkmale, die die Piratenpartei auszeichnen. Die digitale Revolution hat begonnen und wir sind mittendrin. Wir sind Teil dieser Revolution. Wir sind ein Kind dieser Revolution. Wir können verhindern, dass etwa die Verwertungsindustrie sich die Kontrolle über die Inhalte im Netz sichert. Was wir mit ACTA geschafft haben, werden wir auch mit seinem großen Bruder Albrecht schaffen. Wir können unterstützen, dass Kultur, Wissen, Bildung in jede Hütte getragen wird. Dass die Menschen sich austauschen, Freunde werden, sich organisieren und vom Konsumenten zum Produzenten werden. Das alles gilt es zu fördern und zu schützen. Das ist die Idee und diese Idee ist stark. In der Gesellschaft, in der es hingenommen wird, dass einige Parlamente die UN-Konvention gegen Korruption nicht ratifiziert, in der es immer noch keine flächendeckenden Informationsfreiheitsgesetze gibt, Hessen hat im Übrigen auch keins, in der es hingenommen wird, dass die öffentliche Hand Großprojekte mit Geheimverträgen und an den Haushalten vorbei abschließt, in so einer Gesellschaft werden die Piraten dringender denn je gebraucht. Einige kennen mich bereits, aber ich sehe auch viele neue Gesichter hier. Darum hier mein Steckbrief. Ich bin 44 Jahre alt, Papa vom tollsten Herrn Kind der Welt und ihr kriegt mich nur im Doppelpack. Kia ist an meiner Seite. Ich bin seit 2006 Pirat, habe den LV Hessen mitgegründet, war zwei Jahre Vorsitzender im Landesverband Hessen und von 2009 bis 2010 politischer Geschäftsführer im Bundesvorstand. Ich habe diverse Aktionen gegen die Vorratsdatenspeicherung, die Wahlcomputer in Hessen, das Leistungsschutzrecht, Innenministerkonferenz und so weiter mitinitiiert und organisiert. Ich war Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2008 und 2009 für die Bundestagswahl. Also ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ihr mich wählen solltet. Ich halte mich für sehr gut vernetzt innerhalb der Piratenpartei. Ich glaube, ich kenne sehr viele Leute und habe auch sehr viele Verbindungen überall hin. Oben rein bin ich auch noch Referent in der Elf Piratenfraktion. Von daher weiß ich da ungefähr, was auf mich zukommt. Der User kann Pressearbeit. So, wie viel Zeit habe ich noch? Man darf über alles reden, aber nicht über fünf Minuten. Ich will im Bundestag. Ich will für euch in den Bundestag. Ich will mit euch in den Bundestag. Ich bedanke mich. Ich zähle auf eure Stimme. Dankeschön. Gut, bevor du gehst, kurz nicken. Reicht mir auch. Okay, danke. Fragen an den Kandidaten? Können wir euch mal eindeutig entscheiden? Ja, dann bleibt noch ein bisschen da. Fragen an den Kandidaten. Kann ich hier an den Fragen ausmachen? Ja, jetzt frag keiner oder was. Hey, Julia. Ich weiß nicht, welche Fragen das sind. Hier vorne. Wie faktisch überall. Hallo Thorsten. Übrigens, du kannst das Mikro bewegen, wenn du möchtest. Dann hört man. Hallo, 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 hallo. Mikro. Hallo, 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 hallo. Ah, ja. Hallo Thorsten. Hallo Markus. Wie stehst du zu Liquid Feedback und wie würdest du die Fraktion mit Liquid Feedback einbinden wollen oder lehnst du Liquid Feedback vielleicht sogar ab, was ich gut fände? Also zumindest um irgendwelche SMV-Geschichten zu machen, das fände ich nicht gut. Also Liquid Feedback ist ein schwieriges Thema bei mir, weil es ging, also als Liquid Feedback aufgekommen ist, waren die Jünger des Liquid Feedback-Unternet unterwegs, die uns da irgendwo eine Technik versprochen haben, die uns alle retten wird und es wurde in den Himmel gelobt. Ich habe das, diesen Hype wollte ich nicht, diesen Hype habe ich nicht verstanden. Liquid Feedback ist ein Tool, wo wir Ideen austauschen können und dieser Versuch ist sehr gut, diese, diese, wir müssen auch ein bisschen daran weiterarbeiten, Liquid Feedback weiterzuentwickeln, das ist alles toll, aber ich schließe mich Markus Drängels Position diesbezüglich an, es ist, es darf nicht für uns verbindlich werden, weil wir haben die Möglichkeit auch dort manipuliert zu werden und das möchte ich nicht. Welche politischen Themen möchtest du im Bundestag besonders voranbringen und gibt es spezielle Ausschüsse oder Ämter innerhalb der Fraktionen, für die du dich besonders interessierst? Also meine Themen sind von hier Datenschutz beispielsweise und ich bin seit knapp einem halben Jahr auch mit dem Thema PPP, also Public-Private Partnership zugange und interessiere mich dafür. Ich würde mich aber auch durchaus als Generalist bezeichnen, das heißt, ich bin jetzt nicht fixiert darauf, dass ich jetzt nur ein Thema mache, sondern ich könnte mich auch für viele weitere Themen vorstellen. Also ein Innenausschuss wäre wahrscheinlich für mich interessant, aber wie gesagt, ich bin offen und das, was auch innerhalb dieser Fraktion, und das wird ja auch ein Prozess werden, was innerhalb dieser Fraktion dann gebraucht wird, das würde ich auch besetzen wollen. Du hast gerade schon was zu Liquid Feedback gesagt. Welche Tools willst du denn aber nutzen, um dich mit Leuten zu vernetzen, um quasi wirklich reinzuhören in die Basis, auch in die Wähler? Es sind ja nochmal dann deutlich mehr wahrscheinlich als die Basis. Wie willst du also deine Bubble durchbrechen von Leuten, einfach mit denen du sowieso Kontakt hast? Also ich halte Mumble für ein total geiles Tool. Ich finde es auch sehr gut, dass wir uns dort immer wieder vernetzen. Außerdem hätte ich meinen Hintern, ich würde meinen Arsch von A nach B bewegen und mit den Leuten reden. Das heißt, ich würde es gerne sehen, dass die AGs hier etwas produktiver werden, auch Sitzungen machen und es gab jetzt auch von dir deinen Energiekongress. Solche Aktionen, davon brauchen wir unheimlich viel mehr und da würde ich mich natürlich gerne einbringen und würde auch gerne zuhören, was dort an Ideen eingebracht wird. Und jeder, der politisch arbeitet, braucht diese Experten und wir haben unheimlich viel Wissen und das bezeichnet ja auch das Prinzip Partizipation, dass wir die Leute bei uns in die Arbeit mit einbinden. Deswegen will ich ja auch mit euch in den Bundestag und nicht für euch nur. Aber kurze Nachfrage, das meine ich ja gerade. Also wenn wir uns irgendwo treffen oder bei einem Camp sind oder so, das ist ja trotzdem immer ein bisschen auch die eigene Bubble. Nutzt du auch Umfragetools, irgendwas in der Art oder wartest du einfach, dass dir Leute Mails schreiben? Das meine ich. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Freund von Liquidatec. Du meinst über den Piratenhorizont, über den Piratenteller hinaus? Sowohl als auch. Also ja, klar. Also zum einen gibt es, und das habe ich halt gesehen, weil ich ja schon einmal Spitzenkandidat hier in Hessen war, gibt es natürlich dann die Sachen mit, wie heißt das jetzt nochmal, Kandidatenwatch beispielsweise, Bundestagswatch und so, wo einen sehr viele Leute Fragen stellen, konfrontieren und dann sitze ich da auch meist nicht alleine, sondern ich rede das mit anderen Leuten und beantworte die. Und man kommt natürlich innerhalb dieser ganzen Prozesse in dieser Beantwortung dieser Fragen von Leuten, die jetzt auch nicht zur Piratenpartei gehören, kommt man natürlich auch auf Ideen und beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich vorher vielleicht überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Macht aber dann jeder. Sorry, wenn ich hartnäckig bin. Würdest du zum Beispiel vor einer Abstimmung, weil das ist der Punkt, um den es mir geht, habe ich vielleicht noch nicht klar formuliert. Ja. Würdest du vor einer Abstimmung selber eine Abstimmung initiieren, um mal sozusagen eine Mehrheitsmeinung auch mal in Zahlen zu sehen, statt nur das Gefühlte? Und würdest du dich dann auch daran halten? Wie würdest du da reagieren? Ja, also ich denke schon. Also ich habe das oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein Thema anspricht, und man glaubt beispielsweise, das wäre jetzt ein Aufreger-Thema oder mit dem Thema könnte man was gewinnen. Und dann stellt man fest, man liegt ganz falsch. Natürlich revidiert man dann auch oder denkt dann auch so, das ist jetzt überhaupt nicht die Themen. Wenn ich jetzt ein Thema sehr wichtig finde, dann werde ich das natürlich auch versuchen, in die Piratenpartei hineinzutragen. Und werde das natürlich auch so mit dem, was ich kann, versuchen. Aber zwingen kann man das nicht. Und ich respektiere schon, wenn ich jetzt wahrnehme, das ist nicht unser Thema, dann respektiere ich das schon. Hauke. Genau als Ergänzung dazu hätte ich die Frage an dich. Ich wähle ja dich als Kandidat, der dann vielleicht als Kandidat gewählt wird in den Bundestag. Wenn es jetzt eine Umfrage gibt, die zu einem Ergebnis kommt, das nicht mit deiner Meinung übereinstimmt, welche Entscheidung wirst du dann bei der Abstimmung treffen? Die, die mein Gewissen zulässt. Und das ist jetzt halt eben wirklich etwas, was man auch, da kann ich den Leuten jetzt hier nichts vorlügen. Ich bin mein Gewissen verpflichtet. Das wollte ich von dir hören. Vielen Dank. Gut, dann gibt es keine weiteren Fragen mehr. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. Als nächstes dann bitte Matthias Kraus, die 22. Frage an die Technik. Wie weit sind wir mit dem WIMA? Wie viel? Wir starten erst mit dem Namen. Wir starten erst, wenn der Name dort steht. Gut, also jetzt kannst du dich noch zwei Minuten entspannen. Macht ihr hofft? Macht ihr hofft? Gibt es mal eine richtige Stelle? Gut, also jetzt? Gibt es mal eine richtige Frage? Gibt es mal eine richtige Frage? Gibt es mal eine kleine Frage? Gibt es mal eine richtige Frage? WimA? Also Püt, ich muss sagen, als Gotti kommst du nicht durch, der machte das andersrum. Geht das auch noch in groß? Ah, okay. Ja, dann bitteschön. Hallo Piraten. Ist dran? Hallo. Mikro. Hallo Piraten. Ich bin Matthias Kraus, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Wirtschaftsanwalt für Wirtschaftsrechte und Strafverteidigung seit Oktober 2011, Mitglied der Piratenpartei im Kreisverband Bergstraße und dort Stammtisch Heppenheim. Zu meiner persönlichen Vita ist alles eigentlich gesagt auf meiner Wiki-Seite. Ich möchte mich deshalb über meine persönlichen Daten nicht lange aufhalten. Ich möchte aber einige Gedanken äußern zu uns Piraten und insbesondere zu meinen Vorstellungen über Piratenpolitik. Wir sind derzeit, und das ist keine Besonderheit, das werdet ihr alles wissen, in einem Umfragetief nicht zuletzt hervorgerufen durch die letzten katastrophalen Wahlergebnisse, durch das katastrophale Wahlergebnis in Niedersachsen. Ja, es ist, und das müssen wir sagen, es ist richtig, wir haben es geschafft, eine längst überfällige Urheberrechtsdebatte anzustoßen. Ja, wir haben es geschafft, dass die Parteien sich zu Bürgerrechten wieder positionieren müssen. Natürlich, natürlich ist das Urheberrecht wichtig. Natürlich sind institutionelle Selbstbestimmungsrechte wichtig. Natürlich ist Transparenz und Bürgerbeteiligung wichtig. Nur, mein Eindruck ist der, wir müssen als Piraten wieder vermehrt Forderungen und politische Ziele ins Zentrum rücken, die genügend Leute interessieren. Und machen wir uns nicht so bei der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl dieses Jahr wird es nicht um Urheberrechtsfragen gehen. Es wird auch nicht um Fragen der Internetfreiheit gehen. Es wird um die großen Fragen gehen unserer Politik, die die Bürger interessieren. Rentenkrise, Staatsschuldenkrise, Finanzkrise, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Altersarmut, Arbeitslosigkeit und wir haben eine zunehmende Verharzung in Teilen unserer Gesellschaft. Kann ich später überhaupt von meiner Rente leben? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Wie bekomme ich überhaupt eine bezahlbare Wohnung? Wie bringe ich als Alleinerziehende Mutter mit einem Kind mein Kind unter? Stichwort Kita-Plätze. Das sind Themen, die die Wähler umtreiben. Und wir haben ja hier einige Kandidaten aus Offenbach, aus Frankfurt. Also meine Erfahrung ist die, ich bin nicht aus Offenbach. Ich bin aus Neckarstein, das ist ein kleiner Ort. Aber in Offenbach und in Frankfurt, wenn ihr da auf den Marktplatz geht, die Leute werden sich nicht groß für Urheberrechte interessieren. Die werden sich nicht auch für institutionelle Selbstbestimmungsrechte interessieren. Die interessieren sich natürlich. Macht was, dass Mieten in Offenbach und in Frankfurt wieder bezahlbar werden. Das sind Dinge, die werden meines Erachtens von der Piratenpartei sehr stark vernachlässigt. Wir haben eine ganz starke Zweiteilung, eine Spaltung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben acht Millionen atypisch Beschäftigte im Niedriglohnsektor als Leiharbeiter in Minijobs, Zeitarbeit mit geringen Löhnen und ganz kurzen Zeitarbeitsverträgen. Müssen wir da, und das ist meine feste Überzeugung, müssen wir da als Piraten unsere Stimme nicht auch deutlich erheben. Für diese Probleme, die ganz viele von uns betreffen. Der Staat nimmt durch Abgaben und Steuern mehr als die Hälfte von dem Einkommen der Bürger. Meines Erachtens ist eine Regierung ein Staat, der den Bürgern mehr nimmt, als er ihnen belässt. Keine faire Regierung, erst recht keine soziale Regierung. Und da müssten wir uns als Piraten auch sehr viel stärker positionieren. Und dann natürlich all diejenigen, die sich den Arsch aufreißen. 40 Stunden, mehr als 40 Stunden in der Woche. Die kriegen 1200 Euro netto raus, manche 1300. Ist das in Ordnung, wenn ich 40 Stunden arbeite in der Woche? Da wird nicht drüber gesprochen. Es gibt ganz viele Berufsgruppen, ich möchte euch nur einige nennen. Das sind Altenpfleger, das sind Krankenpfleger, das sind Zahnarzthelferinnen. Ich könnte diese Liste noch beliebig verlängern. Und dann natürlich viele Alleinerziehende mit Kindern, da kommen noch die Kita-Kosten hinzu. Das sind meine Erfahrungen von Themen, die die Leute interessieren. Wenn ich da mit Urheberrecht anfange, dann drehen die sich ab. Da kann ich die breite Masse, kann ich mit diesen Fragen nicht erreichen. Rentenfrage ist natürlich auch ein Thema. Wenn jemand 40 Jahre lang, und diese Zahlen konnte man in der Presse lesen, die von der Leyen hat das veröffentlicht vor einigen Wochen. Wenn jemand, das ist irre, wenn jemand 40 Jahre Bruttoeinkommen hat von 2500 Euro, 40 Jahre lang, und das ist ja nicht gerade wenig, der hat eine Rente nach 40 Jahren von 850 Euro. Das ist ein Skandal. Da müsste eigentlich, die Leute müssten eigentlich auf die Straße gehen, wird nicht gemacht. Auch das wäre ein Feld, wo sich unsere Piratenpartei sehr viel deutlicher positionieren müsste. Mir ist ganz wichtig, und das ist mein Eindruck, wir werden als Piraten dauerhaft nur dann Erfolg haben, wenn wir auch die Partei der kleinen Leute sind. Wenn wir auch die Partei der kleinen Leute sind. Nicht nur, weil die sogenannten kleinen Leute die Mehrzahl der Bevölkerung darstellen, sondern weil wir auch für Wachstum und Wohlstand auf diese Leute angewiesen sind. Wir brauchen Stammwähler. Wir brauchen Stammwähler, und wir müssen insbesondere auch diese Leute, die Wähler, die Bürger in der Mitte gewinnen, die sogenannte klassische Wählerschaft mobilisieren. Diejenigen, die im Wartesaal sitzen, die enttäuscht sind von der Regierungspolitik, die fragen, wie soll es weitergehen, die orientierungslos sind und die genug haben von all diesen falschen Versprechungen. Wir müssen den Bürgern eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die glaubwürdig ist, wie wir Deutschland verändern wollen. Und das geht eben nur bedingt, nur bedingt, wie gesagt, die Themen sind wichtig, aber es geht nur bedingt mit Themen Urheberrecht und Transparenz oder Freiheit im Internet. Und auch um diese Dinge umzusetzen und um diesen Leuten eine Stimme zu geben, deshalb möchte ich für die Piraten im Bundestag, ich denke, wir können das. Wir haben die Potenziale, wir müssen die abrufen. Uns gehört die Zukunft, davon bin ich fest überzeugt. Deshalb, Piraten, bitte ich um eure Stimme. Danke. Gut, ich gehe davon aus, dass das Zeichen war, dass du genug Zeit hattest. Ja, war okay. Fragen an den Kandidaten? Frage ich jetzt die Versammlung. Es werden keine Fragen gestellt, Dankeschön. Als nächstes kommt Christoph Steltner. Hallo, ich bin Jens Christoph Steltner. Jens, vergesst ihr am besten gleich wieder, das mag ich nicht so. Ich bin Christoph Steltner, ihr kennt mich vielleicht auch als NPL-HSE oder Buchstabensalat, wenn ihr die Bedeutung davon nicht kennt. Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin ein Mensch, ich bin 26 Jahre alt, ich bin in Gelsenkirchen im Ruhrpott geboren. Ich bin, da habe da ziemlich viel Zeit meines Lebens verbracht. Bin dann von der ZVS ins wunderschöne Marburg nach Mittelhessen geschickt worden, habe da Medizin studiert, bin Ende letzten Jahres mit meinem Studium fertig geworden und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Moment. Also, jetzt inzwischen, also nachdem mein Studium hinter mir ist, bin ich Arzt. Ich werde demnächst die Ausbildung zum Facharzt für Unfallstirurgie und Orthopädie im Großraum Frankfurt anfangen. Ich beschäftige mich nebenbei noch zum Beispiel als Übersetzer im Projekt Was hab ich? Das ist eine Seite, da übersetzen Medizinstudierende die Befunde von Patienten in verständliche Sprache, weil ich finde, dass man für mehr Verständnis von Fachbegriffen, Fachsachen sorgen muss. Aber das ist noch nicht alles. Ich bin zum Beispiel noch Blogger, ich betreibe zum Beispiel unter anderem mit die Brunnengespräche. Vielleicht habt ihr da schon mal einen Blogpost gelesen. Ich bin auch noch Podcaster, ich mache zum Beispiel den Podcast für die jungen Piraten. Aber nur deswegen bin ich nicht hier. Denn seit Frühjahr 2011, äh 2010, Verzeihung, bin ich auch noch Pirat. Und ich habe in der Zeit ganz viele verschiedene Phasen durchgemacht und nicht alle möglichen Dinge getan habe. Ich will euch nur ein paar davon sagen, sonst sprengt das hier jeden Zeitrahmen. Ich war zum Beispiel dabei, als wir 2010 den Kreisverband Marburg-Bietenkauf gegründet haben. Ich war der erste Staatsmeister im Kreis. Ich habe dafür gesorgt, dass eine Menge Strukturen für Verwaltung, aber auch was Transparenz angeht, angelegt wurden. Ich widme mich von den Inhalten her am ehesten der Gesundheitspolitik. Ich bin Mitglied in der AG Gesundheitspolitik. Ich bin bei den Gesundheitspiraten. Ich helfe damit, das Blog der Gesundheitspiraten aufzubauen. Ich betreue die hessische Themenseite Gesundheit. Ich bin Verantwortlicher für den AK Gesundheit. Und ich habe zum Beispiel das erste programmatische virtuelle Meinungsbild zum Rückkauf des Uniklinikums Gießen und Marburg gestartet. Ihr seht also, mein Fokus liegt auf inhaltliche Arbeit. Ganz besonders liegt mir die Vorbereitung von Parteitagen am Herzen, weil die Zeit, die wir da haben, wahnsinnig wichtig ist. Und dass sich darauf gut vorbereiten, das noch wichtigere ist. Ich habe deswegen unter anderem jeden Tag einen Antrag mitgemacht. Ich habe das für Bochum sehr fleißig gemacht für den letzten Bundesparteitag. Ich habe das angestoßen für den letzten hessischen Landesparteitag. Ich habe auch schon Antragsbesprechungen in Podcasts gemacht. Und ich habe das Programmfeedback für den letzten Landesparteitag mit organisiert. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich zum Beispiel auch organisatorisch unterwegs. Ich war zum Beispiel beim letzten Bundesparteitag Assistent der Versammlungsleitung. Ich habe auch schon das mitgeholfen im Infoteam in Offenbach. Ich will euch aber nicht mit einer ellenlangen Aufzählung langmeilen. Ich denke, das wisst ihr auch, ich bin ein aktiver Pirat und deswegen stehe ich heute unter anderem hier. Was will ich? Ich will nicht mehr als Bittsteller darauf angewiesen sein, dass andere Parteien eventuell möglicherweise vielleicht das machen, was ich gerne würde. Ich will nicht mehr draußen vor der Tür stehen und rufen und vielleicht gehört werden. Sondern ich will mit am Tisch sitzen, ich will mitdiskutieren und ich will mitentscheiden. Und ich will das politische System aus sich selbst heraus verändern. Ich möchte Teil des Ganzen sein und trotzdem versuchen, es zu einem Positiveren zu verbessern. Das heißt für mich, ich will als Abgeordneter für die Piraten für euch in den Bundestag. Warum solltet ihr mich wählen? Also erstmal, ich bin die Arbeit in Teams gewöhnt. Ich habe auch schon Teams angeleitet. Ich bin in der Lage, mich schnell und zielorientiert mit großen Mengen an Stoffen auseinanderzusetzen. Ich bin fähig, mich eigenverantwortlich autodidaktisch in neue, mir bisher unbekannte Prozesse und Arbeitslöfe einzuarbeiten. Ich bin, das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, häufig diplomatisch und erfahren darin, zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln. Ich kann auch noch unter hohem Druck und großer Arbeitsbelastung zuverlässig und verantwortungsbewusst handeln. Ich kann Arbeitsabläufe organisieren und moderieren. Und was ich fast noch wichtiger finde, ich reflektiere meine Handlung sehr oft. Ich bin in der Lage, meine Fehler einzugestehen, auch öffentlich und mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, umzugehen. Und ich habe, als ich vor kurzem eine Fraktion bei den großartigen Elfpiraten im Römer gemacht habe in Frankfurt, gesehen, dass mir auch die alltägliche Arbeit rund um den parlamentarischen Alltag Spaß macht. Was habe ich nun als Abgeordneter vor? Also erstmal, wir Piraten stehen natürlich, was parlamentarische Arbeit angeht, noch ganz am Anfang. Das bedeutet, dass wir vor allem damit beschäftigt sein werden, zu lernen. Und obwohl wir eigentlich noch kaum Ahnung von dem Job haben, den wir da tun sollen, werden wir natürlich an unseren Erfolgen oder auch Misserfolgen gemessen werden. Das bedeutet natürlich auch, dass ich dann als einzelne Abgeordnete Verantwortung dafür trage, dass wir Piraten als Schimmel für unser Programm, für unsere Themen wahrgenommen werden und dass wir keine politischen Entwicklungen verschlafen. Dass wir Piraten für mehr Offenheit und Transparenz der demokratischen Strukturen im Bundestag sorgen und für eine größere Beteiligung von Menschen eintreten. Dass wir Piraten die klassischen Muster der Parteienpolitik aufbrechen und ein bisschen frischen Wind und ein bisschen Abwechslung in den Bundestag bringen. Und, dass wir als Abgeordnete nicht die Verbindung zu der Basis, zu den einfachen Menschen, zu allem außerhalb der Blase von Berlin und unserer Partei verlieren. Aber ich denke, es ist falsch und wir können hier heute noch keine Ziele definieren, denn wir stehen noch am Anfang eines wahnsinnig langen Weges und wir werden als Kleinstobositionsfraktion auch nicht so viel faktisch erreichen können. Ich denke, das Wichtigere ist, dass wir eine Fraktion aufbauen, die leistungsfähig ist und die eine funktionsfähige Anbindung an die Basis hat. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir die Prozesse und Tools und was wir nicht alles haben, die überall verstreut sind, dafür ausprobieren, evaluieren und das, was gut funktioniert, später auch einsetzen. Ich will mich thematisch in den Gesundheitsausschuss einbringen, ich bin aber nicht nur darauf beschränkt. Ich denke, es geht vielmehr um die Art und Weise, wie wir Politik machen, als das konkrete Thema. Und egal, was ich am Ende machen werde, wenn ihr mich wählt und ich für euch im Bundestag bin, dann bedeutet das wahnsinnig viel Arbeit und es ist so viel Arbeit, dass ich alleine das gar nicht schaffen kann, sondern nur mit eurer Hilfe, als einzelne individuelle Menschen, als Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, was auch immer. Das geht nur mit euch zusammen. Also, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Warum solltet ihr mich wählen? Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Fähigkeiten für einen Abgeordneten im Bundestag mitbringe. Ich habe fundierte Kenntnisse im Bereich der Gesundheitspolitik. Ich habe euch schon meine konstruktive Arbeitsweise, meine Organisationsfähigkeit und meine Belastbarkeit mehrfach unter Beweis gestellt. Und ich habe Bock drauf, das für und mit euch zu machen. Also wählt die 23. Du hattest ausreichend Zeit, dich vorzustellen. Ja, ich glaube schon. Habt ihr Fragen? Das ist, es geht ein bisschen schneller, oder? Zukünftig. Schwierig. Guck mal von da hinten. Halten, halten. Die Veranstaltung hat keine Fragen. Danke. Das war knapp, aber gerecht. So, ich gebe, übergebe, nein, ich übergebe kurz an den Stefan. Doch, ist okay. So, alles klar, dann kommen wir zum Kandidat 24, der Michael Stark. Du kannst, wenn du möchtest. Danke. Moment, ich bitte hier wieder ein bisschen Ruhe. Es ist gerade ein bisschen Völkerwanderung. Wir warten hier gerade mal fünf Sekunden. Okay. Mein Name ist Michael Stark. Ich bin Pirat im Hochtaunuskreis und ich stehe heute hier als Bewerber für die Landesliste zur Bundestagswahl. Was bringt mich hier hin? Was mich hier hin bringt, ist letztendlich das Engagement einiger Leute, ein paar davon haben wir heute schon gehört, ein paar werden wir hören, die 2006 die Piratenpartei gegründet haben, die Arbeit geleistet haben, die erst mal im Verborgenen blieb. Ich gebe zu, 2006 hatte ich von den Piraten noch nichts gehört, auch 2007 war das der Fall. Irgendwann bei der Europawahl habe ich dann gedacht, also die stehen da irgendwo auf einer Liste. In Späden gab es diesen riesen Erfolg. Vielleicht ist da ja doch was dran. Ein Déjà-vu. 30 Jahre oder 28 Jahre vorher gab es die Grünen. Schaue ich mir das mal an. 2009 bin ich dann Mitglied geworden bei den Piraten, vor dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, hier ist tatsächlich was Neues. Die nächste Generation, die Grünen waren die Kinder ihrer Generation, 30 Jahre später, das ist üblicherweise eine Generation, passiert hier wieder was Neues. Da sind tatsächlich Menschen, die verstanden haben, dass das Internet nicht nur irgendwie eine Technik ist, über die man E-Mails verschicken kann, sondern dass durch einen Technologiewandel ein neues Zeitalter beginnen kann. Dass eine gesellschaftliche Verwandlung erfolgen kann, erfolgen sollte und dass man sie gestalten kann. Auffällig war bei den etablierten Parteien, es wurde immer über Risiken geredet, über Gefahren, über rechtsfreie Räume, über Grenzen, die man dem ziehen muss. Und bei den Piraten war der Gestaltungswille erkennbar. Es wurde gesagt, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, die Freiheit des Einzelnen. Das waren Dinge, die haben mich sehr angesprochen. Und mit dem ersten Stammtisch im Taunungskreis bin ich damals dort eingetreten. Später, als wir den Kreisverband gegründet haben, war ich dort Gründungsmitglied. Ich bin seit 2009 dabei. Der eine oder andere wird mich auf der einen oder anderen Demo oder Veranstaltung schon gesehen haben. Mir geht es jetzt gar nicht so darum, in der gegebenen Zeit meinen Partei-Werdegang darzustellen. Der ist, glaube ich, im Wiki ganz gut dokumentiert. Es geht mir eher darüber, über die Motivation zu reden. Warum möchte ich eigentlich in den Bundestag und warum möchte ich, dass ihr mich da hinschickt? Ich denke, es ist heute, vier Jahre später, immer noch so, dass bei den etablierten Parteien nicht verstanden wurde, dass wir wirklich vor einem Zeitenwandel stehen. Dass wirklich wir jetzt nach einer postindustriellen Gesellschaft hinkommen in das Zeitalter der Informationsgesellschaft. Und dass man diesen Wandel gestalten kann. Dass man die Möglichkeiten und Chancen in den Vordergrund stellen kann und nicht die Gefahren und Risiken. Daran will ich mitwirken. Wir haben in den letzten vier Jahren viel getan an programmatischer Arbeit. Wir haben Parteitage gehabt, wo es ausschließlich um Erweiterung von Landesprogrammen oder auf Bundesebene vom Bundesprogramm geht. Das ist die aktuelle Version, die wir haben. Wenn man sich das mal innen drin anschaut, was ist denn das Große, was herauskommt? Deutschland braucht die Piraten und die Piraten stehen für Freiheit. Wir sind immer noch die Partei gewordenen Freiheitskämpfer, die Bürgerrechtler. Und das, denke ich, sollten wir auch bleiben. Wir sollten versuchen, in einem System anständig zu bleiben. Uns nicht dem System anzupassen, sondern nicht ein weiteres, kleines, funktionierendes Zahnrad zu sein, sondern so ein bisschen Sand in das Gestriebe zu streuen. Zu zeigen, dass es möglich ist, auch innerhalb des Systems anständig zu bleiben, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir werden definitiv als Bundestagsabgeordnete der Piraten aus allen 16 Bundesländern eine Fraktion voller Anfänger sein. Wir werden dort Fehler machen, wir werden uns zurechtfinden müssen. Aber wir können trotzdem auch auf bestimmten Methoden, auf bestimmten Vorgehensweisen, auf bestimmten Arbeitsweisen beharren, die wir erlernt haben, außerhalb des parlamentarischen Systems. Warum rufen alle Parlamentarier danach, nach Herrn Steinbrück, wir brauchen neue Vorschriften für Transparenz. Nein, man braucht nur den Willen, seine Einkünfte offen zu legen. Das kann man ganz ohne Vorschrift tun, man muss nur den Willen dazu haben. Und das sind Kleinigkeiten, das sind Punkte, wo man durch Beispiel geben, durch Vorleben, denke ich, das System schon ein Stück weit verändern kann. Weil wenn die piratigen Abgeordneten das tun, dass sie alle ihre Nebentätigkeiten offenlegen, dass sie nicht in Klassen, sondern auf Euro und Cent genau sagen, woher sie Gelder beziehen, wo und wem sie Gelder beziehen, dann wird die Erde sich weiter drehen und die anderen Parlamentarier werden feststellen, es geht. Und ihre Argumente, warum sie es nicht tun, werden schwächer und weniger werden. Ich möchte nicht, dass ein Wähler, dass ein Bürger dieses Landes alle vier Jahre vor einer Schicksalsentscheidung steht, ich mache ein Kreuzchen hier oder ich mache ein Kreuzchen da und danach bin ich wieder vier Jahre stimmlos. Ich habe ja meine Stimme abgegeben. Ich möchte Beteiligungs- und Partizipationsmöglichkeiten, nicht nur auf kommunaler Ebene, nicht nur auf Landesebene, ich möchte das auch auf Bundesebene. Und ich möchte zeigen, während der Legislaturperiode, den Dialog mit der Fraktion, den Dialog mit der Partei, den Dialog mit dem Bürger, dass das geht. Und auch durch dieses Beispiel geben, den anderen vorleben, dass man eine Demokratie sein kann, ohne dass der Staat den politischen Parteien zur Beute wird. 2009 war das große Schlagwort, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Wenn man sich so ein Stück weit umhört, sind die Menschen wirklich grundsätzlich Politik verdrossen? Oder haben sie von diesem parteienpolitischen Gedöns die Nase voll? Warum werden Landesmedienanstalten nach Parteienproporz besetzt? Warum werden ganz viele öffentliche Dinge in der Verwaltung durch das Parteibuch desjenigen bestimmt, der an der Spitze der Verwaltung steht? Das sind Dinge, die es zu hinterfragen gilt. Das sind Dinge, die mit dem piratigen Anspruch nach Transparenz offenzulegen sind. Denn wenn man es weiß, kann man es ändern. Im Moment geschieht dort viel zu viel im Verborgenen. Markus hat das vorhin schön gesagt, die API, die Schnittstelle zum System zu haben, den Zugang zur Information, den Zugang zu Daten, weil nur auf Grundlage einer vollständigen Information kann man eine gute Entscheidung treffen. Das bringt es richtig auf den Punkt. Wir müssen daran arbeiten und wir können das durch Beispiel geben, beweisen, dass es geht. Dass man Freiheit schaffen kann und dass man in dieser Freiheit seine Sicherheit bewahren kann. Ich glaube nicht, dass der Anspruch, den andere haben, ja, wir müssen die Leute im Zweifel vor sich selber schützen. Die wissen ja gar nicht, was mit ihren Daten passiert, wenn sie das in das böse Internet stellen. Wir brauchen den Nanny-Staat auch im Netz. Nein, das ist definitiv der falsche Ansatz. Ich denke, die Eigenverantwortung zieht hier. Dass jemand, der sagt, ich möchte Services nutzen, wie sie Google mir bietet. Okay, und dafür weiß halt Google auch, wo ich gerade bin. Ich habe meinen Kalender, ich habe meine Aktivitäten, ich habe vielleicht sogar eine Positionsverfolgung. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, weil ich daraus einen Nutzen ziehe. Warum soll ich so jemanden reglementieren? Warum soll ich so jemanden einschränken? Ich denke, die Freiheit des Einzelnen zu ermöglichen, das ist die grundsätzliche Aufgabe. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, sich für die Leute einzusetzen, die es selber nicht können. Meine Motivation 2009 war auch die, hier beschränkt ein Staat Freiheiten, die ich als Kind, als Jugendlicher genossen habe. Und meinen Kindern sollen die nicht mehr zustehen. Die sollen nicht mehr ausprobieren dürfen. Die sollen nicht mehr in dieser Wildnis sich bewegen dürfen, sondern nur noch auf vorgefertigten Trampelfahrten, auf gut ausgebauten Autobahnen. Das kann nicht sein. Meine Kinder sind heute elf und neun. Ihr könnt euch ausrechnen, wie jung sie 2009 waren. Die brauchen da jemanden, der ihnen die Freihäume schafft. Und es sind nicht nur meine Kinder, es sind eben einfach viele. Wir setzen uns ein für ein Wahlrecht. Für ein Wahlrecht für 16. Wir haben auf Landesebene diskutiert, das Wahlrechtsalter noch weiter zu senken. Einfach, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen Freiräume zu finden und zu gestalten. Das ist letztendlich der Anspruch, das ist meine Motivation, die mich antreibt. Ich denke, was uns weiterhin auszeichnet und was es gilt vorzuleben, dass wir nicht in einem Lagerdenken verharren. Eben wurde Niedersachsen angesprochen. Niedersachsen war eine Lagerwahl, schwarz-gelb gegen rot-grün. Macht das Sinn? Ist das noch zeitgemäß? Ist es nicht eher die Frage, wer steht für die Antwort A oder für die Antwort B bei einer Sachfrage? Können nicht Koalitionen sich bilden anhand der gleichen Antwort auf eine Fragestellung, unabhängig von einem Lager? Ich denke schon. Ich denke, eine themenbezogene Zusammenarbeit ist möglich. Und ich denke auch, dass eine Piratenfraktion, so ich ihr denn angehöre, dieses versuchen wird. Dass wir sowohl mal mit den einen als auch mit den anderen stimmen können. Denn der Parlamentarier hat ja grundsätzlich zwei Dinge. Er reagiert auf die Vorlagen, die ihm gegeben werden, also dem, was alle anderen Fraktionen tun. Und er hat die Möglichkeiten, eigene Dinge ins Parlament einzubringen. In beiden Fällen wird es sich, glaube ich, bewahrheiten, dass man uns umso ernster nimmt, je sachorientierter, je ideologiefreier wir uns dort aufstellen. Es sind eben sehr viele Krisen angesprochen worden. Rentenkrise, Eurokrise, ähnliche Dinge. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Etablierten dort über die eine Lösung verfügen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch bei den Etablierten Leute gibt, die wirklich sachorientiert, engagiert daran arbeiten möchten, Antworten auf diese Fragen zur Bewältigung dieser Krisen zu finden. Und mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, fraktionsübergreifend, das wäre mein Wunsch. Das wäre ein Teil dessen, was meinen potenziellen Arbeitsstil beschreibt. Warum bin ich sicher, dass mir das gelingt? Ich mache das beruflich. Ich bin seit Jahren als Projektmanager tätig, sehr häufig als Externer in der Situation die Bedürfnisse der Mitarbeiter des Unternehmens, des Auftraggebers und natürlich die des eigenen Unternehmens, die mich da als Projektmanager hinvermietet haben, unter einen Hut zu bringen. Diese Integration traue ich mir zu. Vielen Dank. Michael, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja, du merktest, ich hätte gerne noch 20 Sekunden gehabt, aber es passt im Großen und Ganzen. Danke. Okay, alles klar. Dann frage ich die Versammlung. Möchtet ihr den Michael befragen? Das möchtet ihr nicht. Dann Dankeschön, Michael. Der nächste Kandidat, Nummer 25, Michael Kittlaus. Applaus Du kannst. Kann ich? Ja. Okay. So, lass mich mit dem Zitat anfangen. Es gibt den finnischen Rennfahrer, Micha Heckin, der hat mal gesagt, du gewinnst nie allein. An dem Tag, an dem du was anderes denkst, hast du schon verloren. Das Zitat zieht sich durch meine Vorstellung durch und ich komme am Ende nochmal drauf zurück. Ich bin Michael Kittlaus, komme aus dem KV Darmstadt-Dieburg, bin 46 Jahre und damit möchte ich es eigentlich bewenden lassen, weil das, wo ich mitgearbeitet habe, in welchen AGs ich bin, wo ich überall tätig war, das steht im Wiki und einige kennen mich ja auch von der Arbeit her. Auf was will ich hinaus? Ich will, dass er mich ins Feuer schickt. Ihr habt richtig gehört, ins Feuer schickt. Weil die ersten MdBs, die wir da hinschicken, werden durchs Feuer gehen. Die haben eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Die teilt sich nach meiner Meinung in drei Blöcke auf. Es ist A, die Kommunikation nach innen, die Kommunikation nach außen und die Erarbeitung von Sachthemen. Da werden wir uns messen lassen müssen. Das ist da, wo wir die Piraten und auch die Bürger mit einbinden. Das Thema möchte ich nicht beackern. Da kann man Workshops und Barcamps und tagelang machen. Das zweite Thema ist das Einleben in den Parlamentsbetrieb. Auf welche, so, auch wenn wir gerne 2.0 machen würden als Politik, wir werden aber nicht drumherum kommen, uns am Anfang in die bestehenden Strukturen einzuarbeiten, um zu wissen, wo können wir sie ändern. Und da möchte ich helfen. Auch geht es darum, die Arbeitsweise mit Interessenvertretern. Ja, man kann sagen Lobbyisten, das wird jetzt viele verschrecken, aber es ist so. Auch Greenpeace, BUND, PETA sind auch Interessenvertreter, wir Piraten auch. Wir sind Interessenvertreter der Bürger und auch der Basis. Auch das muss ich erstmal einspielen. Auch da müssen wir Vertrauen schaffen, dass wir als verlässlicher Pater dienen und zwar auf allen Ebenen. Und der dritte Punkt, und da sehe ich meinen Schwerpunkt drin, ist der Aufbau der Fraktionsstruktur. Wenn wir das erste Mal reinkommen, und davon gehe ich aus, dann müssen wir einen komplett mittelständischen Betrieb aufbauen. Klingt komisch, ist aber so. Es werden 40 Abgeordnete da sein, ungefähr 120 Mitarbeiter und in den Wahlkreisbüros auch nochmal 40 bis 60 Leute oder normalerweise 40 Leute. Das sind 200 Leute. Diese Struktur muss aufgebaut werden. Das fängt an bei der Buchhaltung, das fängt an von der Technik an zu schweigen. Ich will den Weg ebnen für die Spezialisten, für die Köpfe mit den Themen. Dafür setze ich mich ein. Ich muss nicht an erster Stelle stehen. Kann es aber, wenn ich soll, wie gesagt, ich will den Weg ebnen. Ich will den Spezialisten, die vorne stehen und die Themen vertreten, welche das auch immer sein mögen, die Steine aus dem Weg nehmen, sehen, dass sie laufen können. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Warum? Weil nach vier Jahren soll der Bürger entscheiden, die haben was bewegt. Und es war kein Fehler, die Piraten zu wählen. Und da bin ich auch schon fast am Ende. Denn wir müssen das Team aufbauen. Das heißt aber auch, dass jeder, der da als MdB ist, 60 bis 80 Stunden arbeitet. In den verschiedensten Gremien und nicht nur in seinem Lieblingsthema. Und da sind wir wieder beim Formel-1-Team. Da, genau wie als Mandatsträger, als Fraktion, ist es ein Team, was da vorne steht, was die Arbeit macht. Der einzige Unterschied zum Formel-1-Team ist, wir haben mehrere Fahrer und mehrere Ersatzfahrer zu den verschiedensten Themen. Ansonsten ist es genau dasselbe. Wenn wir da nicht zusammenspielen, gehen wir unter und nach vier Jahren sind wir wieder weg vom Fenster. Und das will ich nicht. Ich danke euch. Vielen Dank. Michael, hattest du genug Zeit? Alles klar. Versammlung. Möchtet ihr den Michael befragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke, Michael. Jetzt kommt der dritte Michael in Folge, der Michael Bräuckel, Nummer 26. Ja, der dritte Michael, Michael Bräuckel, 44 Jahre, aus dem Kreisverband Darmstadt-Darmstadt-Diebburg. Ich habe mir keine Rede vorbereitet. Ich habe mir geguckt, was hier erzählt wird. Ich wollte euch mal erzählen, was ich machen will. Es geht mir darum, dass wir die Partei sind, die eigentlich auf der Höhepunkt der Zeit ist. Wir sind die Partei, in der Programm gemacht wird, das auf dem heutigen Stand ist. Wir sind nicht momentan das Vollprogramm. Wir haben nicht zu jedem Punkt eine Position. Das wäre ja auch falsch, weil wir können gar nicht zu jedem Punkt eine Position erarbeiten, das aktuell ist. Dazu veralten manche Themen viel zu sehr, aber wir sind schnell. Wenn man sieht, wie viele Programme wir in Hessen in einem Jahr machen, dafür brauchen andere Parteien zehn Jahre. Und wenn sie fertig sind, ist es veraltet. Wir sind aber auch die Partei, die die Veränderungen, die aktuell stattfinden, in der Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der Gesellschaft stattfinden, sondern auch im Lebenswandel der Menschen. Weil wir gehen doch darauf ein, was die Menschen heute bewegt. Weil früher war es ein Grundrechtseingriff, wenn man eine Volkszählung gemacht hat. Wenn man sich heute anschaut, was für Eingriffe wir ertragen heutzutage, dagegen ist eine Volkszählung im Kindergarten. Damals war die Frage, wie viele Leute wohnen am Haushalt. Heute müssen wir teilweise Daten abfragen lassen von jeder Behörde, über uns, wie viele Bankkonten wir besitzen, wo wir unterschriftsberechtigt sind und so weiter. Diese Sache möchte ich klar machen, dass wir den Menschen diese Themen, die sie eigentlich betreffen und auch belasten, zeigen. Es ist auf der anderen Seite auch für mich wichtig, wenn man im Bundestag vertreten ist, nicht angepasst zu sein. Wir brauchen nicht diese ganzen Strukturen der anderen Parteien kopieren. Das ist gar nicht notwendig. Wir werden keine Regierungsfraktion sein. Das ist absolut sicher. Wir müssen eher klarstellen, dass wir anders sind. Wir müssen ein anderes Zeichen setzen. Und das wäre etwas, dass wir zeigen, dass unsere Partei schnell und flexibel ist und fähig, diese Sachen im Bundestag so zu bewerten und in unsere Basis zurückzutragen, um dann dort mitzuarbeiten. Ich will nicht eine abgehobene Fraktion haben, die mit ihren Mitarbeitern irgendwelche Themen alleine arbeitet. Das ist der vollkommen falsche Ansatz. Das machen die anderen seit Jahrzehnten und wir sehen die Ergebnisse. Ich will ein Parlament haben, in dem wir unsere Basis voll integrieren. Und das geht. Das ist ja unser Anspruch, dass wir anders sind. Und deswegen dürfen wir uns nicht allzu sehr von diesen ganzen Schreckensszenarien beeindrucken lassen, wie viel Arbeit da zukommt und wie viel man da lesen muss und so weiter. Ich gehe davon aus, dass ein Mitglied des Bundestages für die Piraten ein Botschafter und Kundschafter ist und dass die Basis letztlich uns trägt und hilft. Und die AGs, das sind dann letztlich die, die die Arbeit machen. Natürlich stimmt man dann am Ende im Bundestag ab, aber es geht nicht um die Abstimmung, weil die auch letztlich irrelevant sind, was wir da abstimmen vom Inhalt her. Es ist wichtig, dass wir die richtigen Fragen stellen, dass wir offenlegen, was da gemacht wird. Das ist es, was ich gerne für euch tun würde. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gleich stellen. Meine Uhr ist die Nummer 26 und ich hoffe, dass ich viele Stimmen bekomme. Danke. Danke, Michael. Hattest du genug Zeit? Jawohl. Möchte die Versammlung den Michael befragen? Ja oder nein? Das möchtet ihr nicht. Dann kommt als nächstes Kandidat 27, der Herbert Rusche. Guten Tag, mein Name ist Herbert Rusche, wie eben schon kurz gesagt wurde. Und ich habe vor, mit einem kleinen Spruch anzufangen, mit dem ich vor ein paar Tagen in Twitter unterwegs war. Ich gehöre zu den Leuten, für die immer alle Politik machen wollen. Und ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert, habe aber eine gewisse Erfahrung im politischen Bereich. Ich bin seit frühester Jugend politisch aktiv, aber mehr so auf Basisebene und habe in den 80er Jahren eine Zeit in Hessen als Landesgeschäftsführer einer politischen Partei verbracht. Und für die Partei war ich auch vier Jahre im Deutschen Bundestag. Und mein Anliegen ist, nicht nochmal Karriere zu machen und nochmal in irgendeiner Weise mich besonders rauszustellen. Das war auch damals nicht meine Absicht. Sondern ich denke, dass es mit meiner Erfahrung ganz nützlich wäre, wenn ich im Bundestag dabei sein könnte, auf die eine oder andere Weise. Am besten natürlich als Mandatsträger, um der Fraktion bei der Einarbeitung im Bundestag zu helfen. Und dann auch Politik zu machen, eben als Betroffener für die Leute, die es angeht und nicht als, was eben schon oft gesagt wurde, diese akademischen Verwalter. Und das hat mich auch in meiner früheren Politik immer ausgezeichnet, dass ich nah bei denen war, die es betrifft, von denen kommen, die es betrifft und nicht in irgendeiner Weise abgehoben war. Und ich mache es auch kurz, wenn noch Fragen sind, irgendwelche Unklarheiten, beantworte ich die gerne und lasse die Zeit lieber für Fragen und für Antworten zur Verfügung stehen. Und dann bitte ich darum, ans Mikro zu gehen. So, bitteschön. Bitteschön. Dann mache ich das mal mit der Frage. Gerne. Wenn wir das Mikro haben, bitte. Ist an. Ist an? Ah ja, danke. Ich hätte die Frage, wenn du jetzt in den Bundestag kommst, würdest du alles nochmal genauso machen und den Piraten beibringen, wie das System funktioniert? Oder bist du bereit, das System zu durchbrechen, wie es dort funktioniert? Ich war früher auch bereit, das System zu durchbrechen, habe es aber nicht geschafft, weil ich zu dumm war, zu einfältig war und ganz vielen politischen Prozessen auf den Leim gegangen sind, denen ich heute durch diese Erfahrung eben nicht mehr auf den Leim gehen würde. Und von daher denke ich auch, ich kann viel dazu beitragen, zu entdecken, wenn eine Entwicklung auch innerhalb der Fraktion in eine Richtung geht, die nicht im Sinne von den Piraten und von Basisdemokratie und von Transparenz wäre, dass ich da ganz schnell laut werden könnte und sehr sensibel bin. Weitere Fragen? Der Bundestag ist stressig. Traust du dir das noch zu? Sorry, wenn ich so frage. Ja, ja, natürlich. Die Frage ist leicht zu beantworten. Die Frage ist leicht zu beantworten. Ich traue es mir zu. Ich bin bei den Piraten und ich bin auch deswegen bei den Piraten, weil sie für Barrierefreiheit arbeiten, kämpfen und weil sie keine Probleme damit haben, Leute, die auf ihre Art schwach sind, krank sind, Hilfe brauchen, mit einzubinden in ihre politische Arbeit. Hallo Herbert, könntest du uns noch sagen, für welche Partei du im Bundestag warst? Gerne. Ich bin Gründungsmitglied der Grünen gewesen, 1979, 80, war von 81 bis 83, bis ich in den Bundestag gekommen bin, Landesgeschäftsführer der Grünen in Hessen und war dann vier Jahre die ersten zwei als Nachrücker, die zweiten zwei als Abgeordneter im Bundestag mit Leuten wie Petra Kelly, Otto Schilly, wie wir sie alle kennen. Und kann durchaus einiges sagen, wie die Leute, die damals im Bundestag waren, zu denen geworden sind, wie sie später bekannt wurden. Bevor ich Pirat wurde, habe ich ja auch lange Jahre Grüne gewählt. Warum hast du dich denn von den Grünen getrennt? Ich habe mich relativ spät von den Grünen getrennt, nach 20 Jahren. Das heißt, ich habe meine ersten Dämpfer bekommen, sie übrigens im Blog nachgelistet, habe ich gerade vor ein paar Tagen geschrieben, kein Problem, weil die Entwicklung immer mehr weg von Basisdemokratie, weg von dem, was dann von diesen Realpolitikern eher als hinderlich im politischen Prozess empfunden wurde. Und das war eigentlich schon relativ früh sehr frustrierend für mich. Ich habe es aber dennoch ausgehalten und bin dann endgültig ausgetreten, als die Grünen in der Regierungsverantwortung waren und nach 20 Jahren grüner Politik ihnen nichts anderes eingefallen ist, als Bomben zu schmeißen wie im Kosovo. Ich kann keine Alternative sagen, ich hätte auch nicht gewusst, was man hätte anderes machen sollen. Ich habe aber sehr wohl gewusst, dass in den 20 Jahren, in denen die im Parlament waren und in denen sie politisch gearbeitet haben, sie schon im Vorfeld hätten arbeiten können, dass es zu so einem Konflikt nicht kommt. Und das war für mich die Grenze, wo ich gesagt habe, dass so eine Partei brauchen wir nicht, die unterscheidet sich nicht von anderen und ich möchte da nicht mehr Mitglied sein. Und dann, zehn Jahre später ungefähr, bin ich bei den Piraten eingetreten. Mich würde interessieren, wo und wie du dich bei den Piraten bisher politisch engagiert hast. Gerne. Auch da bewundere ich den Fleiß von vielen Leuten bei den Piraten. Ich habe mich eingebracht beim Wahlkampf 2009, kurz nachdem ich eingetreten bin, Bundestagswahlkampf. Ich habe mich eingebracht beim Kommunalwahlkampf, beim Oberbürgermeisterwahlkampf. Ich stehe zur Verfügung, habe auch ein Auto zur Verfügung, das ich den Piraten zur Verfügung stelle. Und ich würde mich bereithalten und werde allerdings selten gefragt, dass ich von meiner Erfahrung und von dem, was ich weiß, auf politischer Ebene gerne was weitergeben kann. Ich sehe mich nicht als Mensch, der jetzt unbedingt das Piratenprogramm schreiben muss. Ich beobachte das, ich lese das mit, sehr kritisch, ohne mich zu jedem und allem zu äußern und halte mich auch deswegen zurück, weil ich 60 Jahre alt bin. Letztes Jahr 60 Jahre alt geworden bin und ich deswegen nicht der Besserwisser sein will und der alte Mann, der den Piraten erzählt, wo es lang geht. Deswegen halte ich mich bewusst zurück und bin an der inhaltlichen Arbeit wenig beteiligt. Hallo Herbert, sag mal, war der Otto Schili auch damals schon so ein Überwachungsarschloch? Der Otto hat sich im Laufe der Jahre verändert und das hat man auch durchaus in der Fraktion schon gemerkt, dass er einen anderen Arbeitsstil hat und dass er andere Vorstellungen hatte, als viele Grüne damals hatten. Und er ist, glaube ich, später irgendwann bei den Grünen ausgetreten, weil er nicht mit seinem Konterfei Werbung machen konnte und weil er nicht die Listenplätze bekommen hat, die ihm eine weitere Karriere ermöglicht haben und ist dann rüber zur SPD. Also es ist, passt, es hat sich so entwickelt und der war vielleicht nicht von Anfang an ganz so schlimm, hat sich aber für mich ganz klar schon früh gezeigt. Dann hätte ich nur eine Zusatzfrage. Schwörst du zu verhindern, dass solche Leute nochmal, also dass solche Leute bei uns niemals Fuß fassen? Das kann ich alleine leider nicht verhindern. Da müssen die Piraten auch aufmerksam sein, soweit es in meiner Wahrnehmung liegt. Und sobald ich das mitkriege, werde ich natürlich die Piraten informieren. Das werde ich auch, wenn ich nicht im Bundestag bin, tun. Ist nur die Frage, ob man da auf mich hört. Einen Moment Markus, das war der siebte Fragenbeitrag, damit ist die Frageliste geschlossen. Wer noch eine Frage stellen will, soll jetzt bitte sich erkennbar zum Mikrofon begeben. Hallo, du hast gesagt, dass du dich auf die eine oder andere Weise dann mit der Fraktion vernetzen willst. Wenn das jetzt nicht das Bundestagsmandat ist, was ist es dann? Ich würde anbieten, mitzuarbeiten, wobei ich mir sicher bin, dass ich als Mitarbeiter der Fraktion in Berlin nicht dieselben Möglichkeiten hätte, wie ich sie als Mandatsträger habe. Ich weiß das, weil ich bei den Grünen zwei Jahre als Nachrücker quasi Fraktionsmitarbeiter war. Und man kommt an viele Sachen nicht ran, wenn man nicht selbst Mandatsträger ist, muss ständig fragen und ständig bitten und ständig irgendwie über die Abgeordneten gehen. Leichter wäre es, wenn ich ein Mandat hätte, aber es wäre durchaus auch als Mitarbeiter möglich. Ich hätte auch noch eine zweite Frage. Zweite Frage ist leider nicht drin. Du hast eine Frage gestellt. Die Fragenliste endet jetzt bei Michael dann. Bitte, Hauke. Hi. Hi, Herr Kost. Du bist ja bei den Grünen ausgetreten wegen des Kosovo-Einsatzes. Für mich war das dann so der Punkt, wo ich sie dann endgültig für mich akzeptabel gefunden habe. Weil ich durchaus der Meinung bin, dass es in solchen extremen Fällen, und wenn man halt, wie ich glaube, dass das wirklich ein Genozid war, der da unten gelaufen ist, dass man eine Verantwortung hat, aufgrund unserer eigenen Geschichte auch. Wie stehst du zu einer Position, die deiner nicht entspricht? Was sagst du Leuten, die in solchen Fällen anders entscheiden würden, als du dich damals entschieden hast, die dann mit dir im Bundestag sitzen? Ich kann da nur für mich sprechen. Ich bin grundsätzlich gegen Kriegseinsätze und ich möchte in einer Partei oder in einer Fraktion nicht mitarbeiten, die für solche Einsätze stimmt. Und ich nehme die Politik als Ganzes in die Verantwortung und sage, ihr habt hier Jahre, Jahrzehnte rumgetrödelt und habt es so weit kommen lassen, um uns dann einen kriegerischen Einsatzbomben werfen, als, wie sagt die Frau Merkel immer, alternativlos darzustellen. Und das kann nicht sein. Anknüpfend auch an die Frage und die Antwort von dir eben bezüglich der inhaltlichen Arbeit, dass du dich da eher passiv verhalten hast bisher. Wie siehst du deine Rolle in der Fraktion? Wirst du das dort ähnlich handhaben oder andere Wege gehen und auch innerparteilich an dem Meinungsfindungsprozess teilnehmen und dann aktiv? Ich muss sagen, bisher war es so, dass ich von den Piraten mehr gelernt habe, als die von mir. Und das wird auch weiter so bleiben. Ich denke, es werden aus allen Bundesländern sehr viele kluge Piraten in diese Fraktion mitkommen. Und ich werde meine Zeiten haben, wo ich ruhig bin, zuhöre, nachfrage und selber auch lerne. Und wo meine Erfahrung gebraucht wird und mein Wissensvorsprung in gewissen Bereichen, bin ich gerne dabei, auf Nachfrage zu antworten, ohne das irgendjemand mal aufzudrängen und ohne irgendwie ständig das Wort zu führen. Ich habe im Wiki keine Frageseite in deinem Profil gefunden. Ich wollte nur fragen, ob du dafür einen besonderen Grund hast und wie sehr du das Gefühl hast, in der Partei vernetzt zu sein. Wie sehr du das Gefühl hast, in der Partei vernetzt zu sein. Also, ich habe das Gefühl, dass ich sehr vernetzt bin. Ich beobachte die Partei auf vielen Ebenen, ich lese auch sehr viel. Bei diesen Fragen hatte ich das, die habe ich auch beantwortet. Du kannst mal in der Historie, kann man ja verfolgen, was da mal geschrieben ist, hatte ich die auch schon mal fast alle beantwortet. Und da kam ich mir halt ziemlich blöd vor, dass ich als Ex-Grüner nach meiner Einstellung zu Atomkraftwerken gefragt wurde und so weiter und dachte, das ergibt sich, das weiß man. Und ansonsten gab es irgendwelche Fragen zu Politikbereichen, in denen ich nicht zu führen bin. Da hätte ich in Wikipedia nachschlagen können oder sonst was. Habe ich nicht gemacht, dachte ich, die Fragen passen nicht zu mir. Deswegen habe ich sie nicht beantwortet und habe versucht, in meinem Blog was zu beschreiben und den Leuten meine E-Mail-Adresse, meinen Twitter-Account, meinen Facebook-Account bekannt zu machen, dass sie jederzeit, wenn sie Fragen haben, die Möglichkeit haben, mich zu fragen. War also erreichbar und bin es auch weiterhin. Fertig? Gut, vielen Dank, Herbert. Gut. Dann bitte. Ich danke auch für die guten Fragen. Dann kommt der nächste Kandidat, Nummer 28, Sascha Neugebauer. Willkommen zur Zombie-Abkolle Lüpze. Was will ich jetzt von euch? Wenn man jetzt überlegt, was ist in den letzten zwei, drei Monaten passiert? Viele Leute haben sich mal wieder zu Wort gemeldet, die vorher lange Zeit abgetaucht waren, haben sich plötzlich mal wieder konstruktiv auf Mailinglisten eingenistet, haben versucht, Konsens herzustellen, haben versucht, alte Kreben zuzuschütten, haben versucht, sich möglichst als Wähler mit darzustellen. Ich frage mich, was soll das? Wir sind als Piraten angetreten für eine offene und ehrliche Politik. Das heißt, nicht einfach nur für ein paar Monate glänzen, dann möglichst im Bundestag eintreten, sondern wir wollen letztendlich unsere Ideen voranbringen. Wenn man gleichzeitig überlegt, dass wenn diese Personen die ganze Zeit überproduktiv gearbeitet hätten, würden wir heute nicht bei drei Prozent im Bundeswald drinstehen. Dass die Gesellschaft, die Piraten oder eine neue Kraft braucht, die viele verkrustete Strukturen mit einreißt, sieht man an sehr vielen Stellen. Das bekannteste bei den Piraten ist natürlich Netzpolitik, allerdings die Politik selbst im Bundestag ist nicht nur Netzpolitik. Allein wenn man sich die Arbeitsstatistiken anschaut, Wir haben heute 24 Millionen Normalbeschäftigte. Dem gegenüber stehen acht Millionen atypisch Beschäftigte, vier Millionen Hartz-IV- bzw. Sozialgeld-II-Empfänger, drei Millionen Arbeitslose. Natürlich ist das BGE ein hübscher Lösungsansatz. Plus, wie wollen wir das Ganze umsetzen? Ich stehe dem BGE durchaus positiv gegenüber. Plus, wie können wir das Ganze finanzieren? Wir müssen in den Staat, was ich, gründlich umkehren. Wir müssen sehr viel ändern. Und da sehe ich nicht nur die Netzpolitik als maßgeblich. Deswegen möchte ich gerne Strukturen schaffen, dahingehend, dass wir wieder alle Bürger in die Politik mit einbinden, eine lebhafte Demokratie schaffen. Eine lebhafte Demokratie schaffen, auf das jeder sich wieder zukünftig frei entfalten kann, zum Vorteil aller. Ich habe bisher vor allen Strukturen geschaffen. Ich habe im Hintergrund gearbeitet. Über die Mitgliederverwaltung haben mich, glaube ich, sehr viele der Kreis Gensix kennengelernt. Viele Kreisparteitage habe ich mit nötigen Daten versorgt. Ich habe, was ich geholfen habe, dass Umfragen zu programmatischen Punkten im Landesverband durchgeführt werden konnten. Ich möchte vor allem als vernetzendes Element mit tätig werden, weil wir müssen lernen, alle Menschen wieder einzubinden. Ich weiß, ich habe mich bislang nicht im Wiki eingetragen als Kandidat. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe mit vielen Personen oder auch Kreisverbänden noch bis spät in die Nacht, die letzten Tage telefoniert. Ich habe Daten gerade gezogen oder kritische Sachen geklärt. Ganz einfach, ich sehe das Schaffen von arbeitsfähigen Strukturen wichtiger an als mein Kopf. Gleichzeitig denke ich, dass wir verlässliche Leute brauchen, die durchaus konzentriert an einem Thema arbeiten können und das auch bei einem längeren Zeitraum als jedenfalls ein, zwei Monate. Viele kennen mich. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Sascha Neugebauer, die twitterte unter Laberloh, komme aus Neuernsbach, im Hochtaunuskreis, bin 31 Jahre alt, war bislang in keiner Partei, gehöre heute der Piratenpartei Deutschland sowie der Piratenpartei Schweiz mit an. Ansonsten möchte ich euch gerne einladen, Fragen zu stellen. Vielen Dank. Ihr dürft auch dem Sascha applaudieren. Wenn ihr jedem applaudiert, dann macht das bitte auch weiterhin so. Möchtet ihr den Sascha befragen? Ja oder nein? Offensichtlich nicht. Dann vielen Dank Sascha. Der nächste Kandidat, Nummer 29, Hans Gerhard Friedrich Hoffmann. Ich übergebe dann mal wieder an den Jürgen. Ja, mein Name wurde schon genannt. Ich kann den Vorvorredner noch toppen, den lieben Herbert, denn ich bin schon 68 Jahre alt, aber nur bis morgen, dann bin ich 69. Das heißt, ich bin schon im Ruhestand. Ich finde dieses Lebensalter ganz fantastisch, weil es mir die Möglichkeit gibt, Zeit zu haben, mich meinen Interessengebieten zu widmen. Und zu meinen Top-Interessen gehört nun mal seit jungen Jahren die Politik. Leider war es mir dann im Berufsleben nicht mehr so möglich, mich da in dieser Richtung auszuleben. Und deswegen trete ich jetzt erst praktisch im hohen Alter an. Und es hat einen weiteren Vorteil, wenn man im Ruhestand ist, man braucht keine Karriere mehr zu machen. Das ist natürlich der Vorteil bei jungen Leuten, dass die da mit einem Auge schon ein bisschen darauf achten müssen, in ihren Entscheidungen, wie komme ich dann später mal weiter. Das ist also in meinem Lebensalter nicht mehr der Fall. Und weiterhin ist es ja auch so, dass gerade in meinem Alter dann verschiedene Tätigkeiten anfallen. Die zählen allerdings in diesem Alter schon nach Jahrzehnten. Das heißt, ich bin schon fünf Jahrzehnte verbunden mit der Gewerkschaftsbewegung. Das heißt, ich habe mich schon immer interessiert für auch soziale Themen. Und das finde ich besonders wichtig, dass sich auch eine Partei um das soziale Umfeld kümmert. Denn es ist ja bekannt, dass heutzutage die Schere zwischen Arm und Reich sehr auseinander geht. Und da gilt es also wirklich, diese Schere wieder zu schließen. Und ich bin außerdem noch schon seit vier Jahrzehnten Mitglied in einem Verein der Europa-Union, der sich also dafür einsetzt, die Mitbürger über Europa zu informieren. Und zwecks dessen haben wir also in unserem Vorstand im Landkreis Offenbach jede Menge Busse, circa 20 Busse haben wir fahren jedes Jahr und bringen dort Bürger und auch Schüler, meistens Gymnasiasten, ins Europäische Parlament nach Straßburg, damit sie mal ein bisschen etwas kennenlernen über die Europäische Union. Denn das ist ja die Zukunft der jungen Menschen. Und deswegen fahre ich besonders gern mit diesen Gymnasiasten dahin, weil die Zukunft hängt ab davon, dass es hier in Europa und natürlich auch in Deutschland entsprechend ordentlich funktioniert. Denn sonst können die jungen Menschen sich also schon ein bisschen einmachen, wenn es also so weitergeht. Wir sind ja jetzt wirklich in einer totalen Katastrophe hier bei uns. Wir schlittern von einer Krise in die andere. Und ich bin außerdem vielleicht auch noch die Preise für den europäischen Schulwettbewerb. Das sind meistens dann jüngere Schüler, die wir eben auch informieren wollen. Und das sind also so meine Sachen, die ich momentan mache. Allerdings habe ich festgestellt, dass es diesem Verein auch nicht möglich ist, politischen Einfluss geltend zu machen. Und daher habe ich mich entschlossen, das ist aber erst so ungefähr ein knappes halbes Jahr her, der Piratenpartei beizutreten. Und ich finde gerade, die Jugend heute, die muss eine Zukunft haben. Die Altparteien tun sich ja sehr schwer, zum Beispiel mit dem Thema Mindestlohn. Die Frau Merkel sagt dann, ja gut, ich bin dafür, aber die FDP, da muss ich wieder Rücksicht nehmen. Also im Endeffekt, es kommt beim Mindestlohn nichts dabei raus. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Forderung, die auch die Piratenpartei stellen sollte. Oder wie ist es denn mit den jungen Leuten? Die können studiert haben, da müssen sie Praktika machen. Das ist doch ein Witz. Möglichst noch kostenlose Praktika. Oder bestenfalls bekommen sie kurzfristige Verträge von einem oder zwei Jahren. Ja, da kann sich ja kein junger Mensch irgendeine Zukunft eben dann aufbauen. Das ist ja auch ein Problem der Familienpolitik. Warum gibt es eben so wenig Kinder hier bei uns? Weil eben hier die Zukunft der jungen Leute total entstande steht. Gut, das mal zum Allgemeinen. Aber etwas hat mich besonders hier betroffen gemacht. Und zwar, es ist bisher noch nicht die Frage gestellt worden, wie kann man die Piratenpartei wieder hochbringen. Denn das letzte Wahlergebnis in Niedersachsen war ja sehr ernüchternd mit 2,1 Prozent. Und allgemein geschätzt werden die Piraten ja momentan auf 3 Prozent. Das heißt, alles was wir hier machen, ist eigentlich für die Katz. Mit 3 Prozent kommt keiner in den Bundestag. Und da habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht, wie können wir das schaffen, jetzt die Piratenpartei hochzubringen, über die 5 Prozent und noch mehr Prozent hinaus. Und da muss man sagen, die Piraten brauchen Themen, Themen, die die normalen Wähler ansprechen. Wo der normale Wähler sagt, jawohl, genau das ist es, dafür wähle ich die Piratenpartei. Und was ist denn jetzt ein aktuelles Thema momentan? Es ist ein aktuelles Thema, das Aktuellste kann man sagen, sind die enorm gestiegenen Preise beim Strom, die ja um 12, 13 Prozent gestiegen sind. Und man kann sagen, dass rund 70 Prozent, jetzt mal so geschätzt, der Bevölkerung das einfach so hinnimmt. Da sind natürlich viele drunter, speziell vom Mittelstand oder gehobenen Mittelstand, denen es nichts ausmacht, mal so einige Hundert oder Tausend Euro für dasselbe Produkt mehr zu bezahlen. Und das sind ja eigentlich die Wähler der Grünen. Und wo sind aber die anderen 30 Prozent? Wo sind die anderen 30 Prozent? Das sind nämlich die Leute, die mit ihrem Geld rechnen müssen. Wo sind die Arbeitslosen? Wir haben ungefähr jetzt doch drei Millionen knapp Arbeitslose. Wo sind die Menschen, die Hartz IV beziehen, die zum Amt gehen müssen, um ihre niedrigen Löhne aufstocken zu lassen? Das sind allein rund sechs Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Sechs plus drei sind schon neun Millionen. Wo sind die Rentner? Wo sind die Rentner? Wir haben ungefähr 20 Millionen Rentner, zu denen ich ja auch gehöre. Gut, es gibt viele, die kriegen ja eine ganz ordentliche Rente. Aber es gibt auch viele, die kriegen eine sehr niedrige Rente. Also nehmen wir es mal einfach die Hälfte von den 20 Millionen. Zehn Millionen kriegen zu wenig Rente. Die müssen wir auch dazu zählen. Dann sind wir schon bei 19 Millionen. Und was ist mit den jungen Leuten, die in der Ausbildung stehen, die also auch mit ihrem Geld rechnen müssen? Was ist mit den Studenten, die in der Regel auch nicht so viel Geld übrig haben? Rechnen wir mal gnädig nur noch eine Million dazu. Dann sind wir schon bei 20 Millionen. 20 Millionen, das bedeutet ein Viertel des deutschen Volkes von rund 82 Millionen 25 Prozent. Und man muss eins sagen, da sind ja viele dabei, die noch nicht wählen dürfen, weil sie zu jung sind, noch keine 18 Jahre alt sind. Also praktisch ist es so, das sind nicht 25 Prozent, das sind an die 30 Prozent der Wähler, die von diesem Punkt wirklich betroffen werden. Und diese Leute, die werden uns ihre Stimme geben, wenn wir so weitermachen, sind wir plötzlich bei 30 Prozent. Und was ist mit den Leuten, die nicht wählen, weil sie mit den Parteien heute nicht zufrieden sind? Ich glaube, das sind auch viele darunter, die derselben Meinung sind, die ich gerade vorgetragen habe. Denn ich spreche ja gern mit vielen Leuten und da sind viele derselben Meinung wie ich auch, dass man hier mal einen Riegel vorschieben muss mit den Kostensteigerungen. Komm bitte zum Schluss. Denn das kann also normalerweise keine Wirtschaft eben vertragen, kein Staat vertragen und unsere Bevölkerung auch nicht. Dankeschön. Ich gehe davon aus, du hast es genug Zeit, dich vorzustellen. So, bevor wir jetzt dazu kommen, die Frage nach den Fragen zu stellen, kehrt erstmal Ruhe ein. Gut, geht doch. Jetzt wollt ihr Fragen stellen? Das wollt ihr nicht? Herzlichen Dank. Der Nächste ist die Nummer 31, Ralf Mola, bitte. Bevor du anfängst, eine Kleinigkeit noch. Sascha, bist du noch hier irgendwo, also nicht unter uns, sondern im Raum? Gut, dann müssen wir das später nachholen. Du kannst dann. Alles klar. Ja, grüßt euch alle. Mein Name ist Ralf Mola, komme aus Landenhausen, das liegt im Vogelsberg. Ich bin 43 Jahre alt und habe jetzt auch keine große Rede vorbereitet, bin eigentlich zu den Piraten gekommen, letztes Jahr im April, weil ich die Piraten eigentlich sehr gut finde. Sie machen eine offen und ehrliche Politik, sind auch offen für neue Ideen. Ja, und ich finde euch halt einfach cool, was ihr so an Arbeit macht. Also wirklich Respekt. Ja, ich bin ausgebildeter Versicherungskaufmann, habe die Fachhochschulreife in Wirtschaft und Verwaltung abgeschlossen, bin im Moment im Außendienst tätig. Und ja, warum ich mich jetzt hier habe aufstellen lassen, ich möchte halt einfach die Themen, die die Piratenpartei eigentlich aufstellt, dann in den Bundestag mit reinbringen und diese Themen dann auch voranbringen. Ich habe jetzt selbst keine eigenen aufgelegt, weil, wie gesagt, von der Piratenpartei genug vorhanden sind, die man dann auch in den Bundestag bringen kann und ja, möchte eigentlich euch bitten, wenn ihr euch für mich entscheidet, dass wir dann wirklich gemeinsam den Bundestag, ja, die Politik positiv ändern können und ja, erfolgreich dann auch diese vier Jahre gestalten können. Dankeschön. Ja, die formale Frage an dich. Hat ausgereicht. Dann die Frage an euch. Möchtet ihr Fragen stellen? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Herzlichen Dank. Danke. Als nächstes Kandidat 32, Herbert Förster. Ja, hallo erst mal. Geht schon los? Nein, Moment. So, und auch an euch bitte nochmal, auch während der Rede Ruhe. Wenn ihr reden wollt, dann hat es draußen die Möglichkeit. Wenn ihr länger reden wollt oder noch lauter reden wollt, ganz draußen, da friert es dann auch schön. Aber hier drin bitte nicht. Okay, dann moin. Ja, ich will gar nicht lange reden. Wir haben schon viele Reden gehört und es wurde schon vieles gesagt. Wir sind uns in vielem einig. Wir wissen nur oft nicht, in was. Ich finde nach wie vor, das ist der richtige Haufen, in dem wir hier sind. Auch wenn es sich ganz schön verändert hat, seit wir da eingetreten sind. Besonders seit ich hier eingetreten bin, habe ich eine erstaunliche Wandlung erlebt. Und wenn wir es wirklich mal schaffen, die Leute alle in ein Boot zu kriegen, möchte ich nicht wissen, was wir da für eine Antwort haben am Ende. Was für eine Partei wir dann sind. Allerdings müssen wir auch nach vorne schauen und aufhören mit den Grabenkämpfen. Und die werden ja zunehmend heftiger und zunehmend auf höherer Ebene. Ich finde es also auch jetzt gar nicht gut, dass unser Landesvorstand hier so gegen den Bundesvorstand, sei es wer sei, öffentlich angeht. Ich denke schon, wir haben den Ruf, dass wir ein wilder Haufen sind, Avanti, Dilettanti und alles Mögliche. Aber ich denke nicht, dass wir den noch so kultivieren müssen. Ich denke, wenn wir Politik machen müssen, wenn wir in diesen Bundestag wollen, dann sollten wir das auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit machen und uns gegenseitig dabei unterstützen. Und das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Und in dieser Fraktion sollten wir auch Leute reinwählen, nicht nur die wir mögen, sondern auch Leute, die integrativ sind, Leute, die miteinander arbeiten können. Und dafür biete ich mich natürlich gerne an. Jetzt ist natürlich schon die Frage gekommen, ja, du kandidierst für Landtag und du kandidierst für Bundestag. Das möchte ich auch kurz erklären. Wer es aufmerksam beobachtet hat, hat die letzten Tage gesehen, dass ich meinen Platz, ab wo ich kandidieren möchte, für den Bundestag nach hinten verschoben habe. Das gehört daher, wir haben, als die Petra Roth in Frankfurt als Oberbürgermeisterin ihren frühzeitigen Ruhestand verkündet hat, einen außerordentlichen Kreisparteitag gemacht, auf den wir erstmal überlegt haben. Stellen wir einen Oberbürgermeisterkandidaten auf. Ich habe mich dafür ausgesprochen und habe gesagt, Leute, derjenige, der für uns in diesen Oberbürgermeisterwahlkampf geht, den können wir auf Bundestagsliste setzen, den können wir auf Landtagsliste setzen oder auf beide, damit er wegen seiner größeren Bekanntheit auch mehr Stimmen zieht. Allerdings habe ich gehofft, zu dem Zeitpunkt, dass sich da noch mehr Leute bereit erklären, Oberbürgermeisterkandidat werden zu wollen, als Stefan. Und Stefan, sorry, fand ich den Wahlkampf, den er mir mal erzählt hat, was ihm vorschlägt, habe ich gesagt, geht gar nicht. Also ein bisschen Seriosität muss sein. Also das Thema, das ich eben hier auch schon angestimmt habe. Deswegen habe ich dann kandidiert und wurde dann auch mit knappem Vorsprung gewählt. Stefan und ich haben das dann zusammen auch ganz gut gerissen, finde ich. Und deshalb habe ich mich auf beiden Listen eingetragen. Zunächst einfach mal ganz vorne gesagt, ja klar, Platz 1 bis, will ich haben. Also muss man sagen, ich bin für jede Herausforderung da, das macht mir Spaß, so oder so. Ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um zu sagen, geiler Verein, mache ich mal. Ja, sondern ich bin in diese Partei gegangen, weil ich etwas bewegen will. Und wenn ich etwas bewegen will, muss ich auch gucken, dass ich an die Positionen komme, wo ich etwas bewegen kann. Nun ist meine Priorität aber mehr der Landtag. Und deshalb habe ich mein Votum geändert und habe gesagt, ich möchte lieber auf die hinteren Plätze. Jetzt haben wir ja ein Wahlsystem heute, eine Wahlordnung uns gegeben, die nach, ja, kann ich mir vorstellen, der macht das gut, geht. Und dem stelle ich mich natürlich auch, denn wie heute jemand gesagt hat, als wir um die Wahlordnung gerungen haben, wer sich hier hinstellt und sagt, ich möchte auf die Liste, der muss sich klar sein, es geht um den Bundestag. Und darüber bin ich mir klar. Und wenn ihr mich da hinhaben wollt, dann könnt ihr mich da hinwählen. Wo meine Präferenzen liegen, habe ich euch gesagt. Und jetzt ist es doch nicht ganz so kurz geworden. Ich habe fünf Minuten geschafft. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die gerne und ansonsten wählt, wie ihr es wollt. Danke. Applaus Herbert, die Frage an dich, hattest du genug Zeit? Ja, ja, klar, ich rede nie so lange. Die Frage an euch, habt ihr noch weitere Fragen? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Dankeschön. Damit kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist die Nummer 33, Matthias Garscher. Übrigens mal ein Dank an euch, dass das mit dem Leise doch wunderbar klappt. Gelegentlich muss man auch loben können. Applaus Hallo Piraten. Ich glaube, ihr habt euch vorgenommen, heute das an einem Tag durchzuziehen, oder? Ja. 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 Okay. Holt mal die draußen auch rein, dass die meine Rede auch hören können. Warum Piratenpartei? Oder was ist die Piratenpartei? Seit 15 Monaten bin ich hier dabei. Seit dem Offenbacher Parteitag dann endgültig. Vorher schon bei Stammtischen. Und ich muss sagen, die Piratenpartei ist eine Reflexion auf die Krise der Gesellschaft und letztendlich sogar, wenn es nicht so hochtraben klingen würde, dieses Systems. Und wir sind eigentlich, viele von uns gezwungen worden, hier politisch aktiv zu werden. Wir hätten wahrscheinlich lieber gern in NGOs gearbeitet oder in Bereichen, die uns jeweils beschäftigt haben, wo wir unsere Schwerpunkte gesetzt haben. Aber eigentlich war es doch so, dass das, was wir vorgefunden haben da draußen, den Zustand der repräsentativen Demokratie, das Wirtschaftssystem, dass das eigentlich immer unerträglicher geworden ist. Und deswegen ist nach meiner Meinung die Piratenpartei eine Erscheinung, die aus diesem Zustand hervorgegangen ist. Jetzt ist die letzten Tage im Heise Verlag ein Artikel erschienen, der mich besonders beeindruckt hat, von Jörg Friedrich, Zerfall und Neubestimmung der Piratenpartei. Was hat er da thematisiert? Dass wir angeblich in zwei Teile uns, ja, in zwei Teilbereiche aufgeteilt haben. Die einen, die meinen, wir müssten für unsere Zielgruppen Partikularinteressen im Bundestag durchsetzen. Und er hat die Frage gestellt, ob das notwendig ist, ob wir eine weitere Partei neben den Grünen, Linken und der SPD auf dem linken Parteien-Spektrum brauchen, die so etwas Ähnliches wieder machen, ob das nicht irgendwie uns total in das System integrieren würde. Die zweite Antwort war, wir sollten eigentlich an einer fundamentalen Systemkritik festhalten, aus der wir heraus entstanden sind. Und das ist auch meine Meinung. Also mir hat dieser Artikel aus dem Herzen gesprochen. Und er ist ja auch auf der hessischen Landesliste von einigen aufgegriffen worden. Und ich wünsche mir über diese Fragestellung eine größere Diskussion unter uns. Für mich ist wichtig, erst zu einer Selbstvergewisserung der Partei zurückzukehren und nicht alles einem Erfolg bei den Bundestagswahlen unterzuordnen. Und das gilt ganz besonders auch für die Bundesvorstände und für viele Personen, die hier sich, ja, ich muss leider sagen, als nicht teamfähig erwiesen haben und unsere Sache eigentlich wirklich beschädigt haben. Die Selbstvergewisserung bedeutet für mich zuallererst, dass wir eine Bottom-up-Partei sind. Dass die ganzen Entscheidungsstrukturen und die Selbstorganisation von unten nach oben organisiert wird und auf keinen Fall umgekehrt. Der Erfolg, den wir letztes Jahr hatten, der hat sich als ein gefährlicher Erfolg herausgestellt. Weil sobald wir in Kontakt verstärkt mit der Presse getreten sind und in die Landtage gekommen sind, hat sich gezeigt, dass das System, wie wir es vorfinden, auch uns irgendwie zwingt, sich an ihm anzupassen oder es sogar etwas schärfer zu formulieren, uns korrumpiert bis zu einem gewissen Maße. Also mindestens, glaube ich, kann man das selbstkritisch feststellen. Wir haben uns dann eingelassen, auf Antworten zu geben. Und ich meine, der Slogan, der wirklich von uns die ganze Zeit hochgehalten wird, wir sind die mit den richtigen Fragen, aber noch nicht die mit den endgültigen Antworten, der muss weiterhin im Vordergrund bleiben. Ich meine damit die kritischen Fragen, an denen wir uns reiben. Kritik ist immer ein Reiben an dem Bestehenden. Das heißt, die Piratenpartei kann niemals eine Partei des Status Quo sein, sondern muss in eine progressive Richtung mit ihren Visionen und Idealen tendieren. Wir erleben große Veränderungen, auch auf der bürgerlichen Seite. Ich möchte hier drei Beispiele nennen, die vielleicht den meisten nicht bekannt sind. Jens Altenbusch hat bei seiner AV-Rede in NRW die Hyperglobalisierung und die Internetrevolution als die zentralen Themen genannt. Das kann ich vollständig unterschreiben. Frank Schiermacher hat vor eineinhalb Jahren in der FAZ Foyetan eine Kehrtwende gemacht, die ich für bemerkenswert halte. Und die zeigt uns, dass auch auf der bürgerlich-konservativen Seite diejenigen, die noch nicht verlernt haben zu denken, anfangen zu merken, dass irgendetwas nicht stimmt. Morgen übrigens erscheint sein neues Buch Ego, was ich hier der gesamten Runde empfehle, mal zu lesen, weil es in vielen Teilen mit unseren Vorstellungen wahrscheinlich Übereinstimmung haben könnte. Er hat darin Charles Moore zitiert im Telegraph. Das ist der Biograf von Margaret Thatcher. Aber diese Biografie darf erst erscheinen, wenn sie unter der Erde ist. Und der hat gesagt, es könnte sein, dass ich ein Leben lang geirrt habe und dass die Linke doch recht haben könnte mit ihrer Systemkritik, dass uns irgendwas von den Marktradikalen versprochen worden ist, was einfach nicht eingetreten ist, sondern dass man uns hereingelegt hat. Und das aus einer konservativen Ecke wie Charles Moore. Wer den kennt, der weiß, welche Bedeutung er hat. Das Gleiche gilt für David Brook von der New York Times, ein richtig strammer Republikaner. Der hat gesagt, die Rechte hat Abschied genommen von der Politik. Wir sehen das doch im Augenblick in Amerika. Es gibt keinerlei Kompromissmöglichkeiten mehr. Hier wird gesagt, hier wird ein Fundamentalismus an den Tag gelegt, der überhaupt keine Kompromisse und Veränderungsprozesse mehr zulässt. Es wird gesagt, wenn etwas schief läuft, man hat noch nicht genug Markt umgesetzt. Der Staat interveniert immer noch zu stark. Und wenn es immer noch nicht klappt, wird das nochmal getoppt und gesagt, das liegt immer noch daran, dass immer noch zu viel Staat gemacht wird und wir haben nicht genug Markt gemacht. Das ist eine Fundamentalopposition. Wir können mit diesen Menschen überhaupt keine Politik mehr machen, wenn die auf dieser Ideologie weiterhin beharren. Und wir erleben das bei unseren Feldern bis hinunter zu PPP, zu ganzen Überwachungsvorgängen. All das steht damit im Zusammenhang nach meiner Meinung. Und deswegen ist das auch, an diesen Sachen reiben wir uns als Piraten. Ich sage noch was. Die Demokratie, die wir seit der französischen und amerikanischen Revolution erleben, ja, es ist dick aufgetragen, ist unvollendet geblieben. Diese Gewaltenteilung hat bis jetzt nicht zu einer wahren Demokratie geführt. Wir haben aber jetzt auch zum ersten Mal erst die Chance, mit dem Internet Sachen umzusetzen, die wahrscheinlich unseren Vorgängergenerationen nicht möglich waren. Und wir müssen da hart daran arbeiten. Für mich ist das Internet der Buchdruck der Reformationszeit. Das heißt, eine Möglichkeit, das verkrustete, herrschende System aufzubrechen. Und wir müssen alles dafür tun, dass das Internet frei bleibt und uns diese Möglichkeiten weiterhin erhalten bleiben. Wir können versuchen, alle Kandidaten heute sich vorstellen zu lassen. Dann würden wir den 18-Uhr-Termin nach hinten ausdehnen, ausdehnen müssen. Das wäre dann 19 Uhr, könnte 20 Uhr werden vielleicht. Das kommt auf die Fragerunden an und so. Oder es gäbe auch die Möglichkeit, die Versammlung heute zum Beispiel etwas früher zu beenden als vorgehabt und dann morgen früh mit den restlichen Kandidaten weiterzumachen. In jedem Fall sind wir ja vermutlich früher, also jetzt schon schneller als erwartet. Das heißt, wir werden morgen aller Voraussicht nach nicht mehr den ganzen Tag brauchen. Und genau, ich würde jetzt diese beiden Sachen gerne mal ein Meinungsbild einholen von der Versammlung, wie überhaupt so die Stimmung dazu ist. Vielleicht zunächst, also mit blauen und roten Karten dafür oder dagegen, den Tag heute auszudehnen, bis alle Kandidaten durch sind. Ja, Moment. Okay, ja, Jörg? Ist das an? Henning? Nein, bitte nicht an dem Mikro rumspielen. Einfach reinsprechen oder nicht? Ich wollte nur zu Bedenken geben, dass die Konzentration halt nachlässt. Und wenn man dann um 19.30 Uhr sich hier vorstellen soll, finde ich das nicht besonders fair. Ja, der Vorschlag kommt durchaus vor dem Hintergrund. Ich wollte jetzt aber keine Diskussion darüber eröffnen, sondern erst mal ein Meinungsbild haben. Also eben, das war sehr gemischt für den Vorschlag, das zu verlängern. Das war meinem ersten Blick nach 50-50. Jetzt würde ich mal gerade fragen, wie es zu dem zweiten Vorschlag, mit dem zweiten Vorschlag wäre heute eher zu beenden, die Versammlung. Das ist weit überwiegend positiv. So, das liefe dann über einen... Ja, bitte? Also ich habe den Vorschlag, wir machen um 18 Uhr fertig und dann machen wir morgen und nach angekündigter Zeit weiter. Dann auch dazu bitte noch einmal die Meinung bis 18 Uhr und Cut. Das sind mehr Brutto als Eben, aber es ist auch positiv. Danke, danke. 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 Sepp, wie sieht es denn aus mit dem Stream? Das Stream ist gut. Gut, dann bitte ich jetzt zunächst erst mal um den nächsten Kandidaten und wir beraten uns noch kurz, wie wir jetzt weitermachen. Jetzt ist dran die Nummer 36, Carmelito Bauer. Danke. Danke. Ja, liebe Freunde, spür die Angst und mach es trotzdem. So heißt ja im Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Wir haben ja heute ja schon einige Kandidaten hören dürfen und viele von Ihnen haben sich bestimmt die Frage gestellt, warum denn gerade ich, wenn ich... Warum gerade ich, wenn es nicht so viele andere auch machen, so viele andere gute Leute? Und ich versuche, diese Frage jetzt einmal zu beantworten. Mein Name ist Carmelito Bauer. Ich werde nächste Woche zarte 19 Jahre jung. Ich studiere Philosophie in Marburg, bin in Wiesbaden geboren. Ende 2007, vor nur mehr sechs Jahren, im Alter von 13 Jahren, stieß ich im Gulli-Forum zum ersten Mal auf die Piratenpartei. Damals wollte ein Günter Beckstein mal wieder Computerspiele verbieten und ihr könnt euch vorstellen, wie wütend mich das damals gemacht hat. Im Frühjahr 2008, zum ersten hessischen Landtagswahlkampf, begegnete ich dann in der Wiesbadener Innenstadt Christian Hufgart und vielen anderen hessischen Piraten und ich habe die Frage gestellt, gibt es denn schon eine Jugendorganisation? Und die Antwort war, nö, mach mal eine. Darauf folgte dann die Gründung der jungen Piraten, deren erster Bundesvorsitzender ich im Alter von 15 Jahren wurde. Ich glaube, liebe Freunde, dass es ein Ding gibt, was uns von den anderen Parteien abgrenzt. Das ist die Mitbestimmung. Das ist die Teilhabe. Wir nehmen jeden ernst. Jeder kann etwas zur Besserung der allgemeinen Lage in Deutschland, Europa und der Welt beitragen. Egal, wo er herkommt, wie alt er ist oder welchen Beruf er ausübt. Egal, wie er aussieht oder welche Sexualität er hat. Und bei mir hat sich das dann ganz konkret in Anträgen zur Jugendpolitik und zur Suchtpolitik manifestiert. Ich glaube auch, dass es noch etwas war, das uns damals antrieb. Die etablierten Parteien haben ewig gestrige Antworten auf neue Fragen. Sie sind nicht mal in der Lage, Antworten auf drängende Probleme zu liefern. Deshalb waren wir es, die große Demonstrationen gegen Netzsperren und Vorratsdatenspeicherungen mitgestalteten. Und wir waren es auch, die sinnvolle Alternativen aller Löschen statt Sperren präsentierten. Und ich denke, liebe Freunde, uns ist das in den letzten zwei Jahren ein bisschen abhandengekommen. Bei uns prallen viele Individuen mit unterschiedlichen Ansichten aufeinander. An Momenten, in denen die Debattenkultur unappetitlich wird, rückt unsere inhaltliche Arbeit leider in den Hintergrund. Und die Werte, die wir für uns in Anspruch nehmen, wirken auf einmal unauthentisch. Und so bewahrheitet sich ein Spruch, den ich lange zu sagen pflegte, man muss ein Masochist sein, um Politik machen zu wollen. Ich sage euch heute ganz klar, wenn wir Politik mitgestalten möchten, müssen wir das als Team machen. Wir müssen ideologiekritisch über den Tellerrand blicken und unseren Mitstreitern mit Toleranz begegnen. Wir müssen endlich wieder als großes Team auftreten. Und ich möchte als Team mit euch in den Bundestag einziehen, um frischen Wind in die Politik zu bringen, der dort dringend erforderlich ist. Ich stehe hier heute als Mitglied einer Generation, deren Interessen stets vernachlässigt wurden. Die Jugend- und Bildungspolitik, und warum das auch Bundessache ist, werde ich gleich noch kurz erklären, haben in den letzten Jahren einen bedauerlichen Tiefpunkt erreicht. Die Jugendarbeitslosigkeit und die zunehmende Perspektivlosigkeit, vor allem in der Peripherie, führen zu einem tragischen Zulauf zu faschistischen Organisationen und faschistischen Parteien wie der NPD. Es gibt gar kein Bewusstsein mehr dafür, welche menschenverachtende Ideologie dahinter steht. Ich möchte, dass die politische Bildung vorangetrieben wird. Ich möchte Angebote und Hilfsmöglichkeiten schaffen und vor allem möchte ich, dass mehr Geld in die Bildung gesteckt wird. Bildung ist Ländersache. Das heißt aber nicht, dass im Bund gar nichts zur Bildung laufen kann. Das BAföG-Gesetz und das Kooperationsverbot zeigen gerade, dass Bildung auch im Bund katastrophal benachteiligt wird. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Proteste unter dem Motto Freiheit statt Angst, Bildungsstreik, Hanfparade haben gezeigt, dass es mit der Politikverdrossenheit vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie man bis heute gemeinhin angenommen hat. Dennoch fühlt sich ein immer riesiger werdender Teil der jungen Menschen von der Politik alleingelassen. Man kann gar von Ohnmacht sprechen. Und als dann ein Karl Theodor zu Guttenberg 2009 zum Sprecher der jungen Generation ernannt wurde, dann sieht man, dass auch Mitglieder der etablierten Parteien von einer vernünftigen Drogen- und Suchtpolitik durchaus profitieren würden. Ich möchte eine Politik mitgestalten, in der wir die Interessen dieser Menschen berücksichtigen und nicht weiter Angebote für junge Menschen gestrichen werden. Ich erinnere mich noch, und ich komme zum Ende, ich mache es nicht so lang, Ich erinnere mich noch gut, wie wir versucht haben, mit 15 Mann in Frankfurt die Politik in ganz Hessen zu organisieren, wie wir im Unwetter Infoständen an den urigsten Orten irgendwo in irgendwelchen Wäldern aufgebaut haben und uns vor allem anhören mussten, dass es doch eh nichts ändert, wenn wir dann in der Opposition sind. Ich glaube, gerade bei den genannten Themen können wir tatsächlich kurz- bis mittelfristig gute Erfolge erzielen, auch wenn wir dann in der Opposition sind. Das Chaos der etablierten Politik wird auf lange Sicht selbstzerstörerische Züge entfalten. Denn selbst in Baden-Württemberg, wir wissen es, blieb der erhoffte Politikwechsel bekanntlich aus. Ich glaube, es braucht heute tatsächlich Piraten. Ich möchte der möglichen Piratenfraktion meine Erfahrungen, die ich selbst, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, für einzigartig halte und die ich in den letzten sechs Jahren Piratenpartei zur Verfügung stelle, die ich in den letzten sechs Jahren Piratenpartei machen durfte, zur Verfügung stellen. Es sind Erfahrungen, die mich selbst als politischer Mensch geformt haben und da sind auch gewiss Fehler dabei, aber ich glaube, auch aus Fehlern kann man tatsächlich lernen. Und ich teile euch heute auch mit, ich halte mich für masochistisch genug für den Job. Volker Pisperz sagte einmal, die Wahlen sind frei, kostenlos, manche sagen sogar, sie sind umsonst. Ich möchte den Menschen, insbesondere den jungen Menschen zeigen, dass ihre Meinung nicht ganz bedeutungslos ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Chance gebt. Lieben Dank. Applaus Ja, von wegen aus Fehlern lernen, Kamelito, hattest du genug Zeit zum dich vorstellen? Ich glaube, ich hatte genug Zeit. Danke, Christian. Dann die Frage an die Runde. Wollt ihr Kamelito befragen? Äh, das ist ja völlig, ähm, also ich, was siehst du? 50-50. Ja, okay, wir tendieren beide zu ja. Damit ist die Fragerunde an Kamelito eröffnet. Danke euch. Fragende dann bitte nach vorn. Hallo, Julia. Hallo, Kamelito. Mikro. Ah, hallo, Kamelito. Die gleiche Frage wie eben, in welchen Ausschüssen würdest du dich einbringen wollen und planst du für Ämter wie Fraktionsgeschäftsführung und so weiter Vorsitz zur Verfügung zu stehen? Ich glaube, also, dann muss ich doch auf mein Alter verweisen und glaube, dass es ein bisschen anmaßend wäre, wenn ich da jetzt gleich für irgendwelche Posten in der Fraktion kandidieren würde. Es kommt natürlich auch darauf an, wer dann letztlich da in den Bundestag einziehen würde. Und was die Ausschüsse angeht, ich habe meinen Schwerpunkt auf der Jugend, auf der Bildungs- und auch auf der Drogenpolitik. Gerade die Drogenpolitik ist ja immer nicht so ein populäres Thema. Und da glaube ich, ist es ja so die Frage, wird das jetzt im Innenausschuss behandelt oder wird das im Gesundheitsausschuss behandelt? Und das muss ich ehrlich sagen, werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, wie gesagt, ich werde mich dort einbringen, wo gerade meine Themen Bildungspolitik, Jugendpolitik und Drogenpolitik zur Sprache kommen. Kamilito, du hast gerade eben schon von deinem Alter verwiesen. Du bist jetzt 18. Laut deiner Angabe bist du seit 2008 Pirat, das heißt, seit du 14 bist. Ja, ich hatte ja gesagt 2007, aber ist ja egal. Interessanterweise hat keinerlei Bundessatzung in 2008 ein Eintrittsalter von unter 16 vorgesehen. Das heißt, bist du dir sicher, dass du keinen Mein-Eid mit den Unterlagen, die du vorhin in der Zeichentaste geleistet hast, dadurch, dass sie bei dem Eintritt eigentlich nicht hier durchgelegt werden dürfen? Ja, ich danke natürlich für diese Frage, weil Uwe Schneider, der heute leider nicht hier ist und ich glaube auch Thorsten Wirt, wir haben damals darüber gesprochen, ich habe den Mitgliedsantrag damals mit einer Einverständniserklärung meiner Eltern abgegeben. Im Laufe der Zeit haben wir das dann so gemacht, dass ich, ich glaube, als ich 16 war, dass wir das nochmal gemacht haben. Ich habe meine Mitgliedsnummer behalten, auf meinem Mitgliedsausweis steht kein Eintrittsalter. Ich würde mich dann, was jetzt das Ausfüllen der Einverständniserklärung, der Wahlerklärung angeht, würde ich mich auch nochmal gerne mit einem Juristen unterhalten und der kann mir dann sagen, welche Angabe ich dann da machen muss. Also ich glaube, daran soll es ja nicht scheitern. Also der Karmelito war 2007 auch schon dabei, ich habe den da öfter mal gesehen. Aber zu meiner Frage, Karmelito, wie gedenkst du, dich mit der Basis rückzukoppeln? Wie willst du Basis in deine Arbeit einbeziehen? Und wie gedenkst du allgemein, diesen Einfluss der Basis auf dich wirken zu lassen? Also ich muss sagen, dass ich, ich weiß nicht, ob deine Frage vielleicht darauf abzielt, bis heute kein großartiger Verfechter von den sogenannten Tools a la Liquid Feedback und so weiter sind, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich bin jemand, der gerne einfach so mal mit den Leuten spricht, auch im sogenannten echten Leben. Und ich habe das bis heute auch so gehandhabt, dass ich bei Anträgen, die ich auf Landesparteitagen eingereicht habe, immer auf den Mailinglisten, auf den einschlägigen Kanälen und auch im echten Leben auf irgendwelchen Treffen da mit den Leuten gesprochen habe. Ich möchte mir wirklich anhören, was die Basis zu sagen hat. Ich werde auch nicht, also ich werde keine Entscheidung treffen, zum Beispiel, wenn jetzt eine inhaltliche Entscheidung ansteht zu etwas, wozu es noch keinem Basisbeschluss geht, werde ich da entweder dagegen stimmen oder mich enthalten. Ansonsten glaube ich, dass wir vielleicht doch mal ein Tool entwickeln sollten, was auch unseren Anforderungen genügt, aber bis heute ist das halt noch nicht da. Und deswegen suche ich das direkte Gespräch mit vielen Menschen. Okay. Carmelito. Wir sind ja jetzt beide schon etwas länger dabei. Und als Frage quasi, ist es nicht wirklich so, weil du kurz gesagt hast, hätte der Vorstand so gemacht, war es nicht wirklich so, dass wir eigentlich alle wussten, dass du unter 16 bist und dass das keinerlei Form von Meinheit oder sonst irgendwas war, sondern dass uns allen klar war, dass du 14 bist und dass du dich deswegen aufgenommen hast, haben, weil du die jungen Piraten hochbringen wolltest. Ist das eine Frage? Also, also, es kann durchaus sein, ich will mir das nicht anmaßen und ich glaube, damals waren wir einfach so klein, dass wir da auf so Formalfuh noch nicht so genau geachtet haben, wie wir es heute tun. Ich habe gar keine Frage, aber jemand aus dem Stream der 68er Pirat wollte dich gerne fragen, ich würde gerne wissen, ob du als Berufsbildpolitiker hast. Das ist eine sehr berechtigte Frage und die ist mir natürlich im Laufe meiner Kandidatur immer wieder begegnet. Ich habe selbst natürlich Angst davor, weil ich werde euch niemals garantieren können, und dann würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nee, das wird auf gar keinen Fall passieren. Also, ich kann dazu so viel sagen, dass ich sehr gerne mein Studienfach studiere und dass ich anstrebe, das in vier Jahren dann auch weiter zu studieren, weil ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt mit 19 tatsächlich einziehen sollte, dann mit 23 oder 24 dann auch mein Studium durchaus fortsetzen kann. Es gibt ja viele, die in dem Alter auch erst anfangen zu studieren und genauso wie ich das so ein bisschen auch bei den jungen Piraten sehe, dass man immer wieder die Vorstandsämter auch an die nächste Generation abgibt, ich dann auch mein Mandat bereit wäre, an die nächste Generation abzugeben, um eben nicht wie ein Volker Beck zu enden. Ich bin ja keine sechs Leute in den letzten Jahren. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke. Also, wir haben uns jetzt als Versammlungsleitung zwischenzeitlich beraten wegen des weiteren und zeitlichen Verlaufes und ich will das jetzt nochmal fragen, noch angesichts einiger Zusatzinformationen. Wir haben jetzt kalkuliert, dass wir für die verbleibenden zwölf Kandidaten, wenn ich das richtig sehe, mindestens noch zwei Stunden brauchen könnten. Wir haben überlegt, dass wir morgen früh gerne oder nach der Vorstellung sämtlicher Kandidaten eine Stunde lang offenes Mikrofon mit Fragen an alle Kandidaten noch machen würden. Das ist jetzt nicht zuletzt natürlich sozusagen ein Bonus davon, dass das Ganze ja sehr zügig verläuft bisher. Und wir haben natürlich auch überlegt, dass wenn wir jetzt vorzeitig heute einen Cut machen, dass durchaus für die Kandidaten, die morgen früh als erste dran sind, relativ unfair sein kann, weil üblicherweise, wenn man um 10 Uhr anfängt, die Leute so zwischen 10 und 11 mal eintrudeln und dann sind die ersten zwei, drei Kandidaten stehen halt ja einfach vor einem halbvollen Haus. Wir würden angesichts dessen beide Alternativen, die eine Alternative wäre quasi, jetzt Schluss zu machen, weil ob man jetzt noch eine halbe Stunde macht oder nicht, das ist unerheblich und eben war die Stimmung ja schon so, dass die Konzentration langsam nachlässt. Also entweder jetzt bald Schluss zu machen oder heute noch alles fertig zu machen an Vorstellungsrunden. Diese beiden Alternativen gerne gegeneinander abstimmen und das dann entsprechend tun. Unsere Empfehlung ist, dass wir alle Kandidaten heute noch durchmachen, aus Fairnessgründen der Kandidaten gegenüber. Das wird uns auch ein bisschen Zeit sparen, wenn wir das auf morgen verschieben. Wir wissen nie, bei Piraten kommt es öfter vor, dass mal ein Wahlgang wiederholt werden muss. Wir möchten auch nicht morgen in Zeitprobleme kommen, deswegen würden wir heute das gerne nutzen. Die Versammlung war bisher heute unglaublich diszipliniert. Dein Dankeschön dafür. Und wir sind der Meinung, ihr schafft es auch noch weitere zwei Stunden. Wenn Sie schon alle sprechen, dann ich auch. Wenn es euch helfen würde, wir könnten auch mal sagen, wir machen jetzt einfach mal gemeinschaftlich irgendwie fünf bis zehn Minuten Pause, alle mal in die frische Luft und dann halt wieder mit voller Konzentration weiter für alle Kandidaten gleiches Recht und morgen dann halt eben mit der Fragestunde, die wir damit halt eben machen könnten. Und dieses Meinungsbild, diese beiden Optionen würden wir jetzt gerne abfragen. Eine Info noch zu der Fragestunde, die wir machen wollen würden. Wenn wir jetzt auf morgen verschieben und jetzt einen Cut machen, dann machen wir morgen auch keine Fragestunde. Wenn wir, das geht dann nicht. Wir machen heute alle Kandidaten, dann können sich morgen, dann sind die morgen alle verblasst, wir können morgen alle befragen. Ansonsten wäre das unfair gegenüber und das ist dann dementsprechend die Option. eigentlich ist es ganz einfach. Die Zeit, die wir jetzt dranhängen, haben wir morgen frei. Diese freie Zeit können wir für eine Fragestunde benutzen. Das heißt, die Option ist entweder, wir machen heute, alle Kandidaten haben morgen Zeit für die Fragestunde. Option eins. Option zwei, wir brechen jetzt ab, machen morgen die restlichen Kandidaten und schreiten zur Wahl. Die beiden Fragen hätten wir gerne erläutert. Mikro? Saalmikro? Saalmikro bitte an. Also bis auf den letzten Punkt, dass wir jetzt die Fragestunde dann morgen streichen, wenn wir nicht heute Abend das durchmachen, fand ich die Vorschläge eigentlich alle ganz okay. Aber ich möchte doch zu Bedenken geben, dass angesetzt war, eingeladen war von 10 bis 18 Uhr zweimal. So, und ihr wollt mir doch nicht sagen, wenn wir heute alle befragen oder wenn wir sie nicht befragen, dass wir das morgen nicht auf jeden Fall bis 18 Uhr schaffen würden. Also wir sind sehr gut in der Zeit. Also ich finde, ich finde, wir haben auf jeden Fall genug Zeit für eine Fragestunde. Ich fand die Idee auch sehr gut. Und ich finde, die Zeit sollten wir uns auf jeden Fall nehmen. Es geht hier um die Kandidatur zum Bundestag. Also im Zweifelsfall würde ich bitten, das getrennt abzustimmen. Also die Fragestunde gibt es ja eigentlich noch nicht. Die muss erst getrafen werden. Also ganz ehrlich, also die Fragestunde müssen wir erst noch schaffen. Wir können ja nicht einfach die DEO umändern hier als Versammlungsleitung. So mächtig sind wir hier ja auch nicht. Trotzdem ist es so, morgen ist um 18 Uhr Ende. Und wenn wir dann noch nicht gewählt haben oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann haben wir Pech. Deswegen möchten wir heute die Zeit einfach nutzen. Und wenn wir das auf morgen verschieben, die Fragestunde ist in dem Fall Kandidaten, die morgen befragt werden können und nochmal befragt werden können, haben einen Vorteil gegenüber den Kandidaten, die sich heute vorgestellt haben. Deswegen möchten wir das nicht machen. Ich sage mal da vorher, nehmt mir die Frage nicht böse, ich habe euch gerne. Aber ich muss, ich habe den Eindruck, hier läuft was ganz schlimm schief gerade. Wir haben ein Meinungsbild eingeholt, das wir früher abbrechen wollen. Dann seid ihr in euch in Klausul gegangen, jetzt präsentiert ihr zwei Alternativen. Da muss dann fairerweise, das ist doch nochmal vorgerechnet werden, jetzt pünktlich Schluss machen, wir eingeladen, trotzdem morgen Fragestunde. Ich hätte den Eindruck, das geht zeitlich. Also ich würde auf jeden Fall, aber gerne darüber mit abstimmen. Ansonsten hatte das gerade für mich einen ganz komischen Geschmack und ihr meint es sicher nicht so, also bitte diese dritte Option auch anbieten. Nein, mache ich nicht. Ja, unabhängig davon, ob wir diese dritte Option anbieten oder nicht, fände ich das grob fahrlässig, wenn wir die Wahl auf den letzten Drücker nach hinten schieben, weil es kann immer was schief gehen, es ist in der Vergangenheit bei solchen Abstimmungen was schief gegangen. Und am Ende stehen wir ohne eine Liste da. Wir haben da sehr wenig Erfahrungen bisher im LV. Und was die Versammlungsleitung hier gerade versucht, ist sicherzustellen, dass wir in jedem Fall am Sonntagabend hier mit einer Liste rauskommen. Und das ist das Wichtigste. Und ich finde, es ist extrem fahrlässig, sich deshalb jetzt irgendwie eine Stunde früher abzubrechen oder so, sondern wir sollten einfach heute, ja, so viel machen wir, wir schaffen. Und wenn wir morgen Zeit haben für eine Fragerunde, dann können wir morgen darüber entscheiden, ob wir diese Fragestunde machen. Und wenn wir keine Zeit haben morgen, dann streiten wir zur Abstimmung. Alles andere ist wirklich Unfug. So, bevor die nächste Redebeitrag ist, Julia hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Wir sind als VL sind wir dafür verantwortlich, dass die TTO innerhalb der Zeit läuft. Diese Verantwortung, und da sind wir uns einig, würden wir nicht übernehmen wollen, wenn wir die Fragestunde nach einem Fortsetzen der Kandidatenbefragung am morgigen Tag machen wollen. Das wäre ein GO-Eintrag. Der wäre nicht in der GO drin. Das heißt, den könnten wir insofern auch nicht annehmen. Ich bitte aber auch jetzt bei der Diskussion, diese Diskussion nach Möglichkeit kurz zu halten. Ansonsten können wir uns das sparen, weil dann kriegen wir die Kandidatenbefragung so oder so heute nicht durch. Ich habe nur euer Fairness-Argument nicht ganz verstanden. Klar, es gibt vielleicht Leute, die morgen noch nicht um 10 Uhr hier sind, aber es gibt halt vielleicht auch Leute, die heute um 18 Uhr fahren. Also das habe ich im Verhältnis noch nicht gedacht. Ihr habt eben angekündigt, die Wahl zwischen zwei Optionen zu geben und macht aber total massiv Druck für eine. Das finde ich einen richtig schlechten Stil. Ich denke, wir sind tatsächlich dermaßen gut in der Zeit, dass es völlig unproblematisch ist, die Fragestunde so oder so zu machen. Und wir könnten auch, wenn es GO-Probleme geben sollte, einfach die Sitzung unterbrechen für eine Stunde und ganz informell eine Fragerunde machen. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und wie gesagt, ich fände es einfach gut, dann einfach wirklich eine faire Abstimmung zu machen und nicht so einen Druck. Ich möchte hier nochmal zu bedenken geben, es geht hier gerade gar nicht um den Aspekt der Zeit, ob wir das morgen hinkriegen oder nicht, die Frage stellt sich mir nicht, sondern es geht darum, ob es fair ist. Und die Fairness ist einfach morgen nicht gegeben für diejenigen, die nur einmal sich vorstellen können und eben nur einmal gefragt werden. Und um diesen einen Punkt geht es. Und nicht, ob wir die Zeit haben. Also vielleicht mal, dass wir das ein bisschen einschätzen können. Wir haben jetzt noch zwölf Kandidaten, wenn ich richtig gezählt habe. Können wir die nicht einfach kurz fragen, wie lange denn ihre Rede geht? Weil ich glaube, die Kandidaten wissen ungefähr, wie lange ihre Rede. Und dann haben wir eine ungefähre Zeit, wie lange wir jetzt noch hier sitzen oder wie lange wir morgen halt dranhängen müssen. Das dauert zwei Minuten. Nein, das kann ich als Versammlungsleiter nicht gutheißen, weil die Person erstens, ich muss, selbst wenn mir jemand sagt, ich rede sechs Minuten, dann bin ich nicht bereit, der Person zu glauben, dass sie nicht aus Unsicherheit, aus Ausschweifen oder sowas zehn Minuten braucht. Und ich möchte die Person nicht im Vorhinein als zur Geisel ihrer eigenen, vielleicht irrtümlichen Festlegung machen. Und es gibt möglicherweise Fragerunden. Meiner Meinung nach gibt es voraussichtlich Fragerunden und deren Länge ist auch nur begrenzt festzustellen. Deswegen finde ich so eine Spekulation nicht hilfreich für die Diskussion. Ich will nur eine kurze Information geben. Das Wahlverfahren wird uns drei bis vier Stunden dauern. Das ist wirklich nur eine reine Information als Einschätzung von Leuten, die ein bisschen mit Erfahrung haben, wie ihr vielleicht wisst. Drei bis vier Stunden werden wir für diesen kompletten Wahlgang mit Aufrufen, Auszählen und so brauchen. Das ist reine Information. Was heißt, wenn wir es zweimal machen? Ich habe nur noch eine kurze Frage zu dem Fairness-Argument. Die ist zweigeteilt. Und zwar zum einen wurde gesagt, dass die Leute, wenn wir jetzt heute abbrechen und dann morgen noch den Rest befragen und die Fragestunde machen, dass die einen Vorteil hätten, weil die zweimal befragt werden können. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil die Leute, die bis jetzt schon befragt wurden, wurden ja bereits einmal befragt und die würden morgen auch ein zweites Mal befragt werden können. Also den Punkt sehe ich schon mal so nicht. Der zweite Punkt, der gesagt wurde, war, dass morgen früh eventuell die Leute nicht da sind, um den Vorstellungen, die ganz am Anfang stehen, zuzuhören. Ich sehe es erstens so, die Versammlung wird sowieso nicht um zehn beginnen. Die hat heute auch nicht um zehn begonnen. Zweitens ist es die Verantwortung der Leute, dass sie rechtzeitig hier sind. Das heißt, sie sollten sich dann entsprechend früher auf den Weg machen. Und zum Dritten finde ich, ist es genauso unfair, den Leuten, die jetzt noch kommen, aufzudrücken, in dieser Luft, die wir hier haben, die steht hier die ganze Zeit, jetzt noch die Konzentration abzuverlangen, die Leute zu beurteilen, als ob es sie morgen nicht da sind. Also meine Konzentration ist auch durch. Entschuldigung. Ich möchte euch ganz kurz zu Bedenken geben, dass ihr nicht die erste AV in irgendeinem Landesverband seid und dass AVs in diversen Landesverbänden deutlich länger gedauert haben, als alle Menschen es gedacht haben. Und dass deswegen jede Zeitersparnis, die man irgendwie kriegen kann, sinnvoll ist. Abstimmung. Ich persönlich fände es ganz toll, heute alle Kandidaten zu sehen. Dann kann ich mich heute Abend mit allen Kandidaten unterhalten, kann mit anderen Piraten über die Kandidaten reden und habe da einfach viel mehr in der Hand und kann mich viel stärker damit auseinandersetzen. Und wenn irgendwelche Leute Fußball gucken wollen oder so, dann ist mir das persönlich Krupe. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Und die beiden Optionen sind jetzt abbrechen. Das wäre die erste Option, morgen weitermachen. Die zweite Option wäre, jetzt die Kandidaten bis zum Ende der Kandidatenliste sich vorstellen zu lassen und dann morgen früh mit einer Fragerunde zu eröffnen. Und sich einfach an die Tagesordnung zu halten, wie sie vergrüßen war. Wir haben jetzt ausdiskutiert. Wir stimmen jetzt ab. Bitte zuerst die Stimmen für den Vorschlag, ab jetzt zu unterbrechen und morgen früh weiterzumachen mit der Kandidatenlistenvorstellung. Ja, danke. Und Stimmen für und gegen den Vorschlag jetzt, die Kandidatenvorstellung bis heute zu Ende zu bringen und morgen früh mit der Fragerunde. Gut, das ist doch die Mehrheit für den zweiten Vorschlag. Gut, dann machen wir weiter. Und... Ja, aber wir hatten gesagt, wir bieten eine Pause an. Das sollten wir auch. So, und... Wir hatten es ja versprochen, so oder so. Wir machen jetzt erstmal eine Pause von... Wir machen eine Pause von 10 Minuten. Nutzt sie, spült euer Hirn durch. Lüftet, macht mal auf. Und aufmachen, wenn es geht. Lüften, wenn es geht. 17.35 Uhr geht es weiter. Das ist mir ruhig genug. Dann bitte ich jetzt... Kandidat 37, Martina Flasch. In dem Fall natürlich eine Kandidatin. Sorry. Ja, hallo. Ich heiße Martina Flasch. Was? Moment. Hat sie? Jetzt? Okay. Hallo. Ich heiße Martina Flasch. Ich bin 44 Jahre alt. Komme aus Frankfurt. Ich habe hier in Frankfurt den Oberbürgermeisterwahlkampf pressetechnisch damals mitbetreut. Ich bin Gründungsmitglied der SG Presse. Habe dann irgendwann die Teamleitung der SG Presse übernommen. Habe im Nachhinein dann danach... Entschuldigung, ich bin total aufgeregt. Ich habe die Betreuung zur stellvertretenden Bundespressesprecherin bekommen und habe dann angefangen, vor allen Dingen AGs pressetechnisch mitzubetreuen. Ich sehe die wichtigste Aufgabe einer möglichen kommenden Piratenfraktion darin, dass sie sich nicht vom System Bundestag vereinnehmen lässt. Stattdessen muss eine Fraktion in der Lage sein, die Lücken im System zu finden und diese aufzuzeigen. Fraktionen, die in der Tretenmühle-Bundestag gefangen sind, werden das nicht leisten können. Das ist in meinen Augen auch der größte Fehler der Grünen gewesen. Und es wird auch nicht ausreichen, hier und da mal ein bisschen Sand ins Getriebe zu steuern, sondern wir müssen das System wirklich studieren, die Lücken finden, wo sind die maroden Stellen in dem Getriebe und da müssen wir Steine reinschmeißen. Und es müssen konstruktive Steine sein. Eine sehr wichtige Aufgabe einer kommenden Bundestagsfraktion wird darin bestehen, die Aktivitäten von Lobbyisten aufzuzeigen. Und es reicht nicht nur aus, diese Aktivitäten aufzuspüren, sondern wir müssen sie für den Bürgern nachvollziehbar darstellen. Eine weitere sehr wichtige Aufgabe einer Fraktion wird es sein, Untersuchungsausschüsse zu besetzen. Ich möchte mal einfach an den Fall jetzt der NSU-Affäre aufzeigen. Bei der NSU-Affäre oder bei der Überwachung des Verfassungsschutzes, der ja durch Kontrollgremien des Bundestags überwacht werden soll, haben alle Parteien vollständig versagt. Und genau diese Parteien können überhaupt kein Interesse daran haben, in einem Untersuchungsausschuss die Vorfälle wirklich komplett aufzuklären. Denn dann müssten sie ihren eigenen Leuten ziemlich ans Bein pinkeln und das werden sie nicht tun. Und darum müssen wir in den Bundestag. Eine Piratenfraktion kann da völlig unbedarft rangehen. Wir haben niemanden, auf den wir Rücksicht nehmen müssen. Wir können ganz konsequent Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist so wichtig. Das fehlt einfach in dieser Republik. Ein weiter sehr wichtiger Punkt wird die Einbindung der Basis sein. Wir haben schon jetzt so viele Streitereien und so viele Gräben. Wir können es uns nicht erlauben, auch noch ein Graben zwischen einer kommenden Bundestagsfraktion und der Basis zu haben. Für mich wäre ein guter Punkt, Basisarbeit anzugehen und in die Fraktion einzubinden, in denen besonders die AGs in die Pflicht genommen werden. Wir haben so unglaublich gute AGs, die so gute Arbeit leisten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich für diese AGs die Pressearbeit bisher machen und organisieren durfte. Dafür ein ausdrückliches Danke. Wie könnte so eine Arbeit zum Beispiel auch von den AGs aussehen? AGs können Papiere einreichen, die dann zu Fraktionsanträgen ausgearbeitet werden können. Aber sie können auch Fragenkatalogen für kleine Anfragen ausarbeiten. Das ist übrigens schon geschehen. Die AG Landwirtschaft hat gute Fragenkataloge für die Fraktion in Schleswig-Holstein und für die Fraktion in NRW ausgearbeitet. Gesetzgebende Verfahren sehen meistens so aus, dass sehr, sehr gute Vorlagen häufig aus Bundesverwaltungen oder auch aus Bundesämtern kommen. Diese Vorlagen gehen dann in die Fraktion oder in die Ministerien. Und was dann dabei rauskommt, erkennen die Schreiber meistens gar nicht mehr wieder. Denn genau an diesen Punkten werden die Anträge durch Einflussnahme von Lobbyisten extrem verwässert. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wir nehmen diese unterschiedlichen Versionen. Wir nehmen einmal die Version, die aus den Ämtern und den Verwaltungen kommt und geben sie in die AGs rein. Und wir geben gleichzeitig die Entwürfe, die Referentenentwürfe aus den Fraktionen, aus den Ministerien und geben die ebenfalls in die AGs. Und die AGs bekommen die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Papiere gründlich zu analysieren. Und wir können dann zu jedem Gesetz, das verabschiedet werden soll, sowas wie eine Inhaltsangabe schreiben. Das ist drin, das ist drin, das ist drin. Wir können sogar noch weitergehen, ein echtes Alleinstellungsmerkmal uns zusammenbauen. Ihr alle kennt das umstrittene Ampelsystem aus dem Lebensmittelbereich. Alles, was mit Rot gekennzeichnet ist, sollte man nicht essen. Gelb, naja, okay, kann man sich geben. Was Grün ist, ist gut. Und jetzt stellt euch vor, wie geil das wäre, wenn wir so ein Ampelsystem für alle zu verabschiedenden Gesetze entwerfen würden. Rot, total lobbyverseucht. Gelb, naja, irgendwie noch akzeptabel. Grün, geil, wollen wir. Damit bekommt die Basis die Möglichkeit, Lobbyarbeit wirklich intensiv nachzuvollziehen. Und es muss auch dann der Basis vorbehalten sein, dieses Ampelsystem vorzustellen. Das ist ihre Arbeit. Wir werden aber auch im Bundestag Regen halten. Und es wurde schon gesagt, wie sind doch die mit den Fragen. Und auch da können wir wieder die Basis fordern und sagen, hey, das und das läuft dann und dann. Gebt uns die Fragen, die wir im Bundestag stellen sollen. Wir müssen ein Team bilden. Ein Team aus Basis und Fraktion. Denn die Basis hat so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Es wäre einfach zu schade, wenn wir die nicht nutzen würden. Danke. Danke. Die Zeit hat gereicht. Gut, du nimmst mir die Frage vorweg. Herzlichen Dank. Bitte. Dann kommen wir zu der üblichen Frage, die ihr kennt. Habt ihr Fragen an Martina? Das. Stefan. Ja, nein. Schwierig. Ich würde eher sagen, nein, oder? Ja, wir sind uns einig, es gibt keine Fragen. Danke dir. Dann kommen wir zur Kandidatin 38, Katrin Hilger, bitte. Applaus Lauter ganz normale Leute. Das war jedenfalls mein Eindruck an einer lauren Sommerabend irgendwann 2011. Da war ich nämlich beim ersten Stammtisch der Piraten. Ein guter Freund hat mich mitgenommen, hat gesagt, komm da mal mit, das ist interessant, das ist spannend. Jo, und ich war dort und es war spannend, es war interessant. Die Leute waren schlau, die waren enthusiastisch. Es hat mir gefallen. Es hat mir gefallen. Es hat offensichtlich damals auch den Wählern gefallen, denn ungefähr drei, vier Wochen später war die Berlin-Wahl. Und auf einmal waren Piraten überall. Da war ich aber schon dabei. Ja, für mich war es natürlich besonders cool, weil ich komme aus Bayern. Und ja, wie man weiß, ich habe jetzt 45 Jahre in Bayern gelebt und nie eine andere Regierung erlebt als eine Schwarze. Und für mich war das wie ein frischer Wind, auf einmal was ganz, ganz anderes Piraten. Super Sache. Und ich war glücklich. Ich war mit Akta dabei und habe mir gedacht, hey, man kann tatsächlich was bewegen. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl mitmachen zu können, dieses Glück da dabei zu sein, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass wir es schaffen, mit unserer Bundestagskandidatur und unserer Bundestagsfraktion zu den Leuten zu bringen. Leute klar zu machen, Politik kann richtig Spaß machen. Es kann richtig glücklich machen. Seitdem ist allerdings die Begeisterung der Wähler ein kleines bisschen abgeebbt, muss man sagen. Aber das ist schade, weil wir immer noch enthusiastisch sind und immer noch schlau und immer noch wahnsinnig viel zu bieten haben. Jetzt die Bundestagswahl ist eine wahnsinnig gute Gelegenheit, das zu zeigen. Ich denke auch, also ich sehe für uns drei wirklich große Aufgaben im Landtag. Einer hat mir meine Vorrednerin schon vorweggenommen. Wir sind der Stein im Getriebe, der Sand im Getriebe, die Unbequemen, die, die die Fragen stellen, intern und immer wieder nicht. Also irgendwie schauen, was passiert da und nicht locker lassen. Nicht erlauben, dass irgendwann in einer Weltmeisterschaft innerhalb von drei Minuten ein wahnsinnig wichtiges Gesetz durchgewinkt wird. Das wird es mit uns nicht geben. Da werden wir unsere Finger immer draufhalten und immer sagen, nein, so nicht. Das andere ist natürlich, wir werden uns stark machen für unsere Themen. Nach wie vor haben die ganzen Parteien, die dort sind, keine vernünftige Netzpolitik. Das können wir ändern. Und zwar glaube ich, da müssen wir einen anderen Weg gehen. Also das habe ich festgestellt, wenn man mit Leuten außerhalb der Filterbubble redet, man darf einfach mit keinem Wissen anfangen und man darf auch nicht locker lassen. Man muss erklären, was ist Relevanz, was ist wichtig. Warum sind diese Themen wichtig für jeden? Und auch dann irgendwann einmal hoffe ich, dass die Altparteien das mitverstehen und wir damit durchkommen, auch vielleicht sogar mit ein paar Anträgen. Aber das ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik. Und die dritte und die wichtigste Aufgabe ist das, wir müssen Politik begreifbar machen. Politik macht momentan für die Bürger ein undurchschaubares Konstrukt. Es ist furchtbar kompliziert und keiner will dabei sein und das lässt man Mutti machen. Das ist das, was unsere dritte, wirklich, wirklich wichtige Aufgabe ist. Wir müssen versuchen, Politik aufzubereiten, Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Was tun wir dort? Deswegen halte ich zum Beispiel Bürgerportale, die wir sofort nach der Bundestagswahl einrichten, für eine ganz wichtige Sache. Und was kann ich dann dabei tun? Also momentan, ich bin ja hier die Presse, eine der stellvertretenden Pressesprecherinnen in Hessen und bin die ganze Zeit damit beschäftigt, unsere Themen aufzubereiten, sie für den Bürger verständlich zu machen, sie zu formulieren, zu vereinfachen und so weit zusammen zu komprimieren, dass sie verständlich sind. Und ich hoffe auch, dass sie dann erkennbar sind, was die Relevanz für jeden Einzelnen ist und vielleicht auch spannend ist. Das würde ich auch gerne im Bundestag machen mit anderen Themen. Ich bin in meinem Job als Journalist und PRler gewohnt, mich jeden Tag in neue Themen einarbeiten zu müssen. Ich kann ganz schnell Sachen erfassen. Ich kann mit Unmengen von Manuskripten in ganz schneller Zeit den einzelnen Kern rausfinden und auf die Essenz kommen und auch auf die Drecks stellen. Irgendwas, was uns irgendjemand unterschieben will. Das merke ich ziemlich schnell und ich hoffe, dass wir das dann gemeinsam als Fraktion dort ausarbeiten können und sagen können, nee, so nicht. Und das dann aber auch dem Bürger erzählen. Und was ich ganz wichtig finde, ich bin ein Allrounder, also ich bin jetzt kein Spezialist auf irgendeinem Gebiet und das ist auch gut so. Weil, wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nach. Wenn irgendwas daherkommt im Bundestag, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, dann kann ich mir bei der Basis, bei den AGs Hilfe holen. Nicht nur, ich kann, ich muss. Und die erklären mir das dann so lange, bis ich es verstanden habe. Und wenn es ich verstanden habe, dann kann es auch der Rest verstehen. Dann kann ich es auch wieder komprimieren, weitergeben, vereinfachen an die Bürger. Das ist die Aufgabe, an die ich sehe. Ich habe irgendwie in diesen Fragen vorher bei den ganzen, im Wiki und so weiter gesagt, ja, welche Gesetze willst du denn machen? Ich will keine Gesetze machen. Wir haben ein Gesetz, das super ist, das Grundgesetz. Im Grundgesetz ist alles drin, was wir brauchen im Prinzip als Basis für das. Und ich bin sehr dafür, dass wir uns einfach nur dafür einsetzen, dass die Sachen nicht verwässern, dass sie nicht kaputt gemacht werden durch irgendwelche Terrorfurcht, die geschürt wird. Und ja, im Prinzip ist es eigentlich das, wo ich sage, das reicht völlig. Wir brauchen auch nicht ein Riesenprogramm-Fu. Da würde ich viel lieber dafür sorgen, dass wir schauen, dass wir Bürger begehren, Volksabstimmungen schaffen, dass die Leute zwischen einmal Kreuzel machen und nochmal Kreuzel machen, irgendeinen Korrektiv bekommen. Dass sie wieder Lust haben und einfach sehen, hey, wir können was bewegen. Dann würde ich sagen, ich danke euch ganz herzlich. Ich bin ja auch schon kurz vorm Ende. Ein Moment noch, weil ich möchte noch eine Bitte loswerden. Weil ich habe das hier oft gehört, also wenn der und der drankommt, dann helfe ich nicht. Ich würde euch bitten, ungeachtet, welche Leute jetzt auf die Liste kommen, überlegt euch, ihr seid Piraten und wir können das Ding rocken. Schaut, ob wir das alle gemeinsam hinkriegen und schauen, egal, ob wir unsere ganzen Animositäten beiseite werfen, schauen wir, dass wir das schaffen und gemeinsam machen, gemeinsam Plakate kleben, gemeinsam auf die Stände stehen und dann, denke ich, kriegen wir das hin. Das wäre für mich ein wichtiges Anliegen, dass uns diese ganze Sache eint und nicht kaputt macht. Danke, jetzt endgültig. Gut, das werde ich als zufriedengestellt mit der Vorstellung. Dann die Frage an euch, habt ihr Fragen an Katrin? Nein, das ist noch nicht eindeutig. Nein, das werden keine Fragen gestellt. So, dann kommen wir zum nächsten Bewerber, das ist die Nummer 39, Hans-Carlos Hofmann. Hallo, Piraten. Kleinen Moment bitte noch. Bist du weg? Okay, bitte. Und nochmal bitte Ruhe. 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 Hallo, Piraten. Ich komme aus dem Landil-Kreis, bin in Stuttgart geboren, habe Mathematik und Physik studiert an der Uni in Gießen, habe in den 90er Jahren mich mit EEG-Forschung beschäftigt, habe entsprechend das Equipment dafür hergestellt und dabei etlichen Doktoranden der Medizin zu einem nicht abgeschriebenen Doktortitel verholfen. Und dabei auch reichlich Erfahrung mit Drogenwirkungen und wissenschaftlichen Papers über Drogen sammeln dürfen. Um das Jahr 2000 herum bin ich dann ins Internetgeschäft eingestiegen, zunächst mal mit einer Plattform, mit einem Protokollkonverter und anschließend dann, nachdem die EU das entsprechend hat zugelassen, ohne dass man da also zigtausende Euro an Formalfu anlegen musste, bin ich jetzt also auch Internetprovider geworden, sodass ich also ein bisschen Ahnung von Internet habe und von den ganzen Problemen, die dabei auch auftreten. Ihr wollt die Netzneutralität hochhalten. Ich muss dazu sagen, die Netzneutralität wird nicht nur, wie ihr das wahrnehmt, von Anbietern von kommerziellen Inhalten gefährdet, sondern auch von Leuten, die versuchen, sich einen entsprechenden unreglichen Vorteil durch gepatchte Stacks zu besorgen. Und das kann also so weit gehen, dass also ohne Korrekturmaßnahmen das ganze Netz zusammenbricht. Also das bitte ich mal zu bedenken. So, ich selbst, warum bin ich eigentlich Pirat geworden? Ich bin Pirat geworden, weil ich feststellen musste, dass unsere Regierung technische Fragen, die gesellschaftsrelevant geworden sind, einfach völlig schlecht löst. Ich selbst habe in meinem Portal ein Konzept zum Jugendschutz erarbeitet. Und da waren Dateien noch keine schriftliche Form und somit also auch außerhalb jedes Gesetzes. Und im Laufe der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass die Altparteien also ihre Rechte und die Sachen mit dem Personalausweis und was auch immer entsprechend in den Jugendschutz übernehmen wollten, sodass das also im Prinzip nichts gebracht hat. Und heute ist also die Situation, dass die entsprechenden Angebote aus dem Ausland mit zwei Mausklicks zu erreichen sind, was natürlich total kontraproduktiv ist. Aber die Liste ließ sich beliebig fortsetzen. Betrachten wir zum Beispiel mal Axel E. Fischer. Axel E. Fischer hat einen Radiergummi fürs Internet gefordert. Und wir wissen alle, das ist völliger Blödsinn. Aber der Mann hat auch im entsprechenden zuständigen Ausschuss für das Asse-Atommülllager die Oberaufsicht gehabt. Und was kommt da jetzt raus? Die Asse seift also entweder ab und der ganze Dreck wird irgendwie vom Wasser dann verteilt oder es wird sehr viel Steuergeld in der Arze versenkt, um den Atommüll jetzt wieder rauszuholen, damit das eben nicht passiert. Atomausstieg. Genau dasselbe in Grün. Die Grünen sagen, wir wollen keine Atomkraft. Ja, haben Sie ja recht. Aber wenn ich eine Sicherheit herstelle durch Redundanz, dann kann ich also mit einfachen Komponenten, die zum Beispiel alle tausend Tage einen Fehler produzieren, wenn ich drei Stück habe, die unabhängig aneinander ausfallen, dann habe ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit von einer Million Tage, eine Milliarde Tage, Entschuldigung. So, und das ist dann die Größenordnung, die wir immer vorgebildet kriegen, wenn es darum geht, Atomkraftwerke sind sicher. Ja, und was passiert? Es zeigt sich, dass ein einziger Tsunami alle drei redundanten Einheiten entsprechend kaputt machen kann in einem Atomkraftwerk und dann gehen die Dinger also reihenweise hoch. Man hatte ja im Stundentakt sind die da in Japan entsprechend die schlechten Nachrichten über den Ticker gekommen. Bär, eine einzige Katastrophe. Stuttgart 21, ich bin in Stuttgart geboren. Ich habe mich da massiv reingehängt, habe auch im Liquid Feedback mal entsprechend Initiativen entwickelt, wie man einen solchen Plan machen könnte mit Bürgerbeteiligung als Versuch. Das war auch ganz interessant, es kam im Prinzip ein ganz anderes Modell raus, als in allen anderen Planungsunterlagen je aufgetaucht ist, das auch relativ neutral war und nicht so viel kaputt gemacht hat. Jetzt wird es also sehr eng mit der ganzen Geschichte Stuttgart 21. Wir brauchen hier in Deutschland eine Partei, die technologische Fragen behandelt, denn technologische Fragen werden zukünftig gesellschaftsrelevant sein. Man denke zum Beispiel an das autonome Fahren. Google entwickelt jetzt schon Automobile, das heißt Fahrzeuge, die ohne Fahrer unterwegs sein können. Haben wir da einen administrativen Support von Seiten der deutschen Regierung? In Amerika gibt es jetzt schon die entsprechenden noch experimentellen Zulassungsverfahren für autonomen Straßenverkehr. Der Automobilbau ist eine der wichtigsten Branchen in unserem Land und unsere Regierung ist drauf und dran, diesen Punkt ja regelrecht zu verpennen, weil in zehn, allerhöchstens 20 Jahren wird ein Auto, ein Oberklasseauto, kein Oberklasseauto mehr sein, wenn es nicht autonom fahren kann. Und das hat auch Folgen, auch für die Gesellschaft. Wenn die Mütter nicht mehr ihre Kinder von der Schule abholen müssen, wenn die auch das Auto schicken können, dann ist das ein ganz wesentlicher Unterschied. Aber diese Techniken werden kommen und diese Techniken müssen von der Administration her eingeführt werden. Genauso Elektroautomobile. Elektroautomobile, wir wissen ja, CO2-Anstieg, Atmosphäre ist eine üble Sache, wird auch ziemlich drastisch ausfallen, so wie ich das befürchte. Weniger CO2 zu erzeugen ist sehr wichtig. Aber wie macht man das? Die Grünen sagen, wir haben ein EEG geschaffen, ein erneuerbarer Energiegesetz. Dabei wird den EEGs, die ja nicht anfallen, wenn man Strom braucht, sondern das ist eine opportunistische Energie, die anfällt, wenn sie anfällt, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Die muss ich speichern können. Haben die etablierten Parteien irgendwas unternommen, um einen Speicher anzulegen, um einen Ideenwettbewerb für Speicher anzustoßen? Nein, nichts, Fehlanzeige. Unser Land, die Zukunft unseres Landes steht auf dem Spiel, weil die etablierten Parteien technologische Fragen nicht adäquat behandeln. Ich habe der entsprechenden Kommission vorgeschlagen, dass ich in einem Hearing auftrete zum Jugendschutz-Medien-Staatsvertrag, weil ich ja entsprechende Lösungen auch schon etabliert habe auf meiner Anlage, die auch von dieser Kommission geprüft wurden und für wirksam befunden wurden. Nein, eine Einladung habe ich nicht bekommen. Es ist so, dass hier ganz gezielt, was man nicht hören will, das soll auch nicht gesagt werden und auf diese Weise wird die Zukunft unseres Landes gefährdet. Und das können wir nicht zulassen als Piraten. Wir als Piraten sollten uns dahingehend aufstellen, dass wir sagen, feine Technik für freie Bürger. Das heißt, wir sind die Partei, die die Leute hat, die sich mit Technologie auskennen. Viele Leute kamen wegen der Zensurdebatte zu uns in die Partei. Die Zensurdebatte ist auch nach wie vor aktuell. Island will jetzt eine nationale chinesische Firewall errichten, um nackte Haut auszusperren. Haben die denn nichts aus ihrer Landesbank-Affäre gelernt? Ich fasse es nicht. Aber das Internet und seine Freiheit sind gefährdet von vielen Seiten. Aber das ist nur ein Teil der Medaille. Es geht im Prinzip um Technologie, um Technologiepolitik, wie Industrie in unserem Land in Zukunft aussehen soll. Womit gewinnen wir unseren Strom? Wie sorgen wir dafür, dass dieser Strom auch bezahlbar bleibt? Dafür brauche ich Standorte, wo das günstig ist. Wenn diese Standorte von vornherein exkludiert sind an verschiedenen Stellen, dann ist das schlecht. Schaut mal in die Windkarte rein. Der meiste Wind weht auf hohen Bergen. Da muss man die Geräte auch hinstellen. Dann hat man einen entsprechenden Ertrag. Weil das Gerät kostet genauso viel, wenn es irgendwo an einer ungünstigen Stelle steht, als wenn es an einer Stelle steht, wo es entsprechend einen hohen Ertrag hätte. Das sind alles Faktoren, die Kosten verursachen. Und wir müssen uns dem internationalen Wettbewerb stellen. Und das müssen wir auch sozial gestalten. Insofern bin ich ein Anhänger des BGEs. Warum? Weil durch das BGE die Möglichkeit besteht, dass auch weniger qualifizierte Leute nach ihrer Produktivität bezahlt werden. Das heißt im Klartext, dass kein Rationalisierungsdruck auf diese Arbeitsplätze ruht. Und trotzdem diese Leute dann erst motiviert sind, weil sie ja hinzuverdienen. Komm bitte zum Ende. Und zweitens eben auch für die Industrie zum entsprechenden Preis zur Verfügung stehen. Danke. Ich hoffe, ihr wollt nicht. Ich stehe euch zur Verfügung. Danke. Ich darf davon ausgehen, du hast dich ausreichend vorstellen können. Jo. Gibt es Fragen an Carlos? Nein. Das ist eindeutig nein. Herzlichen Dank. Bevor wir weitermachen, habe ich ein Los. Das ist die 18 88 71. 18 88 71. Darfst ihr hier vorne sein Zeugs wieder abholen? Dankeschön. Und noch eine Sache. Wenn ihr euch unterhalten wollt, bitte draußen. Es ärgert mich insbesondere, wenn ich sehe, dass Kandidaten hier reden, während andere Kandidaten sich vorstellen. Das zeugt von einer Respektlosigkeit, die ich nicht nachvollziehen kann. So, der nächste Kandidat ist der Kandidat 41, Björn-Niklas Semrau. Bitte. 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 Liebe hessische Piraten, guten Abend. Ich bin Björn Semrau. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus Darmstadt. Ich bin seit dem Dezember letzten Jahres verheiratet mit der Rothaarigen da. Und ich studiere derzeit Politikwissenschaft und Geschichte an der Technischen Universität in Darmstadt. Ja, klingt komisch, ich weiß. Mein Lebensunterhalt verdiene ich allerdings als Zeitarbeiter bei der Deutschen Telekom in Darmstadt, wo ich im internen IT-Support den Leuten Rechner zusammenschraube. Bei den Piraten bin ich schon ein bisschen länger. Meine Erfahrungen sind da auch ein bisschen weitläufiger. Ich bin derzeit Kreisvorsitzender des Kreisverbandes in Darmstadt und auch dort Direktkandidat für den Wahlkreis 186 für die Bundestagswahl. Ich habe die Piratenpartei im Bund mitgegründet, habe auch dabei geholfen, den Landesverband Hessen zusammenzustellen, habe da auch als Beisitzer im ersten Vorstand gesessen, mehr oder weniger erfolgreich, habe in Darmstadt dann die Gründung mit vorangetrieben, habe da im ersten Vorstand als Beisitzer gesessen. Das war schon besser. Also ich habe da einiges schon mitgemacht, habe mich angeboten, habe versucht zu helfen, habe versucht auch zu lernen, wie macht man als Pirat Politik in einem Land wie diesem, einem Land, das es so nötig hat, dass es eine Partei wie die unsere gibt. Mein bisher größter Erfolg mit den Piraten war, dass ich in Bochum für die AG Außen- und Verkehrspolitik, die ich mitbegründet habe, den PA 481-Vorschlag vorbringen durfte, zusammen mit dem Alex Kohler, das ist unser Grundsatzantrag für das außenpolitische Programm gewesen, der ist auch angenommen worden mit großer, großer Mehrheit und bildet seitdem den Kern unseres außenpolitischen Programms. Das ist hervorragend, das ist nämlich auch eines meiner großen eigenen Themen, nämlich die Außenpolitik. Etwas ungewöhnlich für Piraten, aber auch nicht, weil es geht hier auch um Menschenrechte, um eine menschliche Außenpolitik, die derzeit nicht betrieben wird und wir müssen da etwas ändern, wir müssen an der Kriegswaffenkontrolle feilen, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr wilde Außeneinsätze gibt, bei denen halt die Länder noch mehr destabilisiert werden. Die Souveränität der Staaten muss geschont werden und muss respektiert werden, aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Ich bin auch ein großer Verfechter, weil ich auch schon seit damals dabei bin von den Kernthemen, insbesondere der Transparenz des politischen Systems. Wir selber, wir die Abgeordneten, die wir eventuell, wir die Kandidaten, die eventuell Abgeordneten werden könnten, wir sind die Aushängeschilder unseres eigenen Programms. Wir müssen leisten, was wir versprechen. Das heißt, wenn wir tatsächlich die Chance haben sollten, in den Bundestag zu kommen, müssen wir zeigen, wir sind transparent, wir sind unbestechlich, wir zeigen euch, wie es geht und uns könnt ihr kontrollieren, uns könnt ihr fragen, wir zeigen euch, was wir tun und ihr findet raus, wie wir es machen. Die alten Parteien haben versucht, die Internet-Community zu kriminalisieren. Sie haben versucht, etwas zu einzuschränken, was sie nicht verstanden haben. Das geht nicht. Es ist eine neue Form der Kommunikation, ein neues Medium, etwas, über das die Menschheit global kommunizieren kann und es auch tut. Das muss geschützt werden. Und dafür musste erst eine gesamte neue Partei aus der Taufe gehoben werden. Wir müssen das in den Bundestag bringen und auch noch darüber hinaus, um das zu verteidigen. Dieses Medium, das ist nicht ein Randthema. Das ist nichts, was die Leute nicht interessiert. Nein, das ist eventuell eine der Kernfragen des 21. Jahrhunderts. So, warum will ich in den Bundestag? Warum will ich für euch in den Bundestag? Einmal natürlich wegen meiner Erfahrung, die ich anbieten kann, die ich einbringen kann. Ich habe aber auch Talente, die ich darin einbringen kann. Ich kann wirken nach außen. Ich bin aufgrund meines Studiums, meiner Leidenschaft, bin ich Geschichtskenner. Und mit meinem politischen Wissen kann ich Zusammenhänge erkennen, die Zusammenhänge in den internationalen Beziehungen, die mir helfen, einfach die Situation zu erkennen, in der sich manche Länder befinden, wie manche Situationen zustande kommen. Ich habe Erfahrungen beim Aufbau von Strukturen, die ich gerne einbringen möchte in die Fraktionen. Ich bin von meinem Wesen her eher ein Mediator, eher ein Diplomat. Ich möchte auch das in der Fraktion einsetzen, um die Meinungen, die dort existieren, zusammenzuführen, damit wir gemeinsam eine starke Fraktion sind, eine einige Fraktion. Und damit wir den Wähler zeigen können, nee, 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 wir streiten gerne. Aber am Ende kommt auch was Exzellentes bei rum. Ich habe Presseerfahrungen. Ich bin gut vernetzt, sowohl in Hessen als auch im Bund. Das alles kann ich einbringen. Das alles möchte ich einbringen. Ich bin auch kein Einzelkämpfer. Ich halte mich für einen Teamworker. Ich halte mich für jemanden, der unglaublich gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Deswegen bin ich auch hier. Deswegen bin ich auch nicht nur hier an diesem Ort, sondern auch sehr gerne in dieser Partei. Wir zusammen können etwas erreichen. Aber jeder von uns ist fehlbar. Auch ich. Ich mache Fehler. Und ich möchte dazu stehen. Und ich möchte auch, dass gesehen wird, dass ich diese Fehler mache. Weil nur dann kann man mich darauf hinweisen und ich kann mich verbessern. Ich reflektiere mich gerne. Man muss es mir nur sagen. Und genau das melde ich auch anderen zurück. Weil so werden wir besser. So werden wir stärker. Und so werden wir eines Tages nicht nur die 5 Prozent reißen. So werden wir auch eines Tages mehr reißen. Weil die Menschen von heute wollen uns. Weil es ist ihr Medium. Es sind ihre Themen. Und wir können zusammen genau das verbreiten, erreichen, durchbringen. Ich möchte, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wie wir es schon getan haben. Ich möchte, dass wir es weiterhin tun. Ich möchte das tun. Deswegen wählt mich bitte auch auf die Liste. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass ich es wert bin. Vielen Dank. Ja, Björn, du kennst die Frage. Ich bin glücklich, danke. Versammlung, ihr kennt die Frage. Offensichtlich nicht. Nein, ihr seid nicht glücklich. Aber ihr werdet glücklich gemacht. Ihr dürft nämlich jetzt Fragen stellen. Judith, wie schaffst du das eigentlich immer, alle zu überzeugen, dass du eine Frage stellen musst? Okay, war auf der Weg. Das stimmt nicht. Das stimmt übrigens nicht. Ich wollte dem Heinz-Karlhaus auch eine stellen. Ja, also ich hätte gerne meine Standardfrage gestellt, nämlich mit welchen Mitteln, glaubst du, werden wir denn, wirst du denn im Bundestag die Dinge für uns durchsetzen oder für die Bürger alle? Wirst du Anträge schreiben, die abgelehnt werden oder fällt dir vielleicht noch mehr ein oder was ist so geplant? Also primär möchte ich ja einen, habe ich ja Wunschausschuss, in dem ich gerne aktiv sein möchte, wie der Auswärtige Ausschuss oder der Europaausschuss oder der Ausschuss für Menschenrechte wäre auch ganz hervorragend. Und ich kann mir auch die Federalismuskommission sehr gut vorstellen oder den Parlamentarischen Kontrollausschuss, all sowas, wo ich mich aktiv einbringen kann. Wenn ich zu Antragsschreiben käme, würde ich das extrem gerne wahrnehmen. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir erstmal Strukturaufbau leisten müssen und das wird sehr viele Ressourcen beanspruchen. Und wir werden uns sehr anstrengen müssen, schätze ich, dass wir dann dem Alltagsgeschäft, dass wir das währenddessen, während des Aufbaus, dass wir das bedienen können. Aber sobald wir die Kapazitäten haben, Anträge zu schreiben, werde ich mich da reinknien. Du hast gesagt, du möchtest die nationale Integrität aller Staaten respektiert wissen, also explizit Friedenspolitik machen. Wie stellst du dir das vor bei Staaten, zum Beispiel wie früher Libyen, wie jetzt Mali, wie jetzt Mogadischu, wo die Piraten die Landesregierung übernommen haben, Afghanistan? Ich verstehe dich. Wie möchtest du in solchen Staaten die nationale Integrität wahren und dann dennoch eine wirkungsvolle Außenpolitik für die Menschen machen? Das Wichtigste ist, dass, also um die Menschen dort zu schützen, ist, dass ein Land stabil ist. Das heißt, es muss alles getan werden, dass halt kein Krieg ausbricht und dass man auch nicht auf die Idee kommt, da mit Truppen einzumarschieren, weil das bedeutet Instabilität, das bedeutet Chaos und darunter wird die Zivilbevölkerung leiden. Der Weg, um Menschen dort vor Ort zu helfen, ist die Entwicklungsarbeit. Das sind NGOs, über die kann man diese Länder reingehen und kann den Gesellschaften dort vor Ort helfen, die Versorgung aufzubauen, Infrastruktur aufzubauen, eventuell auch zu lernen. Ja, es ist nicht einfach, es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Felder der Weltgeschichte derzeit, aber letztendlich ist meiner Ansicht nach die Lösung für alle Probleme ist die Kommunikation und auch eine weltweite Vernetzung mit dem Internet, wie wir es übrigens auch in unserem außenpolitischen Programm haben, dürfte einer der Kernpunkte sein, um eine bessere, friedlichere Welt zustande zu bringen über Kommunikation. Bei welchen Themen würdest du dein persönliches Gewissen über einen Parteibeschluss stellen? Eigentlich relativ einfach die Frage. Also ich habe bisher noch keinen Beschluss gehabt bei der Partei, wo ich meine Gewissensfrage, also wo ich mich nicht der Parteimeinigung hätte anschließen können. Es gibt einige Parteibeschlüsse, die nicht meins sind, die würde ich aber trotzdem jederzeit nach außen vertreten, weil es Parteimeinigung ist. Da wird mein Gewissen nicht von berührt. Alles, wo Menschenrechte eingeschränkt werden, wo die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt wird, das wäre etwas, wo ich sagen würde, geht nicht. Aber das glaube ich, werde mir in der Partei hoffentlich nicht so bald begegnen. Die Frage, die ich habe, du hattest ja gerade gesagt, in der Außenpolitik erwartest du das, und das ist ja auch richtig, dass man nicht einfach irgendwelche Kriegseinsätze macht, wie es jetzt gerade läuft. Aber was macht man, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist? Wenn man also sieht, dass aktiv Menschenrechtsverletzungen passieren, dann kann es ja nicht der Weg sein, dass man dieses Land dann stabilisiert. Also, wenn irgendwo ein wirklicher Völkermord passiert, dann kann man nicht einfach zugucken. Entschuldigung. Ja, das würde ich gerne von dir hören, weil sonst sind wir ja d'accord. Das möchte ich gerne nochmal genau hören. Also, etwas wie der Völkermord ist natürlich die eine Ausnahme, die wir auch bei uns in der Außenpolitik, in der AG Außensicherheitspolitik festgelegt haben. Da muss eingegriffen werden. Da kann man nicht zugucken, da kann man auch nicht geduldig sein. Und da gibt es aber dann auch das stabile UN-Mandat, womit man dann auch gemeinsam und mit dem Segen aller Völker der Erde zusammen halt praktisch Frieden schaffen kann. Reicht mir. Danke, wir parken in der gleichen Garage. Hallo, du hast vorhin die IB genannt. Daher meine Frage, welcher Schule würdest du dich selbst zuordnen? Welcher Schule? Welcher Theorierichtung? Ich verstehe die Frage nicht. Du meinst politische Denkschule? Genau. Hui. Ich glaube tatsächlich, ja. Die Frage geht dahin, weil du gesagt hast, dass du dir durch die Theorien ja versuchst, das zu erklären. Und welche du dann eben heranziehen würdest. Also, ich halte diese Denkschulen etwas für einseitig und veraltet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber am ehesten würde ich mich noch zum Liberalisten zählen. Aber der Liberalismus ist eigentlich von den Realisten eine Beleidigung der anderen Seite gewesen. Deswegen kann ich das auch nicht machen. Also, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, will ich mich nicht in solche Schubladen begeben. Björn, noch eine persönliche Frage. Du hast ja auch gesagt, du studierst noch. In diesem Bezug die Frage, wie ist denn eine aktuelle Planung des Abschlusses Studiums in Bezug darauf nehmt, dass wir nicht das Risiko eingehen, hier einen zweiten Volker Beck zu wählen? Bam. Ich hatte eigentlich schon ein bisschen Gas gegeben. Ich hatte gehofft, dass ich zumindest scheinfrei werde, bevor es zur Bundestagswahl kommt. Das werde ich nicht schaffen, so wie es derzeit aussieht. Ich habe durchaus vor, dieses Studium abzuschließen. Allerdings habe ich auch schon mit meiner Uni und mit meinen Profs gesprochen. Die haben damit kein Problem, dass ich dann sozusagen nochmal zurückkäme, um das später nochmal fertig zu machen. Diese Geschichte mit der Partei ist mir eine sehr wichtige. Ich bin da halt schon sehr lange drin. Ich verfolge das wirklich mit Leidenschaft, mit Herzblut. Deswegen biete ich mich auch hier an. Aber ich werde dieses Studium eines Tages noch zu Ende machen. Vielleicht nicht jetzt in diesem Jahr. Hallo, wie stehst du zu Liquid Feedback und der Einbindung der Basis mit Liquid Feedback? Und was hältst du von der ständigen Mitgliederversammlung? Das Liquid Feedback-Thema, da bin ich ja auch eher ein Kritiker von, weil ich globale Delegationen total käsig finde. Halte Liquid Feedback aber für ein hochinteressantes Basisbefragungstool, dessen Technik weiter verfolgt werden sollte. Das ist natürlich eine Antwort wie Tag und Nacht. Grundsätzlich finde ich es gut, wie gesagt, ohne globale Delegationen, ohne Delegationsketten könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ständige Mitgliederversammlungen allerdings halte ich für Humbug und für eine Täuschung, weil letzten Endes ist das die Übertragung von einer Zeitelite in eine andere. Gut, damit gibt es keine weiteren Fragen. Herzlichen Dank. Wir kommen zum nächsten Kandidaten, das ist die Nummer 42, Oliver Folten. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin so gut. Ja, wenn das jetzt noch darum, aber... Ja, ja, nein, nein, komm her, komm her. Wir haben doch keine Zeit. Du bist bereit? So, nochmal Ruhe, bitte. Du darfst. Ja, ja, hallo, ich bin Oliver Folten, komme aus Wiesbaden und ich bin sichtlich aufgeregt. Ja, womit soll ich anfangen? Wieso bin ich denn überhaupt PR geworden? Ich wollte in die Politik damals einsteigen, also vor einem Jahr und habe mir die Parteien angeschaut. Und die fand ich nicht wirklich besonders gut. Vor allem davon, wie sie jetzt das umsetzen wollten. Und dann bin ich auf die Piraten gestoßen. Die hatten damals auch, ja, die wurden viel im TV gezeigt und, ja, die wurden angepriesen. Das wird die nächste große Partei Deutschlands und so weiter und so fort. Dann wurde auch ihr Programm ab und zu mal vorgestellt. Und da dachte ich mir, dieses Programm gefällt mir. Das wird eigentlich mit meinen Interessen übereinstimmen. Ja. Okay, jetzt habe ich einen Blackout. Nimm dir die Zeit. Du hast acht Minuten. Sammel dich nochmal, wenn es sein muss. Also mein Programm, das ich mit in den Bundestag einfließen wollen würde, wäre, dass das Volk selbst Vorlagen in den Bundestag mit einbringen kann. Vorlagen für Gesetze oder für Lösungen für Probleme, was Gesetze eigentlich, glaube ich, sind. Und, ja, und die das, die Ideen geben können. Ja, viel mehr habe ich jetzt eigentlich nicht ausgearbeitet. Ja. Ich bin zu aufgeregt, um weiterzureden, deswegen. Also, wie gesagt, wenn du dir die Zeit, also du hast die zehn Minuten, wenn du meinst, das hilft dir irgendwie, dich nochmal zu sammeln, dann darfst du das. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Du hast die Zeit dafür. Wenn du meinst, du möchtest jetzt unterbrechen oder Schluss machen, dann ist das auch okay. Das liegt bei dir. Nur, wie gesagt, die Optionen hast du beide. Du musst nicht hetzen. Suche es dir aus. Ja, ich möchte Schluss machen. Okay? Ja. Gut. Ja, dann danke. Ich gehe davon aus, du hast genug Zeit gehabt. Ja. Die Frage an die Versammlung. Fragen? Nein, es werden keine Fragen gestellt. Ich danke. Ich danke dir. Jetzt bin ich um meine Erfahrung reicher. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist die Nummer 43, Volker Berkaut. Hallo. 43, das ist 42 plus 1. Ich bin Volker Berkaut, komme aus Kassel und ich möchte für euch in den Bundestag. Und ich möchte nicht mit euch darüber sprechen, was wir tun müssen, damit wir 5 Prozent bekommen im September und in den Bundestag einziehen, sondern ich möchte mit euch darüber reden, wie wir unser Programm so präsentieren und die Leute so davon überzeugen, dass 5 Prozent uns im September wählen werden. Und ich möchte auch nicht in den Bundestag, um dort irgendwie diese Machtposition oder Macht über andere Leute auszuüben, sondern ich möchte in den Bundestag, damit wir den Leuten wieder ein Stückchen Freiheit zurückgeben, damit die Grundrechte nicht weiter beschnitten werden und wir sagen können, irgendwie wir haben euch wirklich ein Stück Freiheit zurückgegeben oder verteidigt. Und ich bin ein Stück weit überzeugt, dass die, oder ich bin überzeugt, dass die Piratenpartei die modernste Partei ist, dass wir das beste Programm haben und dass wir auch die allerwichtigsten Themen, die es im Moment gibt, die uns in dem Übergang zur Informationsgesellschaft beschäftigen, dass wir da die besten Lösungen für haben und halt die einzigen sind, die das in der Konsequenz auch ansprechen. Und das ist für mich zuallererst das Thema Freiheit und Grundrechte, weil ich es da einen totalen Skandal finde, was in den letzten Jahren passiert ist, dass halt im Rahmen von der Antiterrorgesetzgebung haufenweise Grundrechte eingeschränkt worden sind, dass rechtsstaatliche Grundprinzipien wie die Unschuldsvermutung durch Gesetze wie die Vorratsdatenspeicherung ausgehöhlt werden und im Grunde umgekehrt werden und dass auch über das Urheberrecht begründet werden soll, dass Kommunikation nicht mehr geheim stattfinden kann, dass wir Internetüberwachung, Kommunikationsüberwachung brauchen und an der Stelle, finde ich, sind wir die Partei, die das richtig ansprechen kann. Von den anderen haben wir da relativ wenig zu erwarten, das haben wir in den letzten Jahren gesehen und deswegen braucht es Piraten im Bundestag. Und das zweite Thema sind wir schon fast direkt dabei. Ich glaube, wir müssen dringend das Thema geistiges Eigentum gründlich aufrollen in der Gesellschaft und an der Debatte, denke ich, möchte ich mich auch im Bundestag beteiligen, dass wir halt ganz grundsätzlich sagen, es gibt kein geistiges Eigentum. Es gibt Urheberrechte, es gibt Patentrechte und Markenrechte, aber das ist kein geistiges Eigentum. Sondern es geht bei diesen Rechten darum, dass jemand das Recht hat, anderen Leuten Dinge zu verbieten und damit die Möglichkeit von anderen Menschen einschränken. Und wir müssen ganz gründlich diskutieren, ob das der Gesellschaft als Ganzes hilft. Und es geht halt dabei nicht nur um diese Frage, sollen wir Jugendliche abmahnen, die MP3s auf dem Schulhof tauschen, sondern es geht auch um viel, viel wesentlichere Sachen, die im Bereich der Landwirtschaft um Genpatente, um Patente auf Saatgut, Patente auf Lebewesen gehen, wo halt ganz grundlegende Dinge durch das Patentrecht beeinflusst werden und gesteuert werden, meistens zum Vorteil von großen Konzernen. Und das ist ein Thema, was viel zu wenig präsent ist in der Gesellschaft und wir sind die Kraft, die das Ganze ansprechen und auch ändern kann. Und im gleichen Zug, denke ich, ist auch der Einsatz für die anderen Modelle, die sagen, wir können zeigen, dass es anders geht, nämlich über freie Software, über Creative Commons Lizenzen und über halt ein viel stärkeres Teilen und Kooperieren in der Gesellschaft. Ich denke, diese Modelle müssen wir als Piratenpartei vorleben und zeigen, dass es halt viel bessere Modelle gibt als der Schutz des geistigen Eigentums. Das wäre der zweite Punkt, den ich angehen möchte im Bundestag. Der dritte ist das Thema direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Ich denke, es wird höchste Zeit, dass in Deutschland ein Volksentscheid ins Grundgesetz kommt. Und ich glaube, auch daran können wir als Piratenpartei in der nächsten Legislaturperiode nochmal mitarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, das haben halt viele von mir schon angesprochen, dass wir halt viel stärker neue Verfahren entwickeln, wie Bürger ihre Anregungen und Ideen in den politischen Prozess einsteuern können. Und wir sollten uns da als Piratenfraktion als Proxy verstehen, um gute Anregungen halt in den Bundestag einzubringen. Und dann habe ich noch ein viertes Thema, das ein Stück weit jetzt aus meinem beruflichen Werdegang ist. Das ist das Thema Energiewende, die mir sehr am Herzen liegt. Ich denke, wir haben einen ganz, ganz spannenden Weg vor uns, weil wir es geschafft haben, dass die Atomwende, nicht die Atomwende, die Energiewende und der Atomausstieg beschlossen ist. Und da werden die nächsten Jahre sehr spannend, dass wir auch wirklich konsequent von den alten Energieträgern wegkommen. Dass wir uns nicht auf neue Risikotechnologien wie das Fracking einlassen und halt sagen, wir machen es wirklich erneuerbar und sauber. Und dass wir gleichzeitig versuchen, das Ganze mit einer möglichst großen Akzeptanz in der Bevölkerung, mit einer finanziellen Beteiligung, weil im ganzen Energiesektor geht es auch um unheimlich viel Geld. Ja, und in einer großen Einbindung der Kommunen dann letztendlich zu schaffen. Ein bisschen was zu mir. Ich bin 31 Jahre alt und bin nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg zu den Piraten gekommen. Habe da im Grunde über den Spruch, nicht die Politiker sollen die Bürger überwachen, sondern die Bürger die Politiker, war so der Spruch, der mich angesprochen hat. Und wo ich gedacht habe, hey, die haben es raus, wichtiges Thema. War dann von 2009 bis vor einer Woche im Kreisverstand im Kreisverband Kassel und bin im Moment in der Regionalversammlung Nordhessen und im Ortsbeirat in der Nordstadt in Kassel Mandatsträger. Eine Sache, die ich vielleicht aus der Regionalversammlung in Nordhessen berichten möchte, ist, dass wir es da halt gemeinsam mit den Grünen geschafft haben, eine deutlich bessere Formulierung zum Ausschluss von Fracking in Nordhessen auf den Weg zu bringen, als die Verwaltung vorgeschlagen hat. Und wir hoffen, dass wir da auf regionalplanerischer Ebene halt tatsächlich eine gute Begründung jetzt in den Entwurf des Regionalplans reinbekommen haben. Und weitere Anträge, die ich dazu gestellt habe, die werden halt im Moment noch weiter beraten und vielleicht kommt dann noch ein zweiter Hosenträger dran. Genau. Gut, ansonsten, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe dann zweieinhalb Jahre im Controlling im Automobilbereich gearbeitet, habe dann gedacht, irgendwie andere Branche wäre vielleicht auch ganz schön und habe dann ein Aufbaustudium im Erneuerbare-Energietechnik-Bereich gemacht und arbeite im Moment in der Windenergie-Forschung in Kassel. Macht mir großen Spaß. Würde ich auch im politischen Bereich sicherlich gerne meine Kenntnisse mit einbringen. Ich sehe meine Schwerpunkte in der politischen Arbeit im Bundestag, würde ich im Ausschuss Wirtschaft und Technologie sehen. Ein Stück weit vielleicht Juristerei, weil da das Patentwesen häufig läuft, aber im Wesentlichen Wirtschaft und Technologie. Und das Konkrete, denke ich, muss man dann sehen, wenn halt klar ist, ob wir reinkommen, wer alles in der Fraktion ist, wie sich das verteilt. Also ich bin da auch für andere Bereiche offen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch überzeugen konnte, mich auf einen der Listenplätze zu wählen. Ich glaube, ganz wichtige Themen, die wir als Piraten vertreten sollten, sind Freiheit, Kooperation und dezentrale Strukturen in der Gesellschaft. ein Eintreten gegen eine zu große Machtkonzentration, wo wir im Moment leider einen Trend erleben. Und da würde ich mich freuen, das im Wahlkampf zu vertreten und mit euch halt in den nächsten Bundestag einzuziehen. Volker, Volker. Das mit der Pause bekommt ihr nicht, ne? Ich möchte die eine Minute spenden zum Lüften. Wenn du die Fenster einschlägst und hinterher bezahlst. So, wollt ihr... Nein, reicht, danke. Ist klar. Wollt ihr Volker Fragen stellen? Ja, ihr wollt Volker Fragen stellen, dann bitte. Ja, Volker, du rockst ja die FÖS in Nordhessen ziemlich gewaltig. Hast du das auch im Bundestag vor? Also wirklich die anderen vor sich herzutreiben mit irgendwelchen Anträgen etc. etc. Im Prinzip ja. Ja, dann erhobst du die mitgewohlen. Einfach mal machen, ne? Wie bist du online vernetzt und wie erreicht man dich später? Solltest du auf der Liste sein, sollte man dich da irgendwie kontaktieren wollen, so online mit Publikum, also nicht jetzt mit Telefon oder E-Mail, sondern wie geht das? Ja, also ich habe im Moment keinen Twitter-Account. Ich schreibe mit im Piraten-KS-Account, aber ich habe im Moment keinen eigenen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das verändert. Ich glaube aber, noch besser ist halt tatsächlich der persönliche Kontakt über diese Telefonkonferenzen, über Mumble. Das würde ich auf jeden Fall regelmäßig anbieten. Ich habe einen eigenen Blog, über den man mich anschreiben kann, wo ich halt über die politische Arbeit im Moment berichte, das auf jeden Fall weiterführen kann. Und nach Kräften und Zeit halt auch persönlich auf Stammtischen, Veranstaltungen ist mein Plan. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht überhört, welche Ausschüsse und möchtest du Fraktionsgeschäftsführer, Vorsitzender oder dergleichen werden? Also Ausschuss für Wirtschaft und Technologie. Ich möchte im Moment kein Amt in der Fraktion, also nee, plane ich nicht. Ja, du hast auch dieses sehr piratenübliche Ding gesagt von, ja, die Freiheitsrechte werden jetzt beschnitten und wir müssen die verteidigen und so, was ich irgendwie immer sehr konservativ wahrnehme. Und die Realität ist ja so ein bisschen anders. Es gehen jetzt so langsam die Archive auf und wir sehen, dass auch in der Bundesrepublik Deutschland die Überwachung von Briefen, Briefverkehr, Telekommunikation gar nicht so unüblich war, wie das immer uns erzählt wird. Könntest du dir das vorstellen, das auch anders zu formulieren nach dem Motto, ich möchte Bürgerrechte weiterentwickeln und auch wirklich umsetzen, ohne auf diese schöne Vergangenheit, von der ich nicht glaube, dass es sie überhaupt gibt oder gab? Mein Ziel wäre natürlich, sie auszubauen, die Freiheitsrechte und die Grundrechte. So eine Formulierung fände ich, also... Ja, also guter Hinweis, ja. Irgendjemand hatte das doch gesagt irgendwie, wann haben wir endlich meinen Innenminister, der sagt irgendwie, ich habe die Freiheitsrechte der Bürger erweitert und nicht gesagt irgendwie, ich habe die Überwachung ausgebaut. Das ist, naja, das ist schon ein richtiger Ansatz. Hallo Volker, ich wollte mal fragen, ob es richtig ist, was mir zu Ohren gekommen ist, dass du derzeit sogar schon, da du ja in der Regionalversammlung in Nordhessen sitzt, dass du derzeit schon versuchst, deine Arbeit auf eine so großmögliche Basis auch außerhalb der Partei zu stellen, dass du sogar für die Bürger Telefonsprechstunden anbietest zu gewissen Themen. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Aber da hätten ruhig noch ein paar Piraten mehr dabei sein können. Also, es ist ein Konzept, das glaube ich ganz interessant ist, was sich aber noch ein bisschen mehr durchsetzen muss. Also es war jetzt, die Resonanz ist halt immer steigerbar. Gut, damit waren wir bei der letzten Frage. Herzlichen Dank. Und ich übergebe die Versammlungsleitung an den Stefan. Hallo, wir kommen zum nächsten Kandidaten, Nummer 44. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Fetschi Jasana. Guten Abend. Mein Name ist Veji Jasana. Ich stamme aus der Türkei. Bin seit 1975 in Deutschland, also seit 35 Jahren. Ich bin verheiratet. Wir haben drei erwachsene Töchter. Ich bin 54 Jahre alt vom Beruf. Ich habe Germanistik und Pädagogik studiert an der Universität in Frankfurt und arbeite an der Volkshochschule in Frankfurt im Fachbereich Sprachen. Meine Vorliebe gilt der Alphabetisierung und Grundbildung. Ich habe in diesem Bereich mehrere Lehrwerke geschrieben, von denen man Lesen und Schreiben lernen kann. Ich bin Fortbildner und beruflich freue ich mich immer auf meinen Beruf. Es ist eine wunderbare Sache, aber es gibt auch Wichtigeres im Leben, habe ich festgestellt. Wichtigeres, nämlich zu kämpfen für eine, mit euch gemeinsam, für eine gute Zukunft. Ich war, bevor ich bei den Piraten war, bei den Grünen. Ich habe politisch etwa 20 Jahre Vergangenheit. Ich habe 15 Jahre lang die Grünen in den Stadtparlamenten vertreten. In allen Ausschüssen war ich Mitglied. Ich bin auch Ausschussvorsitzender gewesen, stellvertretender Vorsitzender gewesen und bin immer noch jetzt Mitglied des Kreistages in Offenbach, der Piratenfraktion. Wir arbeiten wunderbar zusammen. Es ist eine Freude, mit den Piraten zusammenzuarbeiten. Warum ich kandidiere? Ich möchte mit euch gemeinsam Armut bekämpfen und Menschenrechte stärken. Heute lebt ein Großteil der Bevölkerung am untersten Limit des Zumutbaren. Ich frage mich, wie viel muss ein Vollzeitbeschäftigter mindestens verdienen und wie viel mehr steht einem Manager zu? Und ich frage mich jetzt, wie viel kostet das Leben in Würde? Menschen werden von den Arbeitsvermittlern oft zu einer bloßen, in Anführungsstriche, humanen Ressourcen reduziert. Das ist nicht die Schuld der Arbeitsvermittler. Nein, das ist die Schuld der Bundesregierung, die dafür Verantwortung tragen muss. Die Bundesregierung bekämpft nicht die Arbeitslosigkeit, was ihre Aufgabe wäre. Nein, sie bekämpft die Arbeitslosen. Sie herzt in jeder Gelegenheit und in jedem Moment Geringverdiener gegen Arbeitslose auf. Menschen werden gezwungen, zu Dumpingpreisen zu arbeiten. Solche prekären Arbeitsverhältnisse führen dazu, dass man keine sinnvolle Familienplanung machen kann. Es ist schlimm genug, es ist wirklich schlimm genug, dass Grüne und SPD sich hinstellen und von den grausamen Bedingungen sprechen, mit denen nun die Arbeitslosen zu kämpfen haben. Aber waren sie es nicht selbst, die die Hartz-IV-Gesetze beschlossen haben? Sie stellen sich hin und reden von Kinderarmut. Kinderarmut hängt heute unmittelbar zusammen mit Hartz IV. Ich denke, dass es zu unseren Kernaufgaben gehören muss und dafür setze ich mich auch ein, dass ich die Kinderarmut bekämpfe und dass ich für ein besseres Leben und für eine gute Zukunft für Jugendliche und Kinder arbeiten werde. Arbeitsplätze und Berufsausbildungsplätze für Jugendliche. Das muss mehr als Selbstverständlichkeit sein. Man kann die Jugendlichen nicht alleine lassen. Der Bund hat hier eine massive Verantwortung und muss sich an den Kosten voll beteiligen. Hier haben der Staat, die Wirtschaft und die Bürger gemeinsam die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Kinder eine gute Zukunft bekommen. Es ist eine Schande, das sage ich mal ganz deutlich, dass in einem der reichesten Länder der Welt Kinder in Armut leben. Warum kandidiere ich? Ich möchte mit euch gemeinsam Transparenz schaffen und Demokratie stärken. Wir dürfen durchaus auf unsere Offenheit als Piraten stolz sein. Wir zeigen Transparenz, Veränderung und Fortschritt. Und wir formulieren die Probleme unserer Zeit wie keine andere Partei. Wir legen den Finger in die Wunde. Mitbestimmung und Transparenz politischer Prozesse gehören zu unseren Kernthemen. Wir fordern daher die Einführung von Volksentscheide, und wir wollen klare Kante zeigen gegen Loboismus, gegen Korruption und gegen Sponsoring. Wir wollen, dass öffentliche Aufträge öffentlich vergeben werden. Wir zeigen der Politik hinter verschlossenen Türen ganz klar die rote Karte. Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung stärken unsere Demokratie. Wir fordern Transparenz vom Staat und von all seinen Ämtern und Behörden. Wir fordern mehr Datenschutz statt gläserne Bürger. Verfassungsschutz sammelt mit einer noch nie dagewesenen Wut datenbezogene Daten. Das alles geschieht angeblich zu unserer Sicherheit. Das geschieht unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung. Nie wurde so viel Daten gesammelt wie bei dem Fall der NSU. Geholfen hat es nicht. Zehn Menschen mussten ihr Leben lassen. Sie haben versagt. Es ist spätestens dann und dann musste uns allen klar geworden sein, dass durch mehr Überwachung nicht mehr Sicherheit geschaffen werden kann und schon gar nicht durch Misstrauen mehr Vertrauen geschaffen werden kann. Ich kandidiere. Ich möchte mit euch nämlich gemeinsam die Verantwortung übernehmen, um die Integration, Asyl- und Flüchtlingsrecht in diesem Land zu reformieren. Die politische und soziale Integration von Migrantinnen und Migranten in Deutschland bedeutet in erster Linie Anerkennung und Chancengleichheit im Sinne einer echten Teilhabe. Es gilt hier, eine gerechte und verantwortungsvolle Integrationspolitik zu machen. Wir wollen die Einbürgerung erleichtern. Die Einbürgerungszahlen gehen zurück. Da fragt man sich, warum. Diese Bundesregierung nimmt in Kauf, dass das vorhandene Potenzial an Einbürgerung im Land nicht genutzt wird. Viele haben es nicht geschafft, das klare Signal zu geben. Die Opposition, die Optionspflicht im Staatsbürgerschaftsrecht muss dringend abgeschafft werden. Dieses Einbürgerungsrecht erster und zweiter Klasse muss korrigiert und abgeschafft werden. Ja, liebe Freunde, Staatsbürgerschaft auf Widerruf darf man wirklich nicht geben. Dieses Gesetz stärkt nicht die Bindung der jungen Leute an Deutschland. Nein, mit Sicherheit stellt sie eher in Frage. Wir müssen die Integrationskursen für Neuzuwanderer auf alle Fälle ausbauen. Die Nachfrage nach Teilnahme an Integrationskursen darf nicht das Angebot übersteigen. Integrationskursen müssen besser als bisher ausgestattet und die im Ausland erworbenen Abschlüsse und Qualifikationen anerkannt werden. Nur so haben diese Menschen eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen außerdem eine neue und gerechte Asyl- und Flüchtlingspolitik. Dazu gehört auch der Rechtsanspruch auf ein transparentes Verfahren zur Überprüfung der Asylanträge. Wir fordern die Anerkennung aller Asylbewerber, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Abschiebungen in Krisenregionen wie nach Syrien sind tabu und dürfen nicht hingenommen werden. Ich möchte mit euch gemeinsam massiv kämpfen für ein vereintes, starkes Europa. Die Vereinbarung über den künftigen Finanzplan der EU ist nicht gut für Europa. Der Kompromiss vom 8. Februar 2013, also vor einer Woche, kommt bitte zum Ende, bedeutet in erster Linie, das ist die Kürzung der Budget um 34 Milliarden Euro. Das darf nicht hingenommen werden, weil das für die Zukunft sehr wichtig ist. Da werden die Bereiche Bildung, Forschung und der europäische Energienetz davon betroffen sein. Deine Zeit ist um. Dankeschön. Vielen Dank. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Vielen Dank. Möchte die Versammlung den Wetschi befragen? Ja oder nein? Ach, Kinders, geh doch mal da rüber, André. Der Wetschi wird befragt. Bitteschön ans Mikrofon. Ja, in welche Ausschüsse möchtest du und strebst du ein Amt in der Fraktion im Bundestag an? Also Fraktionsgeschäftsführer oder so. Danke für die Frage. Die Ausschüsse wären natürlich für mich in erster Linie Petition, Ausschuss für Inneres, Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und ob ich ein Amt anstrebe? Nein, ich strebe kein Amt an. Wir werden wahrscheinlich und ich hoffe sehr darauf, dass wir eine kleine Fraktion im Bundestag haben werden. Jeder muss viel arbeiten. Wie stellst du dir konkret deine Arbeit vor und wie glaubst du, dass du das, wovon du gesprochen hast, auch umsetzen kannst? Welche Ideen hast du dazu? Ja, das, wovon ich gesprochen habe, dafür kämpfe ich meine Zeit meines Lebens für Menschenrechte, für mehr Bildung, für mehr Transparenz, für mehr Klarheit in der Politik und vor allem für ehrliche Politik. Wie ich das schaffe, ist es in der Fraktion durch Anträge zu stellen, Mehrheiten dafür zu besorgen, auch zu gucken, ob wir Koalitionen finden, ob wir Partner finden, die auch unsere Ideen gut finden, die dann dazu gewinnen. Das ist ein mühsames Geschäft, aber ich glaube, dass wir schlau genug sind, auch Partner zu finden, womit wir unser Schiff nach vorne bringen. Vergi, du bist der Einwandererfragen heute hier erwähnt worden ist. Und wie würdest du, auch wenn du gewählt werden würdest, wie würdest du für die Einwandererfragen in das Parlament einbringen? Da ich selbst ja eine Familie habe mit Migrationshintergrund, meine Frau ist Deutsche, binational, also die Kinder, drei Töchter haben wir und ich selbst mit Migrationshintergrund hier bin, das ist ein wichtiges Thema. Ihr habt ja in meiner Rede auch gehört, dass ich hier sehr viele Punkte angesprochen habe. Ich möchte auf alle Fälle Anträge zur Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts einbringen. Ich möchte gerne das Ausländerrecht ändern, das kann nicht so bleiben und ich möchte gerne das Asyl- und Flüchtlingsrecht ändern. Dazu gibt es genügend, glaube ich, auch Partner und Leute, die in anderen Parteien sind, die dafür zu gewinnen sind. Wir müssen Mehrheiten finden, das ist die parlamentarische Arbeit, anders geht es nicht. Ja, auch von dir würde ich gerne wissen, wie und wo du zurzeit in der Piratenpartei politisch arbeitest. Wie und wo, ich bin im Kreistag, ich bin in diversen Ausschüssen dort, ich bin Vertreter auch den, als beratendes Mitglied der Piraten beim Kreis Ausländerbeirat, ich bin im Stadtparlament in Dietzenbach und ich bin in AK Soziales, AK Bildung, ich bin in AK Flucht und Asyl, ich arbeite gerne mit euch zusammen. Ich habe zum Thema Syrien-Konflikt, Türkei-Konflikt zwei Vorträge gehalten, einer in Hessen Campus und einer letzte Woche in Marburg an der Universität, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Ich bin gerne nach Marburg gekommen und ich würde gerne nochmal kommen. Also ich versuche das jetzt sehr vorsichtig zu formulieren, weil ich mit dir in allen Punkten übereinstimme. Wir brauchen mehr Freiheit für diejenigen, die hier leben, ob sie Ausländer sind oder Deutsche. Wir brauchen mehr Integration, es darf nicht sein, dass irgendwelche Ausländer in Krisengebiete abgeschoben werden und so weiter und so weiter. Sind wir bis jetzt Kondens? Ich stelle bitte eine Frage. Ja, kommt jetzt. Nächster Satz. Inwieweit glaubst du, dass man sein Aufenthaltsrecht verwirken kann? Und zwar konkret, also für mich ist es einfach so, dass, ja, inwieweit glaubst du, dass man sein Aufenthaltsrecht verwirken kann, auch wenn man in Krisengebiete abgeschoben wird, abgeschoben wird. Also wenn jemand hier mit Gewalt gegen unsere Demokratie arbeitet, dann denke ich, hat er sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Ja. Ich glaube, dass unsere Gesetze für alle hier lebenden Menschen gelten sollen und nicht für unsere Leute anders als andere. Wie bringst du deine Haltung zu den Menschenrechten mit deiner Haltung zur Beschneidung in Einklang, möchte ich wissen. Zur Beschneidung. Ihr kennt meine Meinung, Leute. Ich habe schon mal dazu schon meine Meinung gesagt. Ich sage es auch gerne nochmal. Beschneidung. Es hat eine 5000-jährige Geschichte. Ich weiß nicht wie lange, jedenfalls Judentum ist schon ewig alt, diese Sache und das hat hier zu großen Problemen geführt. Ich bin dafür, dass Menschen selbst entscheiden, was sie damit machen. Also nicht das Gesetz. Wieso bist du bei den Grünen ausgetreten und dann bei den Piraten ein? Warum ich von den Grünen weggegangen bin? Ich nenne mal zwei Gründe. Einmal, sie wollten im Integrationsprogramm, das sie geschrieben haben, für die Landtagswahlen, die jetzt anstehen, geschrieben, dass sie die Ausländerbeiräte in Hessen abschaffen wollen und stattdessen Ausländerausschüsse gründen wollen, die nicht durch das HGO, sondern durch Entsendung der Kirchen, Moscheen und Wohlfahrtsverbände entsandt werden. Das kann nicht sein, dass Leute ohne Wahl die Ausländervertretung betreiben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich wollte mich nicht verbiegen. Es gab jedes Mal, wenn ein Kriegseinsatz anstand, haben die Grünen wohlwollend ihre Finger hochgehalten und haben dem zugestimmt. Ich wollte das nicht mehr. Einen Moment, Jan, die Frageliste ist jetzt geschlossen. Wer noch eine Frage hat, möge sich bitte jetzt erkennbar zum Mikrofon bewegen. Dein Hauptthema ist offensichtlich die Asylpolitik. Das ist definitiv ein wichtiges Thema und wir stimmen dir inhaltlich weitgehend zu, denke ich, wie wir hier auch gesehen haben. Allerdings frage ich mich, wie sieht es bei dir mit den eigentlichen piratigen Kernthemen wie Datenschutz, Urheberrecht, Internetrechte und so weiter aus. Wie stark würdest du die vertreten? Denn das ist uns, denke ich, auch noch sehr wichtig. Das ist für mich genauso wichtig, wie es für dich ist und für alle anderen Piraten. Deshalb bin ich Datenspeicherung über alles, was geschieht. Ich bin für Netzfreiheit, ich bin dafür, dass man seine eigenen internen privaten Geschichten auch selbst für sich nutzt und kein Mensch hat das Recht, darauf zu schauen, schon gar nicht zu speichern. Das macht der Staat und ich würde massiv dagegen vorgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Vecci. Dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist die Nummer 45, der Enrico Rösch. Dann erst mal danke an alle, die noch da sind zu dieser späten Stunde und auch dafür ein herzliches Danke sehr. Wir haben heute die Aufgabe, hier eine Liste zu erstellen, die hoffentlich auch der Breite der Partei, die wir darstellen, gerecht wird. Lass uns eine Liste erstellen, die in der Vielfalt einfach liegt. Nicht den Spitzenkandidaten, nicht die Übermama Merkel und auch nicht den Überpapa Steinbrück, sondern lasst uns die Vielfalt hier sprechen. Wir brauchen auf unserer Liste denjenigen, der 100% hinter dem Parteiprogramm steht, quasi schon dogmatisch. Und genauso brauchen wir denjenigen auf der Liste, der im Grunde als kreativer Rebell jede dieser Punkte einfach noch mal durchdenkt und sagt, hier, da haben wir Veränderungspotenzial. Danke Markus, wir können nachher noch mal gerne darüber sprechen. Wir brauchen auf dieser Liste denjenigen, der voller Mitgefühl ist, der andere emotional abholen kann, wenn es in eine Diskussion geht und wir brauchen in dieser Liste aber auch denjenigen, der den Finger in die Wunde legen kann, um der Sache will, um vorwärts zu kommen, um eine Energie, eine Reibung zu erzeugen, damit wir an der Sache arbeiten können. Wir brauchen auf dieser Liste jemanden, der in der zweiten Reihe richtig hart arbeitet, aber nicht an der Front stehen will, genauso wie denjenigen, der an der Front steht und einfach nur die Prügel bezieht und das auch aushalten muss. Und Prügel beziehen, da gehe ich ganz stark von aus, das werden wir vor allem von den Parteien. Wir werden im ersten Moment belächelt, im zweiten Moment, und das ist unser gutes Recht, das ist unser Wille, werden wir auch gefürchtet werden müssen, denn wir wollen dieses alte System, was wir haben, abschaffen. Dafür fürchtet man uns und dafür wird man uns Prügel verteilen und die müssen wir einstecken können, in aller Form. Und hier, denke ich, liegen meine Stärken. Ich habe auf dem letzten Parteitag, ich habe bei der Aufstellungsversammlung die einen oder anderen Prügel bezogen, gerade auch eben nach zehn Sekunden schon die rote Karte von Markus. Ich habe damit prinzipiell überhaupt gar kein Problem. Wenn es der kreativen Lösung der Probleme dient, bin ich auch wahnsinnig gerne der Buhmann, der die unangenehmen Dinge anspricht. Und ich nehme es nicht persönlich und ich gebe auch nicht persönlich weiter. In einer Diskussion dürfen persönliche Eitelkeiten keine Rolle Spielen. Es geht hier schlicht und ergreifend um das, was wir erreichen Worten von Voltaire, der irgendwann mal sagte, wir mögen nicht immer einer Meinung sein, aber ich werde immer für das Recht kämpfen, dass ihr sie sagen dürft. Und genau so verstehe ich auch mein Mandat. Ich muss nicht immer eurer Meinung sein. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Mandatsträger ist es, diese Meinung, die ihr als Basis habt, entsprechend umzusetzen. Natürlich hilft es und natürlich ist es sinnvoll, wenn man der gleichen Meinung ist, aber dass wir alle, wie wir hier sitzen, 100% einer Meinung sind, bezweifle ich ganz stark. Und ein Konsens ist dann ein Konsens, wenn er allen wehtut. Und das hat heute schon mal jemand gesagt. Wir brauchen hier nicht eine 51% Mehrheit, sondern wir brauchen eine Mehrheit, die von allen getragen werden kann. Dann können wir uns sicher sein, dass 49% nicht hinten runter fallen. Das ist für mich Konsens. Das hat auch schon der ein oder andere uns als Nachfolger der Grünen bezeichnet. Das sehe ich prinzipiell genauso. Und ich gebe hier ein ganz eindeutiges Versprechen. Ich werde mit Sicherheit kein zweiter Joschka Fischer, der in den Landtag einzieht mit Turnschuhen und sich innerhalb von wenigen Jahren im Prinzip dazu verändert, jetzt ein Berater und Lobbyist einer bayerischen Fahrzeugherstellerfirma zu sein. Das werde ich mit aller meiner Macht verhindern wollen. Auch als unbequemer Mensch, auch als Buhmann werde ich genau das verhindern wollen. Ich möchte hier, dass wir als Piraten keine Berufspolitiker haben. Ich habe mich vor dieser Aufstellungsversammlung mit einem unterhalten, der Erik ist heute leider nicht ein Mandatsträger nach zwei Jahren sein Mandat wieder abgeben muss, damit wir einfach verhindern, dass wir Berufspolitiker bekommen. Ich habe gesagt, lieber Erik, das ist meine Form der Diskussion auch, lieber Erik, ich befürworte deinen Antrag mit einem kleinen Unterschied. Der Mandatsträger soll schlicht und ergreifend die Vertrauensfrage stellen, denn wenn er seine Arbeit gut gemacht hat, wäre es fahrlässig, wenn er gehen zwei Jahren, was hast du eigentlich gemacht? Zeig mal, was du bitteschön gemacht hast. Dann können wir als Basis sagen, das können wir nicht tragen. Diesen Vorschlag unterstütze ihn voll und ich hoffe, er wird kommen. Warum ich antrete, ist relativ einfach. Ich bin kein Mensch, der immer nur meckert und dann nichts selber tut. Das Recht zu meckern habe ich mir dann erarbeitet, wenn ich einfach nur da sitze und nichts tue. Und ich habe es schlicht und ergreifend satt zu sehen, wie der Neoliberalismus hier jetzt auch in Deutschland noch größeren Einzug hält. Es kann einfach nicht sein, dass finanzspekulanten ganze gewählte, demokratisch gewählte Regierungen einfach aus dem Amt kippt. Siehe Griechenland, siehe Spanien. Und jetzt hört, es kann in Frankreich das Gleiche passieren. In Frankreich haben wir eine sozialistische Regierung, die wird gerade dazu gezwungen, den Sozialstaat abzubauen. Von Agenturen, die sich hinstellen und sagen, euer Ränken geht nach unten. Ihr habt gar keine andere Möglichkeit als eure Schulden auf diese Art und Weise abzubauen. Dagegen bin ich, da kann ich nicht zugucken. Und bei uns ist das unter Rot-Grün schon passiert. Und es kann nicht sein, dass Sozialisten das tun. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter von sechs Jahren und einen Sohn von vier Jahren. Und das Letzte, was ich möchte, ist, dass diese Kinder aufwachsen, indem sie überwacht werden, indem sie nicht frei sind, indem sie lernen müssen, ihre Ellenbogen einzusetzen, weil sie gucken müssen, dass sie weiterkommen als der Nachbar. Das ist keine Gesellschaft, die ich verantworten will. Schon gar nicht meinen Kindern und schon gar nicht allen anderen gegenüber. Ich möchte, dass sie aufwachsen in einer Gesellschaft, die gewisse Werte hat. Werte wie Offenheit, Werte wie Toleranz und Werte, indem man auch Meinungen, die nicht die eigene sind, wenigstens akzeptieren kann und nicht zwangsläufig ändern muss. Danke. Vielen Dank, Enrico. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja. Dann frage ich die Versammlung, möchtet ihr den Enrico befragen, ja oder nein? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Kandidat, der Heinz-Ulrich Eisner, Nummer 46. Ja, hoi, werte Piraten. Erstmal herzliches Kompliment fürs Durchhaltevermögen heute. Erst ein paar Worte zu mir. Ich bin 48 Jahre alt, Vater eines zehnjährigen Sohnes, den ich versuche, mit meiner Lebenspartnerin möglichst unbeschadet groß werden zu lassen. Beruflich bin ich selbstständig. Einerseits mehr nebenher arbeite ich als Heilpraktiker und mache Körperarbeit, Rolfing, falls das jemandem was sagt. Andererseits habe ich mit einem Kompagnon und ein paar Mitarbeiter eine kleine Firma für Flightcase Bau. Ich bin in der Piratenpartei seit 2010, war zum Teil in der AG Geldordnung und Finanzpolitik dabei, in der PG Wahlen hier in Hessen. War letztes Jahr Kassenprüfer und bin im Augenblick wahrscheinlich der jüngst gewählte Kassenwart Schatzmeister Hessens. Ich habe auf meiner Wiki-Seite auch geschrieben, dass ich denke, wenn man ungefähr verstehen will, was ich für ein Mensch bin und wie ich drauf bin, ist wahrscheinlich die wichtigste Information, dass ich seit über 20 Jahren in kommunitären Gemeinschaften lebe. Damit bin ich sogar in der Piratenpartei ziemlich axot. Ich bin 1990 in die Kommune Niederkaufung eingestiegen, in einer Gemeinschaft mit jetzt bei 60 Personen und seit 2000 lebe ich in der Villa Lue Kommuna, die ich selbst mitgegründet habe, in Kassel mit 25 Personen. Kommune bedeutet, wir besitzen das Land und die Gebäude zusammen bei uns im Falle der Villa als Genossenschaft. Wir entscheiden alles im Konsens und wir haben Einkommensgemeinschaft, das heißt, wir schmeißen unser Geld zusammen und decken daraus das, was nötig ist. Dass ich diesen Weg gegangen bin, hängt damit zusammen, dass ich schon immer ein gründliches Unbehagen an dieser Gesellschaft habe, die für mich wesentlich charakterisiert ist durch hierarchische Strukturen, durch Konkurrenzkampf, durch eine enorme Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur, gegenüber allen Schwächeren, sei es sogenannten Entwicklungsländern, Kindern, alten Menschen und einer gnadenlosen Gier zum persönlichen Vorteil. Biografisch habe ich mir deshalb Nischen gesucht, wo Menschen versuchen, andere Strukturen aufzubauen, miteinander zu leben, nach anderen Werten, nach Werten wie Solidarität, Kooperation, Selbstbestimmung, Mitgefühl. Deshalb bin ich in der Kommuneszene und habe die Villa mitgegründet. Deshalb habe ich auch den Verein für solidarisches Wirtschaften in Kassel mitgegründet, der die Regionalwährung herausgibt, die Bürgerblüte. Und deshalb bin ich auch in die Piraten eingetreten, weil Werte wie Basisdemokratie, Transparenz, Mitbestimmung, auch Mitarbeit von Nichtparteimitgliedern mich angezogen haben. Für mich sind diese grundlegenden Verfahrensweisen, die wir als Piraten benutzen, also die Fragen des Wie, eigentlich die wichtigeren Aussagen der Piratenpartei als die Positionierung zu bestimmten Politikfeldern. Sobald eine relevante Anzahl von Bürgern Akta blöd finden, finden plötzlich alle anderen Parteien Akta auch blöd. Mit solchen Parteien sind im Wesen opportunistisch. Aber wenn wir es schaffen, die grundlegenden Funktionsweisen des politischen Systems sozusagen das Betriebssystem zu verändern, damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und das finde ich die zentrale Botschaft, die die Piraten in dieses politische System bringen können. Das ist auch was, was die anderen Parteien nicht übernehmen können, weil dann müssten sie ihr eigenes Partei sein, müssten ihre Eliten sich selbst infrage stellen. Für mich ist das eine logische Fortsetzung dessen, womit ich immer mit meinem persönlichen Leben und meiner politischen Aktivität eingestanden bin. Zu meiner Kandidatur konkret, ich muss erst mal sagen, ich bin nicht der Netzpirat. Ich kann an einem Infostand jemandem erklären, was Akta ist und wieso das blöd ist und wieso Vorratsdatenspeicherung gesellschaftlich nicht anzustreben ist, aber ich kann da, glaube ich, schlecht Gesetzestexte mit ausarbeiten. Da hoffe ich, dass da andere Leute Kompetenzen mitbringen. Was ich sein kann, ist, denke ich, ein Ankündigungspunkt für Bürgerbewegungen, weil ich da persönlich seit vielen Jahren drin verankert bin. Da draußen sind unglaublich viele Leute, die sich engagieren, aus dieser Gesellschaft eine bessere zu machen, sei es bei Amnesty, bei Transition Town, bei x-tausendmal quer, beim Regio Geld, bei solidarischen Landwirtschaft und so weiter. Ich sage mal, diese ganze Szenerie ist das, wo ich herkomme, wo ich zu Hause bin. Da habe ich durch meine eigene Geschichte und durch die Leute, mit denen ich in der Villa zusammenlebe, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, weil wir da auch ein wichtiger Knotenpunkt sind für das, was in Kassel passiert. Und das ist was, was ich mir als Abgeordneter sozusagen auch auf die Fahne schreiben möchte, diese Bewegung, diese Leute da auch im Parlament wieder eine Stimme zu geben. Also ich arbeite zum Teil mit Leuten zusammen, die da hochpolitisch sind, aber seit Jahren zu keiner Wahl gegangen sind, weil sie sagen, das ist sowieso völliger Quatsch, damit kann man nichts ändern. Ich denke, wir müssen solchen Menschen einfach auch eine Hoffnung wieder zurückgeben und dass sich was ändern kann, dass man auch eine Partei wählen kann, die sie vertritt, die tatsächlich auch eine Offenheit dafür hat, für das, was in den Bürgerbewegungen passiert und die eben vor allem auch in ihren Tools, in ihren Arten und in ihren Werkzeugen, die sie nutzt, Strukturen schafft, dass das, was diese Leute da tun, die hoch engagiert sind, sich wiederfinden kann, sich widerspiegeln kann in der politischen Aktion. Das finde ich für mich auch eine der wichtigsten Aufgaben einer Piratenfraktion im Bundestag, dass sie Portale schafft, Tools, wo eben die Bürgergesellschaft sich wieder einbringen kann und auch erlebt, dass das irgendeinen Effekt hat. Das wäre das, wo ich mich auch ganz intensiv für einsetzen möchte. Als weiteres Kernthema für mich persönlich habe ich das, also ich bin schon ganz lange mit dem Thema Geld beschäftigt, habe auch die Regionalwährung in Kassel wie gesagt mitgegründet. Ich halte das ganze Geldsystem für eine der wichtigsten Strukturen unserer Gesellschaft, die uns tatsächlich auch bis hin in psychische Strukturen hineinprägt und zwar nicht besonders vorteilhaft. Also ganz viel von dem Konkurrenz von Angst auch von Existenzangst in der Menschenleben ist letztendlich mitorganisiert über diese Geldstrukturen. Das Thema Geld wird auch den nächsten Bundestag noch deutlich beschäftigen, weil die Eurokrise noch lange nicht ausgestanden ist. Im Gegenteil, das, was die wirklichen Grundlagen sind, die Leistungsbilanz Ungleichgewichte sind überhaupt nicht adressiert. Von daher fände ich es auch wichtig, wenn für Piraten jemand im Bundestag ist, der hier Kompetenzen mitbringt und Stellung beziehen kann. Ich glaube, da bringe ich einiges mit, um da einfach für Piraten oder zusammen mit Piraten was zu erarbeiten und in den Bundestag einzubringen. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zum BGE, auch weil ich da, glaube ich, auf meiner Wiki-Seite und in dem Coach-Gespräch, das wir hatten, ein bisschen missverständlich war. Ich bin für einen Mindestlohn, weil ich denke, das ist ein wichtiger Schritt aus der momentanen Situation, die menschenunwürdig ist zum Teil. Aber das reicht mir nicht. Aber das könnte man eventuell in der nächsten Legislaturperiode schon durchkriegen. Das reicht mir nicht und der nächste Schritt wäre ein BGE, was wirklich versucht, eine Teilhabe für Menschen zu realisieren, ohne den Zwang und die unwürdigen Systeme von Hartz IV und so weiter. Aber auch das reicht mir nicht, weil das wird uns auch letztendlich nicht vor einer Gesellschaft schützen, die immer weiter auseinander driftet in Arme und Superreiche und gerade wenn wir sagen, wir müssen eigentlich weniger produzieren, also die Aufgabe unserer Gesellschaft wird perspektivisch sein, weniger zu produzieren und trotzdem ein gutes Leben zu ermöglichen und dann können wir nicht mehr hingehen und die Reichtümer, die wir erwirtschaften, verteilen, zwischen denen, die arbeiten und denen, die Kapital haben, weil es immer mehr geben wird, die weder das eine noch das andere haben. Und als Piratenpartei sind wir, glaube ich, die einzigen, die sagen, eigentlich ist Arbeit nicht erhaltenswert. Es wäre, wenn wir es dann ist das eigentlich ein anstrebenswertes Ziel. Wir müssen es nur hinkriegen, die Sachen dann noch vernünftig zu verteilen und dazu müssen wir, glaube ich, grundlegende Strukturen dieser Gesellschaft in Frage stellen und wieder in Richtung einer kommensbasierten Wirtschaft kommen, in Richtung einer Gewinnwollökonomie, wo auch heiße Themen oder Tabus in dieser Gesellschaft wie Eigentum diskutiert werden müssen. Ich wollte noch ein bisschen mehr sagen, aber ich glaube, dafür ist jetzt zu spät. Als Letztes möchte ich noch sagen, dass ich möchte einfach schließen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, die muss die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst. Ich glaube, das ist ein Motto, dem ich mich total gut anschließen kann und ich würde das gerne auch dann im Parlament für euch zusammen mit euch vertreten. Danke. Vielen Dank. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Jo, ist mal okay. Wunderbar. Dann fragen wir die Versammlung. Möchte dir den Heinz-Ulrich befragen? Der Heinz-Ulrich geht schon von der Bühne. Das sieht aus nach einem Nein. Dann kommt der nächste Kandidat, Nummer 47, Robert Stein Holzheim. Genau so heißt er. Genau. Guten Abend. Ich bin schon total durch. Ihr seid ein unfassbares Publikum für uns alle, die wir hier sprechen. Finde ich unglaublich, wie das abgeht. Also, was mache ich hier überhaupt? Was ihr hier seht, ist jemand, der vom Leben schon ganz schön eins abgekriegt hat? Ich mache seit 30 Jahren Blutwäsche dreimal in der Woche sieben Stunden und habe einen Beruf, der mich glücklich macht. Ich habe eine Tochter, die mich sehr glücklich macht. Ich habe eine Rockband, in der ich spiele, die mich sehr glücklich macht. Warum tue ich mir den Scheiß eigentlich an? Und ich habe ein Video veröffentlicht, da habe ich ja drin geschrieben, was sind so die Kandidatenfragen, worum könnte es denn eigentlich gehen, wenn man die Leute bewertet? Und das erste ist die Motivation und deswegen fange ich genau auch mit dieser Motivation an. Als ich 20 war, gab es eine Mittelschicht. Da gab es eine gewisse Sicherheit in der Bevölkerung, das war vielleicht noch ein bisschen verknarzter als heute, aber es war irgendwie so das Gefühl, dass es in der Gesellschaft ganz gut geht. Ja, die hatten gerade einen ziemlichen Run hinter sich. Und wenn ich mir die letzten 30 Jahre angucke und wenn ich mir die letzten 10 Jahre angucke, in denen es exponentiell schlimmer wird, wo wir mehr, schneller, effizienter, weniger verdienen, Leute haben drei Jobs, es gibt Aufstocker, es gibt Hartz IV, in was sich die Gesellschaft verändert hat in den letzten 30 Jahren, was ich sehe, muss ich kotzen. Das ist ein absolutes Unding. Und man muss sich mal die Frage stellen, ist denn die Gesellschaft weniger produktiv geworden? Nicht wirklich. Also wer zwingt uns eigentlich diesen Change auf? Und dieser Change läuft auf globaler Ebene. Es geht nicht mehr um Bananenrepubliken, es geht um diesen Bananenplanet, wo eine gut organisierte, global aufgestellte, extrem mächtige, für uns anonyme Finanzmafia Länder in die Knie zwingt, eins nach dem anderen. Wir stehen noch am Westen da, aber in Griechenland geht es ab, in Spanien geht es ab, in Frankreich geht es ab und irgendwelche Ratingagenturen, wer hat die eigentlich gewählt, können darüber bestimmen, dass die Gesellschaften versuchen müssen, Schulden zurückzuzahlen, die nicht rückzahlbar sind, die als Guthaben bei den Leuten stehen, die das Geld irgendwann mal verborgt haben, die wissen, sie kriegen es nicht und was machen sie jetzt als nächstes? Sie fangen an, unsere Infrastruktur aufzukaufen, weil das die einzigen Tangible Assets, die einzigen materiellen Güter sind, die es überhaupt noch gibt, im Osten kaufen die Länder, ganze Länder auf. Dem muss entgegengestanden werden, ist der Grund, warum es die Partei gibt. Mir stinkt das, seit ich das beobachte, dann habe ich mir die Piraten sehr, sehr lange angeguckt und drei Bücher drüber gelesen und alles gescannt, was es dazu nur gab und dann habe ich mich total verliebt in Bochum noch mal dazu, das war die erste große Veranstaltung, die ich gesehen habe und dann weiß ich, wir sind die richtigen, wir müssen sein, wir müssen wirken. Was für eine Fachkompetenz bringe ich mit? Naja, ich unterrichte seit vielen Jahren, wie man vernünftig Reden hält, auch wenn ich das meistens improvisiere, ich habe zum ersten Mal Zettel dabei, die ich jetzt auch nicht benutze und sozusagen das, was ich in den Dienst der Partei stellen will und werde und zwar egal in welcher Position ist die Sprechfähigkeit und meine Fachkompetenz aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit, ich habe 15 Jahre PR gemacht für Unternehmen wie Microsoft, Siemens und andere und habe 17 Cebis am Stück gerockt als Presseverantwortlicher, ich weiß in was für einen Kampf wir uns da hineinbegeben. Meine letzte Wahrheit im Leben und das ist der Grund warum ich hier stehe lautet wie kann man der Gesellschaft dienen und die einzige Partei die der Gesellschaft momentan dienen kann wirklich dient sind die Piraten wie wir es machen hat uns die Martina super erklärt also aus den AGs kommt ein Wahnsinns Ding was wir wie Steine ins Getriebe werfen müssen und das allererste was wir jetzt machen müssen ist wir müssen in den Wahlkampf ziehen und sprechfähige Kandidaten auf die Liste kriegen die egal in welcher Situation egal unter welchem Druck ihre Frau und ihren Mann stehen ich würde mich so freuen live mit Friedmann die Klingen zu kreuzen und das das muss sein und da müssen die Leute draußen sehen müssen denken ach das sind die Piraten die sind ja Hammer und wenn wir momentan das Bild abgeben wie so ein verschrittener Gallia Verein wir haben den Zaubertrunk und die anderen nicht wir haben keine Korruption wir haben keine Politiker wo die Unternehmen gesagt haben wir stellen dich frei bei vollem Gehalt damit ihr in die Politik gehst und wenn du dann irgendwann Minister bist entscheidest du für uns Originaltext von Leuten denen das so angeboten worden ist wir sind die einzigen nicht korrumpierbaren und kennt jemand Babylon 5 we are the last great hope for mankind und zwar nicht nur in Deutschland sondern weltweit weil die Neopheudalisten der globale Neopheudalismus der momentan völlig richtsichtslos die gesamte Welt in Sklavengesellschaft verändert und das passiert in den nächsten 20 Jahren das ist meine Tochter erschrocken als ich das erzählt habe das muss aufgehalten werden in Deutschland in Europa überall über politische Inhalte brauche ich nicht viel reden weil ich habe heute so viel über politische Inhalte gehört und ich habe nicht einen einzigen Inhalt gefunden wo ich sagen würde das ist ja Blödsinn nicht einen wir haben so viele Themen und das zentrale Thema das kann nicht unterbewertet werden ist das Netz das Netz ist das Nervensystem eines neuen Wesens was sich in den nächsten Jahrzehnten und vielleicht noch ja also wer soweit gucken mag darüber hinaus bilden wird und wenn das nicht frei bleibt wenn das Nervensystem nicht frei bleibt wenn nicht alles gedacht gefühlt und gemacht werden kann was dieses neue Wesen fühlt haben wir ein Problem weil nämlich dann die organisierten Verknapper die Machthaber es tatsächlich schaffen diese Welt in einen geschichtlichen unabschätzbar langen Zeitraum zu führen von einem globalen Neoföderismus wo das Volk genau nichts zu melden hat und es ist unsere Aufgabe mit unseren Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt aus der Piratenpartei heraus aber auch wo es sonst noch geht an diesem Zustand was zu ändern uns dagegen zu stemmen mit allem was irgendwie nur geht und dafür werde ich an egal welcher Stelle mich einsetzen und sprechen jo also das ist so grundsätzlich meine Haltung und wenn ihr mich was fragen wollt es sind noch 2 Minuten 46 Zeit nicht alle auf einmal jo der Kandidat kann seine Zeit gerne nutzen und wenn jetzt jemand am Mikro beiläuft dann ist das so er hat die 10 Minuten die kann er ausreizen wie er möchte ja trommeln zum Beispiel ich will ich will eure Zeit nicht klauen vielen Dank und viel Spaß okay dann frag mich frag mich frag mich freue ich mich wir haben uns noch nicht so kennenlernen können aber das erste mal habe ich gesehen im stream zur gründungsveranstaltung vom frankfurter kollegium mich würde interessieren was machst du da und wie bewertest du den Laden sehr divers ich bin dabei weil ich bei der gründungsveranstaltung in diesem raum mit drin war es hat mich einer eingeladen guck dir das an bin da rein finde dass sich Gruppen bilden was normales die Erklärung zu der Vereinsform ist für mich eine finanzielle weil die billig Räume kriegen und passiert ist da ehrlich gesagt das ist eine harsche kritik gar nichts bisher oder also alle haben drauf rumgebescht auf etwas was es noch gar nicht gab ich weiß noch nicht mal ob wir schon als Verein eingetragen sind und die einzige Arbeit die bisher online gestellt worden ist und danke dass du mich das gefragt hast weil es gibt mir die Gelegenheit das noch mal zu sagen ich habe mich gewagt einen Text zur Transparenz zu schreiben was das wirklich bedeutet und was es bedeutet dass sowas wie eine 100% Transparenz gefordert wird sonst Kopf ab oder du bist ein Verräter oder so oder ob es viel differenzierter rangegangen werden muss deswegen danke für den Hinweis das Kollegium existiert bisher für mich aktionsmäßig noch überhaupt nicht also kann ich es weder gut noch schlecht finden lest aber mal den Text auf der Kollegiums Seite zum Thema Transparenz das wäre eine bewusstseinsbildende Maßnahme die uns hilft glaube ich sind noch 30 Sekunden ist noch eine Frage zu der Text nicht okay die Zeit läuft schnell schnell halt zum Thema Transparenz wie bewertest du eben dann Transparenz Problematik bei dem Kollegium ich gesehen habe dass da einige Fragen gestellt worden sind und zwei Wochen noch keine Antwort scheiße ich bewerte es als scheiße die Transparenz so ganz klar keiner sieht was keiner weiß was alle vermuten was das ist doch scheiße Zeit ist abgelaufen und vielen Dank Robert hattest du genug Zeit dich vorzustellen alles klar alles gut wunderbar liebe Versammlung möchtet ihr weitere Fragen an den Robert stellen ja oder nein das ist nicht der Fall schönen Abend noch dann kommen wir zum nächsten Kandidat Nummer 48 Jan Leutert Hallo hallo erstmal ich muss sagen ich habe das erste Mal der Rede tatsächlich auch geschrieben ich werde mich aber eh wahrscheinlich nicht dran halten, wie ich mich kenne. Ich habe auch relativ lange überlegt, was ich euch sage. Wir hatten ja hier eine gute Mischung gehabt zwischen, was ist komplett Politik und was ist meine politische Einstellung bis über, wer bin ich überhaupt. Ich habe, glaube ich, mal versucht, einen gesunden Zwischenweg irgendwie zu finden. Aber zu mir ist immer ein bisschen schwer, was zu sagen, oder habe ich schon so oft gemacht. Und ihr werdet auch jetzt hier nichts Neues von mir hören. Also alles, was ich hier jetzt sage, habe ich schon im Wiki geschrieben, habe ich irgendwo, wenn mich jemand gefragt hat, schon gemacht. Und wenn ihr euch vorbereitet habt, könnt ihr auch eine Rauchen gehen, solltet euch auch ein bisschen beeilen. Warum stehe ich hier? Also ich möchte für euch in den Bundestag. Ich habe diese Entscheidung auch schon relativ früh getroffen. Ich hatte im letzten Jahr, hatte ich dann so eine Entscheidung, da wurde ich gefragt, hier kannst du nicht vorstellen, für den Bundesvorstand zu kandidieren. Hatte ich eigentlich auch gar keine wirkliche Lust zu. Und habe mir dann die Frage gestellt, was möchtest du jetzt im nächsten Jahr erreichen? Was sind deine Ziele? Und was möchtest du einfach hier machen? Und ich habe mich dann so zwei Monate hingesetzt und habe mit vielen Leuten gesprochen, auch mit ein paar Bundestagsabgeordneten, die ich kennengelernt habe, was denn so überhaupt ein Bundestagsabgeordneter den ganzen Tag macht, außer nicht im Plenum zu erscheinen. Und habe mir da viele Informationen geholt und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne kandidieren möchte, dass ich mich auf die Liste aufstellen lassen möchte und dass ich gerne in den Bundestag einziehen möchte. Ich habe damals auch schon drüber geblockt. Das war mein Blog-Eintrag mit Kandidatur eines machtgeilen Arschlochs. Ich mag eigentlich solche Titel manchmal ganz gerne und habe dafür auch sehr viel Kritik geerntet, dass ich mich schon so früh geoutet habe. Ich fand das, ihr hattet lang genug Zeit, mich zu fragen. Warum habe ich mich so entschieden, wie ich mich entschieden habe? Ich habe irgendwann mal, nachdem ich eine relativ bewegte Jugend hatte, mich dann kommunalpolitisch bei uns im Ort engagiert und irgendwann kam dann auch so der Punkt so, ja, die B87N, die jetzt von Fulda nach Meiningen gehen soll, das kann irgendwie nicht alles in der Politik sein oder wie der Tourismus bei uns gestärkt wird. Ich habe halt so mal über den kommunalen Tellerrand ein bisschen hinausgeblickt und habe mich mal ein bisschen mehr mit Bundespolitik beschäftigt und darauf stieß ich dann auch 2006 tatsächlich schon auf die Piratenpartei und fand sie auch interessant, aber war mir noch nicht so wirklich sicher, was ich davon halten soll und dann kam Frau von der Leyen in 2009 mit ihren gewagten Vorstellungen, möchte ich jetzt mal nett formulieren und da ist dann eine Entscheidung für mich gefallen. Ich war dann oft am Stammtisch bei uns in Hanau, habe dann viele Leute kennengelernt und dann war ein Kreisparteitag und es hieß, wir brauchen ein Pressesprecher, ich so, ja, mitarbeiten würde ich schon ganz gerne, dann hieß es ja, du bist ja gar kein Mitglied, ja gut, dann habe ich so einen DIN A5-Zettel, Judith müsste den tatsächlich noch kennen, wo ich dann so meine Daten draufgeschrieben habe und eingetreten bin. Damals noch in einem sehr schlucklichen kleinen Landesverband, der mittlerweile auf die doppelte Größe angewachsen ist, ich fühlte mich hier wohl und war dann auch mal im Landesvorstand und ich weiß, dass die Frage nachher eh kommen wird, aber die Genseck-Aufgabe habe ich verkackt, das ist nichts Neues, Hand hoch, wer das noch nicht wusste. Ihr wart in Frankenberg nicht dabei, aber keine Angst, ich werde es nie wieder machen. Nie wieder Genseck. Auf dem damaligen Landesparteitag, wo ich gewählt wurde, fand ich auch meine Lust an Versammlungsleitungen, daher werden mich auch die meisten kennen und auch an der Orga, die dahinter steht und ich habe dann 2010 angefangen in Bingen auch Bundesparteitage zu organisieren und zu leiten oder mit zu organisieren und zu leiten und habe das seitdem irgendwie jedes Mal gemacht, weil das ist eine Sache, die macht mir Spaß und hat einen großen Vorteil, ich war relativ schnell recht gefragt als Versammlungsleiter und tingle da jetzt auch so ein bisschen durch andere Bundesländer und kann auch so ein bisschen über Hessen hinaus blicken und es sei gesagt, wir sind nicht der schlimmste Landesverband, was die Stimmung angeht, also es gibt weitaus schlimmere Landesverbände. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Mit Ende der ACTA-Proteste, also Versammlungsleitung mache ich immer noch, die ACTA-Proteste sind zum Glück mittlerweile obsolet, also zum Ende der ACTA-Proteste habe ich mich, in denen ich mich mit engagierte, rutschte ich dann allerdings immer mehr in diese Verwaltungsschiene und Orga-Fu-Schiene, Orga hier, Orga da, hier, ich habe da meine Satzungsfrage an. Dann war ich auch noch im Schiedsgericht die letzten zwei Jahre, dem ich jetzt nur noch als Ersatzrichter selbst gewählt angehöre und ich möchte aus dieser Orga-Schiene auch wieder raus und beginne auch so langsam, mich wieder mit politischer Arbeit zu beschäftigen. Durch die anderen Aufgaben, die ich auch auf Bundesebene umnommen habe, beschränkt sich allerdings meine politische Aufgabe derzeit nur in das Impulse setzen, dass ich irgendwo sage, hier, Nippelhase, ich habe da eine Idee, wie siehst denn du das, bla bla und hast du nicht mal eine Idee oder hast du nicht mal Zeit, das auszuarbeiten oder Bildung, dass ich in Sepp mal irgendwo Ideen von mir gegeben habe, darauf beschränkt sich es und auf Texte, die ich halt irgendwie zugeschickt kriege und wo ich dann nach Meinungen gefragt werde und wo ich dann halt auch noch Ideen und so weiter gebe. Mehr bringt meine Zeit momentan leider nicht auf, weil ich schreibe momentan eine Datenschutzerklärung für das Bundesliquid und so weiter. Ja, die Aufgaben habe ich halt übernommen, die Aufgaben muss ich ausfüllen. Allerdings verdrahte ich auch schon die Partei auf Podiumsdiskussionen, auf Konferenzen und auf Vorträgen und so was, mein Feedback war auch gar nicht mal so schlecht und damit möchte ich es jetzt eigentlich auch über meine Person bewenden lassen, was ich getan habe. Ich möchte jetzt eigentlich eher mal darüber reden, was ich mir so vorstelle und warum ich überhaupt in den Bundestag möchte. Die zukünftige Fraktion steht vor der Aufgabe, vor der in den letzten 30 Jahren keine andere Partei stand und zwar, sie müssen sich im Bundestag zurechtfinden und das müssen sie auf eine Art und Weise finden, ohne sich okkupieren zu lassen vom bestehenden System und sie müssen das bestehende System nutzen, um unsere Ideale und unsere Ideen eigentlich auch hochzuhalten und den Abstand nicht zu verlieren. Und da ist Basisbeteiligung tatsächlich der größte Faktor. Bei 5 Prozent ziehen wir mit zwei Bundestagsabgeordneten in den Bundestag ein und die zwei haben dann die Aufgabe, Hessen zu repräsentieren. Das ist eine Mammutaufgabe. Wenn man überlegt, dass ein Bundestagsabgeordneter zwischen 60 und 80 Stunden in der Ausschuss- und Plenarwoche zu tun hat, muss er das auch irgendwie hin und hier habe ich mir auch schon ein Konzept zurechtgelegt. Ich möchte hier in Hessen einen Aggregator installieren, der alle Informationen der Basis und der Wähler in Hessen tatsächlich aggregiert und zusammenfasst und dann nach Berlin trägt, so dass man einen Ansprechpartner hier hat, was natürlich nicht die Präsenz des Bundestagsabgeordneten in Hessen ersetzt, sondern ein zusätzliches Angebot in der Zeit ist, wo er einfach nicht in Hessen sein kann. Wenn man das mit beiden Abgeordneten aus Hessen macht, kann man das sogar relativ schön machen. Man kann Nordhessen abbilden und man kann Südhessen abbilden und dann sind eigentlich auch für alle Ansprechpartner leicht zu erreichen. Außerdem möchte ich auch noch ein Bürgerportal installieren, in dem sollen Informationen übersichtlich und maschinenlesbar sein und zwar nicht einfach alle Informationen reingeknallt, sondern so aufgearbeitet, dass man sie auch finden kann und dort zur Diskussion stellen und sich Ideen holen kann. Und ich möchte in meinem Kerngebiet dem Datenschutz und den Bürgerrechten wieder mich einsetzen und das sind tatsächlich nicht nur zwei Wörter, sondern das sind die zwei größten politischen Felder, die wir in diesem Land haben. Ich habe schnell gelernt, Texte, juristische Texte zu lesen und da auch lustige Fehler drin zu finden und dann den Finger reinzulegen, das mache ich sogar sehr gerne und eigentlich auch relativ gut und ich möchte keine Frontalopposition sein, sondern ich möchte da kooperieren, wo es sinnvoll ist und oppositionieren, wo es nötig ist. Und ich möchte Transparenz da in den Bundestag bringen und nicht, dass IFG-Anfragen beantwortet werden mit, es tut mir leid, der Gesetzentwurf befindet sich noch in der Kabinettabstimmung, nämlich auch dann ist der interessant, wenn Sie noch nicht wissen, ob es Vanille oder Schokopudding sind. Ich habe in der Vergangenheit die Klappe oft weit aufgerissen, wenn irgendwas scheiße war und ich werde das auch zukünftig tun und da könnt ihr euch auch drauf verlassen und ich bin nicht immer ein unbedingt angenehmer Zeitgenosse, was sowas angeht, aber ich kann auch konstruktiv zusammenarbeiten und da, wo es nötig ist. Und mein wichtigster Grundsatz ist, ich sage, was ich denke und ihr wisst bei mir, an was ihr seid. Und ich werde auch kurzfristig Stellung nehmen und dann könnt ihr mich auch dafür bashen, wenn ihr das möchtet. Ich kann das, ich habe ein dickes Fell, aber ich verlange auch von der Basis, dass sie mitarbeitet und Mitarbeit ist keine E-Mail mit, du Arschloch, das hast du falsch gemacht, mach das mal anders. Sondern mit Basismitarbeit ist nämlich konstruktive Kritik geben und die Impulse, die, was ich momentan mache, die Impulse dann auch dahin setzen, wo sie kommen und dann kann man die nämlich auch umsetzen. Ich will Spaß in der Politik und keine Spaßpolitik. Ich bin Jan Läutet, bitte um eure Stimme und ja, ich hatte ausreichend Zeit und habe meine Zeit sogar überzogen. Scheiße. Vielen Dank. Der Jan hatte ausreichend Zeit, dann frage ich jetzt euch, möchtet ihr den Jan befragen, ja oder nein? Als Versammlungsleiter. Der Jan wird nicht befragt. Okay, tschüss. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Und der letzte Kandidat, Nummer 49, Frank Schäfer. Der letzte Kandidat, das schaffen wir auch noch. Noch einmal zehn Minuten Ruhe. Dankeschön. Hallo, ich bin der Frank-Hubertus Schäfer. Ich komme aus dem Maintaunuskreis und bin einer von den KV-Gründern und seitdem als Schatzmeister dort tätig. Eigentlich passe ich so gar nicht ins Klischee, das die meisten von Piraten in letzter Zeit bekommen haben. Ich habe einen Schulabschluss, ich habe einen Beruf gelernt. Ich habe mich mit einem zweiten Bildungsweg fortgebildet, war noch nie arbeitslos und habe für die Zukunft vorgesorgt. Man trifft mich auf Stammtischen in Maintaunuskreis, in Hochheim, Flörsheim und in Griftel. Ich bin hier der letzte Redner und möchte das nochmal alles wiederholen, was die anderen vorher schon mal gesagt haben und versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Meine Aufgabe als Vertreter von euch im Bundestag sehe ich, die Themen der Basis zu vertreten und nach Lobby freizuhalten, damit das Ganze nicht verfälscht wird. Die Werkzeuge, die man in der Piratenpartei nutzt, sollten Einzug im Bundestag erhalten, wie zum Beispiel mit dem PET, könnten wir die Umlaufmappe ablösen und das Ganze deutlich beschleunigen. Durch meine Arbeit als Elektromess- und Regelprojektingenieur bin ich nah am Thema Energiewende. Diese muss zentral gesteuert werden, da aktuell jeder, egal welche Energie er erzeugt, ob mit Sonne, Wind, Biogas oder Wasser, auf Teufel komm raus, die Energie erzeugt und nicht dann, wann sie benötigt wird. Das wäre technisch bereits möglich, aber die Gesetze geben das noch nicht her. Ich habe zwar jetzt immer noch acht Minuten, aber ich möchte euch nicht lange quälen. Meine Tochter hat heute Geburtstag, die wartet zu Hause. Ja, ich habe genug Zeit, denke ich. Wir nutzen das lieber nochmal für Interaktive. Gut, dann übernehme ich mal für den Stefan. Ja, wenn du genug Zeit hattest, dann ist das so. Dann kommen wir zu der Frage, ob die Versammlung den Kandidaten befragen möchte. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich dir. Und gebe wieder zurück an Stefan. Okay, die Kandidatenbefragung ist abgeschlossen. Vorerst. Also ich fand es unglaublich dezidieniert. Muss ich mich leider fragen, wer seid ihr und was habt ihr mit dem LV Hessen gemacht? Okay, bevor wir hier zum Ende kommen, haben wir im Grunde zwei GO-Anträge. Es geht darum, dass wir morgen nochmal die Kandidaten befragen. Ich lese das mal gerade vor, wie das aussieht. Die Wahlordnung wird wie folgt geändert. Paragraph 4 wird um den neuen Absatz 8 erweitert. Nach Abschluss der Vorstellung der einzelnen Kandidaten findet eine Fragerunde an alle Kandidaten statt. Es werden aus den Kandidaten sechs Gruppen per Los gebildet. In dem Fall sechs Sechsergruppen. Die Gruppen werden gemeinschaftlich maximal 20 Minuten befragt. Die Fragen können jeweils an alle oder an einzelne Kandidaten gestellt werden. Wir haben gerade nicht alle Unterschriften. Gibt es hier 25 Leute, die winken und sagen, sie würden diesen Antrag hier unterschreiben wollen? Wenn ihr den Antrag unterschrieben habt, bitte rennt nicht weg. Es gibt danach einen weiteren Antrag, der Unterschriften braucht, den ihr auch unterschreiben wollt, wenn ihr diesen unterschreibt habt, vermute ich. So, in der Zwischenzeit schon mal so ein kleiner Hinweis. Der wird aber nachher auch nochmal kommen. Ihr habt ja so einen schönen Umschlag bekommen. Da sind lauter lustige Sachen drin. Einer von diesen Sachen ist hoffentlich an eurem Arm. Da wird er auch vermutlich bleiben. Die anderen Sachen, die da drin sind, bitte nicht wegschmeißen, nicht verlieren. Ihr kennt das Spiel. Ihr seid ja auch nicht zum ersten Mal hier. Ihr habt es wohl möglich schon mal gesehen. Wenn ihr das verliert, dann war es das mit eurem Wahlrecht. Also achtet drauf. Seid vorsichtig damit. So, ich bitte um Ruhe. Wir haben genug Unterschriften. Wir sind bald fertig. Ihr habt es bald geschafft. Keine Sorge. So, ihr habt den Antrag gehört. Bitte seid doch nochmal ruhig. Auch hier vorne, auch die eigene Versammlungsleitungshelferleute. Bitte Ruhe. Also, bevor ihr geht. Wir sind noch nicht fertig. Ihr wisst noch nicht, was passiert hier. Ihr habt den GO-Antrag gehört. Gibt es eine Gegenrede? Okay. So, also ich habe diesen Antrag ausformuliert. Ich habe die Idee bekommen, vor einer Antragskommission habt ihr eine formale richtige Form gebracht. Formal ist der Antrag okay. Das Problem ist, es wird uns morgen drei bis vier Stunden kosten. Das muss euch klar sein. Wenn ihr damit leben könnt, könnt ihr für den Antrag stimmen. Wenn ihr keine drei bis vier Stunden verbrauchen wollt morgen, dann solltet ihr gegen den Antrag stimmen. Drei bis vier Stunden. Ich kann das euch gerne nachrechnen. Das sind sechs Gruppen, die bis maximal 20 Minuten befragt werden. Das bedeutet, man nimmt dann die 38 durch sechs. 36. Das sind zwei Stunden. Oh, ich habe da was falsch gerechnet. Okay, gut. Aber trotzdem, es kostet Zeit. Ich sehe es gerade. Okay, alles klar. Aber es kostet trotzdem recht viel Zeit. Also von daher. Also seid euch darüber klar, dass es viel Zeit kosten wird. Nein, keine Redeliste. Okay, es gibt keine Redeliste. Es gab eine formale Gegenrede. Wir stimmen diesen Antrag jetzt ab. Ich bitte um Ruhe. Wer ist denn für bzw. gegen diesen Antrag? Okay. Der Antrag ist angenommen. So, bevor ihr jetzt klatscht. Dieser Antrag hat bisher keinerlei Auswirkungen. Er behandelt einen vergangenen Tagesordnungspunkt. Daher kommt jetzt ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Einfügen des nächsten Tagesordnungspunktes. Durchführung der Befragung nach dem eben beschlossenen Paragrafen, nach der Einfügung der Wahlordnung. Dieser muss schriftlich gestellt werden. Ich habe den im Grunde hier. Und wir brauchen 25 Unterschriften dafür. Sorry, wir sind eine AV. Wir machen alles formal korrekt. Fertig? Okay. Okay, wir haben 25 Unterschriften. Und wir sind hier ziemlich bald durch. Wir haben einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Er steht hier auf dem Beamer. Gibt es Gegenreden? Bitte, Jan. Und zwar, wir haben gehört, dass ein Wahlgang drei bis vier Stunden dauert. Das bedeutet, wenn wir diese zusätzliche Diskussionsrunde noch machen, haben wir genau einen Versuch für den Wahlgang. Wenn da irgendwelche Probleme auftreten, riskieren wir, dass die Aufstellungsversammlung am Ende platzt und komplett wiederholt werden muss. Es reicht auch nicht nur, die Wahl zu wiederholen. Wenn, dann müssten wir das ganze Ding wiederholen. Der Vorteil, den uns das bringt, ist meiner Meinung nach beschränkt. Da wir hier schon ausführlich die Kandidaten haben sich vorstellen lassen und befragt haben. Deswegen bin ich persönlich dafür, dass wir das lieber sein lassen sollen. Und im schlimmsten Fall sind wir dann halt ein bisschen früher fertig. Vielen Dank. Okay. Wir kommen zur Abstimmung des Antrages. Wer ist für, bittesweise gegen diesen Antrag, bitte jetzt die Karten heben. Der Antrag ist angenommen und die Tagesordnung ist damit geändert. So, jetzt schicke ich euch immer noch nicht nach Hause. Ich erteile erst mal dem André Hoffmann das Wort. So, ihr habt es gerade noch mal gehört. Leute, mal kurz Ruhe, bitte. Wir fangen morgen früh hier Punkt 10 Uhr an, damit wir spätestens 12 Uhr mit der Befragung fertig sind, um mit der ersten Wahl anfangen zu können. Es gibt morgen keinen Pardon. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Sag es bitte den Leuten, die auch nicht hier sind. Denkt bitte dran. Es ist diesmal wirklich ernst. Wir haben keine Zeit. Wunderbar. Bitte denkt dran, dass ihr die Stimmkarten mitnehmt und morgen wieder mitbringt. Euer Armbändchen könnt ihr dran lassen. Mit dem kann man viele, viele tolle Sachen machen. Damit kann man duschen und Purzelbäume machen. Das hält wunderbar bis morgen Abend. Kommt gut nach Hause. Bis morgen früh. Ich unterbreche die Versammlung. Bis morgen früh 10 Uhr. Ges nach. Tschüss. Vielen Dank.